Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 6 Essstörungen Essstörungen beinhalten überdauernde Störungen des Essverhaltens oder des Verhaltens, das auf eine Kontrolle des Körpergewichts ausgerichtet ist. Sie führen zu erheblichen gesundheitlichen und Schrägstrich oder psychosozialen Beeinträchtigungen. Derzeit sind drei Essstörungen im DSM-Römisch 4-TR definiert. Anorexia nervosa, bulimia nervosa und die Binge-Eating-Störung. Hauptmerkmal der Anorexia nervosa ist dahin durch ein restriktives Essverhalten und Schrägstrich oder übermäßige körperliche Aktivität selbst herbeigeführtes Untergewicht. Die Bulimia nervosa ist hauptsächlich gekennzeichnet durch wiederkehrende Essanfälle, denen unangemessene, einer Gewichtszunahme gegensteuernde Maßnahmen wie selbstinduziertes Erbrechen folgen. Auch die Binge-Eating-Störung ist durch wiederkehrende Essanfälle gekennzeichnet, doch im Unterschied zur Bulimia nervosa werden unangemessene Gegenmaßnahmen nicht regelmäßig ergriffen. Die Betroffenen sind häufig übergewichtig oder adipös in Klammern fettleibig. Gemeinsam ist in drei Essstörungen ein ausgeprägtes negatives Körperbild, das beispielsweise durch starke Figur- und Gewichtssorgen gekennzeichnet ist. Die folgenden drei Abschnitte beschreiben die einzelnen Essstörungen, ihre Diagnostik und Psychotherapie genauer. Abschnitt 6.1 Anorexia nervosa von Anja Hilbert und Johanna Rohrbach Teilabschnitt 6.1.1 Beschreibung des Störungsbildes Definition Die Anorexia nervosa in Klammern AN ist gekennzeichnet durch ein selbst herbeigeführtes Untergewicht und ein negatives Körperbild. Definition Ende Der Gewichtsverlust wird zum einen erzielt durch ein restriktives Essverhalten, das beispielsweise in einer Einschränkung der Nahrungsmenge oder in einer selektiven Nahrungsauswahl bestehen kann. Zum anderen wird er häufig durch eine verstärkte körperliche Aktivität erreicht, in manchen Fällen auch durch Purging-Verhalten, wie selbst herbeigeführtes Erbrechen oder ein Missbrauch von Laxantien, in Klammern Abführmitteln, oder Diuretika, in Klammern Entwässerungsmitteln. Die Betroffenen fühlen sich in der Regel auch mit deutlichem Untergewicht noch zu dick, schätzen das eigene Körpergewicht nicht realistisch ein und ihr Selbstwertgefühl hängt übermäßig stark von Figur und Gewicht ab. Personen mit AN beschäftigen sich gedanklich stark mit Essen oder Kalorien, viele entwickeln ein großes Interesse an der Zubereitung von Nahrung oder an Rezepten. Oft entstehen Essensrituale, in deren Rahmen die Nahrung sorgfältig zusammengestellt, kleingeschnitten und arrangiert und in kleinen Bissen langsam verzehrt wird. Die Anorexia nervosa hat zahlreiche Auswirkungen auf physischer und psychischer Ebene. Durch die starke Nahrungseinschränkung kann es starvationsbedingt, in Klammern unterernährungsbedingt, zu hormonellen Störungen kommen, die sich bei postmenarchalen Mädchen und Frauen, in Klammern, das heißt nach der ersten Monatsblutung, unter anderem in armenerhöhe, in Klammern Ausbleiben der Monatsblutung, äußern können. Bei Kindern vor der Pubertät kann eine An zur Verzögerung der Pubertät sowie zu einem verminderten Wachstum führen. Elektrolytstörungen durch eine zu geringe Aufnahme an Kalium können zu Herzrhythmusstörungen, Bradykadie, in Klammern verlangsamten Herzschlag, und Hypotonie, in Klammern niedriger Blutdruck führen. Des Weiteren ist der Blutzuckerspiegel erniedrigt und eine Osteoporose kann folgen. Charakteristisch sind darüber hinaus Hautveränderungen wie eine trockene, schuppige Epidermis, in Klammern Haut, eine Lanugo-Behaarung, in Klammern feine, flaumartige Behaarung, vor allem an Unterarmen, Rücken oder Gesicht, und Haarausfall. Treten Essanfälle und selbst herbeigeführtes Erbrechen auf, können Zahnschädigungen, Schwellungen der Speicheldrüsen und Entzündungen der Speiseröhre folgen. Mit einem zehnfach erhöhten Mortalitätsrisiko im Vergleich zur Normalbevölkerung zählt die AN zu den lebensbedrohlichsten Störungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die häufigsten komorbiden psychischen Störungen sind affektive Störung, Angststörung, darunter die Zwangsstörung, sowie Störungen durch psychotrope Substanzen. Komorbide Persönlichkeitsstörungen umfassen die ängstliche, in Klammern vermeidende, die anankastische, in Klammern zwanghafte, sowie die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Teilabschnitt 6.1.2 Diagnostische Kriterien Das zentrale diagnostische Merkmal der HAN besteht nach der ICD-10 in einem Gewichtsverlust, der zu einem Körpergewicht von mindestens 15% unter dem Normalgewicht oder unter dem für Alter und Größe zu erwartenden Gewicht führt, in Klammern, siehe Tabelle 6.1 im gedruckten Buch. Bei Kindern und Jugendlichen kann eine fehlende Gewichtszunahme vorliegen. Alternativ wurde für Kinder und Jugendliche das Unterschreiten der 10. Altersperzentile des Body Mass oder Körpermassenindex in Klammern BMI als diagnostisches Kriterium empfohlen. Es werden zwei Subtypen der HAN unterschieden. Bei der HAN mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme treten selbstinduziertes Erbrechen oder Abführen sowie Missbrauch von Appetitzüglern oder Diuretiker teilweise in Verbindung mit Essanfällen auf, während bei der HAN ohne aktive Maßnahmen zur Gewichtsabnahme diese Verhaltensweisen nicht vorkommen. Praxisteil In der Praxis kann die Gefahr bestehen, die AN mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme mit der Bulimia Nervosa in Klammern, siehe Kapitel 6.2 zu verwechseln. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist, dass die Kriterien A und B der Bulimia Nervosa nicht erfüllt sein dürfen. Außerdem sollte bei bestehendem Untergewicht die Diagnose einer Bulimia Nervosa nicht gestellt werden. Procedure Stop Teilabschnitt 6.1.3 Diagnostik Auf Grundlage der Exploration mit dem Patienten sollten im Rahmen der psychologischen Diagnostik der AN sowohl die Essstörungen als auch die allgemeine Psychopathologie erhoben und klassifiziert werden. Zur differenzialdiagnostischen Abklärung ist die AN von den anderen Essstörungen wie der Bulimia Nervosa abzugrenzen sowie von weiteren psychischen Störungen, in deren Rahmen Symptome einer AN auftreten können. In Klammern zum Beispiel verminderte Nahrungsaufnahme bei affektiven Störungen, essensbezogene Sorgen bei Psychosen, Zwangs- oder anderen Angststörungen. Weiterhin ist die AN von einer Körperdysmorphophoben-Störung zu unterscheiden, bei der sich die körperbezogenen Sorgen auf spezifische Körperteile beziehen, aber nicht ausschließlich auf Figur und Gewicht. Auch das Vorliegen einer medizinischen Diagnose, die mit Gewichtsverlust einhergeht, ist abzuklären, in Klammern zum Beispiel gastrointestinale Störungen, Überfunktion der Schilddrüse, Tumore. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die für die AN-typische Angst vor einer Gewichtszunahme, da der Gewichtsverlust im Rahmen anderer Erkrankungen meist ungewollt eintritt. Aufgrund des oft deutlich sichtbaren Untergewichts der Betroffenen kann die Verdachtsdiagnose einer AN in der Regel schnell gestellt werden. Zur standardisierten Diagnosestellung eignen sich strukturierte Interviews wie das Eating Disorder Examination oder das strukturierte Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Expertenbeurteilung. Zu diesen beiden Interviews liegen entsprechende Selbstbeurteilungsfragebögen für die Erfassung der assoziierten Psychopathologie vor. In Klammern Eating Disorder Examination Questionnaire strukturiertes Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Selbsteinschätzung. Um das Essverhalten der Patienten im Alltag genau analysieren zu können, bietet sich der Einsatz von Ernährungsprotokollen an. Darin vermerkt der Patient Art und Menge verzerrter Nahrungsmittel und Getränke sowie Uhrzeit, Kontext, Stimmung und das Auftreten von Kontrollverlust, Essanfällen und kompensatorischen Maßnahmen. Im Rahmen der medizinischen Diagnostik vom Patienten mit AN sollten eine medizinische Anamnese sowie eine körperliche Untersuchung erfolgen. Diese sollte unter anderem die Erfassung von Blutdruck, Puls, Hautveränderungen, Körpergewicht und Größe sowie eine Abklärung von Herzrhythmusstörungen via Elektrokardiogramm in Klammern EKG umfassen. Bei spezieller Indikation auch weitere Untersuchungen in Klammern z.B. Nierenfunktionstest, Messung der Knochendichte. Vor allem bei häufigem Erbrechen sind weiterhin Routine-Laboruntersuchungen zu Elektrolytstörungen und Blutbildveränderungen sowie eine zahnärztliche Untersuchung angezeigt. Teilabschnitt 6.1.4 Die Lebenszeitprävalenz der ARN liegt bei 0,9% der Erwachsenen. Etwa 0,2-0,8% der Mädchen und Frauen zwischen 14 und 20 Jahren leiden unter einer ARN in Klammern Punktprävalenz. Sie sind deutlich häufiger von einer ARN betroffen als Jungen und Männer in Klammern im Verhältnis 10 zu 1. Der Störungsbeginn liegt etwa im Alter zwischen 10 und 19 Jahren mit einem Erkrankungsgipfel bei 14 Jahren. Den Beginn einer ARN bildet typischerweise restriktives Diäthalten, häufig gefolgt von Essanfällen mit gegensteuernden Maßnahmen in Klammern vor allem bei prämorbid übergewichtigen Betroffenen, wobei sich in einigen Fällen eine voll ausgeprägte Bulimia nervosa in Klammern siehe Kapitel 6.2 entwickeln kann. Eine gute Prognose für den Verlauf der Therapie liefern einen früher Beginn der Erkrankung in Klammern vor dem 17. Lebensjahr, jedoch nach Beginn der Pubertät sowie eine kurze Erkrankungsdauer. Die Entstehung der ARN ist multifaktoriell bedingt, das heißt es wirken biologische, individuelle, soziokulturelle und familiäre Faktoren zusammen. Ergebnisse aus Zwillingsstudien weisen auf einen Einfluss genetischer Faktoren hin. Zu den psychosozialen Risikofaktoren zählen unter anderem psychische Vulnerabilität in Klammern zum Beispiel negative Affektivität, familiäre Probleme in Klammern zum Beispiel Vernachlässigung, Überprotektion, elterliche Psychopathologie und prämobile, aversive Erfahrungen in Klammern zum Beispiel physischer oder sexueller Missbrauch. Im Vergleich zu anderen psychischen Störungen wurden als störungsspezifische Risikofaktoren der ARN ein erhöhter Perfektionismus, Konflikte innerhalb der Familie und hohe elterliche Anforderungen identifiziert. Im Vergleich zu den anderen Essstörungen ließen sich bislang kaum Unterschiede in der Äthiologie ausmachen. Teilabschnitt 6.1.5 Störungsmodell Zur Aufrechterhaltung der ARN tragen mehrere Faktoren bei. Ein negatives Körperbild, dessen Unzufriedenheit mit und Selbstwerterelevanz von Gewicht oder Figur oder in einem übersteigerten Körperideal bestehen kann, motiviert zu einer strikten Nahrungseinschränkung und anderen gewichtskontrollierenden Verhaltensweisen, zum Beispiel zu erhöhter körperlicher Aktivität. Dabei kann eine erfolgreiche Nahrungsrestriktion zu einem Gefühl der Selbstkontrolle führen und, ebenso wie anerkennende Rückmeldungen anderer auf eine Gewichtsabnahme eine weitere Nahrungsrestriktion positiv verstärken. Die Angst vor einer Gewichtszunahme und negative kognitive Schemata in Klammern zum Beispiel Ich bin nichts wert, wenn ich nicht dünn bin werden durch die Nahrungsrestriktionen negativ verstärkt. Durch den physiologischen Zustand der Unterernährung in Klammern Starvation können bei einem Teil der betroffenen Heißhunger und damit verbundene Essanfälle ausgelöst werden, denen mit kompensatorischen Maßnahmen sowie weiterer Nahrungseinschränkung begegnet wird. Dieser Teufelskreis von Diäthalten, Essanfällen und kompensatorischen Maßnahmen verstärkt langfristig das negative Körperbild und setzt sich durch die gestörte Regulation von Hunger und Sättigung immer weiter fort. Psychische Begleiterscheinung der Starvation ist unter anderem ein sozialer Rückzug, der eine äußere Einflussnahme auf die Symptomatik der AN verhindert. Das transdiagnostische Modell an Erweiterung des kognitiv-behavioralen Modells geht davon aus, dass der AN und den anderen Essstörungen ähnliche aufrechterhaltende Prozesse zugrunde liegen. Allgemeine Aufrechterhaltungsfaktoren, die für einige Personen mit AN kennzeichnend sein können, umfassen dem Modell zufolge einen klinisch signifikanten Perfektionismus, ein grundlegend geringes Selbstwertgefühl, Affektregulationsdefizite und interpersonelle Probleme in Klammern siehe Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Teilabschnitt 6.1.6 Therapie Psychotherapeutische Ansätze umfassen vor allem die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT und besonders bei Kindern und Jugendlichen die familienbasierte Therapie. Bei der Behandlung der AN stehen der Umgang mit motivationalen Problemen der Patienten, die Gewichtszunahme sowie die Berücksichtigung der mit dem Starvationszustand verbundenen Probleme im Vordergrund. Da Betroffene einer Veränderung von Gewicht und Essgewohnheiten in der Regel ambivalent gegenüberstehen, spielt der Aufbau von Veränderungsmotivation eine große Rolle, um die Compliance der Patienten zur Behandlung zu gewährleisten. Die KVT setzen an den Aufrechterhaltungsfaktoren der AN an, indem ein gesundes Essverhalten aufgebaut und dysfunktionale Gedanken und Verhaltensweisen modifiziert werden. Eine erweiterte Form der KVT stellt die transdiagnostische Therapie dar, die auf den Annahmen des transdiagnostischen Modells basiert. Spezifisch für die AN sind Elemente zur Gewichtsrestauration, beispielsweise durch Psychoedukation über Untergewicht und Starvation und durch Aufbau eines regelmäßigen Essverhaltens, das eine Gewichtszunahme ermöglicht. Dadurch verdoppelt sich die Therapiedauer verglichen mit der Therapiedauer bei anderen Essstörungen in Klammern 40 versus 20 Sitzungen. Die transdiagnostische Therapie besteht aus vier Phasen. In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Therapiemotivation und Psychoedukation. Ein personalisiertes Störungsmodell sowie erste Verhaltensänderungen werden erarbeitet. Die zweite Phase dient der Herstellung einer Übersicht des bisher Erreichten sowie der Identifikation möglicher Hindernisse. Durch die Ermittlung des Einflusses der vier zusätzlichen Aufrechterhaltungsfaktoren in Klammern Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl, Affektregulationsdefizite, interpersonelle Probleme wird das individuelle Störungsmodell erweitert. Aufbauend auf diesem Modell werden in der dritten und längsten Phase über die Modifikation der Essstörungspsychopathologie hinaus auch die individuell wirksamen Aufrechterhaltungsmechanismen bearbeitet. In der vierten Phase schließlich liegt der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung des Gelernten und der Rückfallprophylaxe. Nach dem Orzli-Modell wird die Familie im Rahmen der familienbasierten Therapie als Ressource für die Behandlung des betroffenen Familienmitglieds genutzt. Die Familienangehörigen sollen von Schuldgefühlen entlastet, über die Erkrankung aufgeklärt und darin unterstützt werden, eine Verhaltensänderung des jugendlichen Patienten zu fördern. Die Therapie erstreckt sich in der Regel über sechs bis zwölf Monate mit insgesamt zehn bis zwanzig Familiensitzungen, an denen alle Familienmitglieder teilnehmen, wobei auch getrennte Sitzungen möglich sind. In der ersten Behandlungsphase werden die Eltern angeleitet, die Mahlzeiten zu beobachten, die Nahrungsaufnahme des Jugendlichen zu steigern und körperliche Bewegungen einzuschränken, damit das Gewicht normalisiert werden kann. In der zweiten Therapiephase wird diese externale Kontrolle schrittweise an den jugendlichen Patienten übergeben. Zunächst noch unter Aufsicht der Eltern erhält er eine altersgemäße Autonomie über sein Ess- und Bewegungsverhalten zurück. In der dritten und letzten Phase verlagert sich der Fokus weg von der spezifischen Essstörungssymptomatik zu allgemeinen Problemen der Entwicklung im Jugendalter. Es wird besprochen, wie die AN typische Entwicklungsaufgaben in diesem Alter wie Autonomie, soziale Identität und Intimität beeinflusst hat und wie die Familie mit Schwierigkeiten in diesen Bereichen umgehen kann, zum Beispiel durch den Einsatz angemessener Problemlösestrategien. Fallbeispiel Behandlungsgeschichte einer 16-jährigen Patientin mit AN Die Patientin K erlebte ihren ersten Krankenhausaufenthalt wegen Unterernährung und Herzrhythmusstörungen im Alter von 14 Jahren. Nach zahlreichen Diäten hatte sie schließlich nur noch wenige, ausschließlich frische Lebensmittel gegessen, in Klammern zum Beispiel Obst, Joghurt. Sie nahm nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teil, erfand Ausreden für ihr eingeschränktes Essen, trieb täglich Sport, zog sich von Freunden zurück und verlor innerhalb kurzer Zeit sehr stark an Gewicht. Durch mehrere Krankenhausaufenthalte konnte sie ihr Gewicht wieder stabilisieren, erlitt aber nachfolgend Rückfälle. Seit acht Monaten ist K. mit ihren Eltern in familienbasierter Therapie. Nachdem im ersten Schritt durch eine Planung von Mahlzeiten und Kalorienmenge Beaufsichtigung des Essens durch die Eltern und einen Belohnungsplan eine erfolgreiche Stabilisierung und Zunahme des Gewichts erreicht werden konnte, wurde ihr in einem zweiten Schritt zunehmend die Kontrolle über die eigene Ernährung übergeben, sodass sie selbst Nahrungsmittel auswählen und allein essen darf. In einem dritten Schritt setzt sich die Familie im Rahmen der Therapie nunmehr verstärkt mit familiären Konflikten und Sorgen auseinander. K. ist inzwischen wieder normalgewichtig. Fallbeispiel Ende Wenn möglich sollte die Therapie der AN im ambulanten Setting stattfinden, um einen Transfer des Gelernten in den Alltag zu erleichtern. Bei einer Verschlechterung der Symptomatik bzw. bei Nichtansprechen auf die ambulante Therapie sollten jedoch intensivere Behandlungsangebote erwogen werden. Für gut motivierte Patienten ohne Komorbidität und mit nur mäßigem Untergewicht kann eine Aufnahme in eine Tagesklinik den ambulanten Therapieprozess unterstützen. Indikationen für eine stationäre Behandlung sind unter anderem gravierendes Untergewicht, rapider oder anhaltender Gewichtsverlust trotz Behandlung, schwere bulimische Symptomatik, ausgeprägte psychische Komorbidität sowie körperliche Gefährdung oder Komplikationen. Auch bei langen Wartezeiten auf eine ambulante Therapie kann ein stationärer Aufenthalt geeignet sein, um eine Chronifizierung zu verhindern. Teilabschnitt 6.1.7 Evidenzbasierung Die Therapieforschung im Bereich der AN stützt sich zu einem großen Teil auf klinische Erfahrungen. Kontrollierte Therapiestudien liegen kaum vor. Die bisherigen Ergebnisse unterstützen insgesamt ein multidisziplinäres, multimodales Vorgehen, das neben der psychologischen Komponente medizinische, ernährungswissenschaftliche sowie soziale Komponenten beinhaltet. Im Hinblick auf die psychotherapeutische Behandlung der AN erweist sich die KVT als überlegen gegenüber einer reinen Ernährungsberatung sowie gegenüber der interpersonellen Therapie in Klammern IPT. Im Vergleich zu einer unspezifischen Behandlung in Klammern Treatment as usual zeigt sich die KVT als genauso wirksam, während die IPT deutlich weniger effektiv ist. Erste Ergebnisse zur Effektivität der transdiagnostischen Therapie sind vielversprechend, wobei bislang keine Ergebnisse zur Behandlung untergewichtiger Patienten vorliegen. Für Patienten im Jugendalter erweist sich die familienbasierte Therapie nach dem Mordsleermodell als effektiver als Standardbehandlung und auch als andere Ansätze, in Klammern zum Beispiel psychodynamische Ansätze. Bei älteren Patienten oder jenen mit einer längeren Erkrankungsgeschichte ist die Wirksamkeit der familienbasierten Therapie mit der von KVT und psychodynamischen Therapien vergleichbar. Eine pharmakologische Behandlung mit Antidepressiva, in Klammern selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, zum Beispiel Fluoxetin, erwies sich bei untergewichtigen Patienten als wirkungslos. Erste Hinweise, dass Antidepressiva zur Aufrechterhaltung des normalisierten Gewichts beitragen, konnte nicht bestätigt werden und ihre Wirksamkeit klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 6.2 Bulimia Nervosa von Anja Hilbert Teilabschnitt 6.2.1 Beschreibung des Störungsbildes Kehrmerkmal der Bulimia Nervosa in Klammern BN sind wiederkehrende Essanfälle, in deren Rahmen die betroffenen Personen eindeutig größere Nahrungsmengen essen als andere unter vergleichbaren Umständen und dabei einen Kontrollverlust über ihr Essverhalten erleben. Um einer Gewichtszunahme gegenzusteuern, setzen die betroffenen Personen regelmäßig unangemessene kompensatorische Verhaltensweisen ein. Beispielsweise führen sie Erbrechen selbst herbei, nehmen abführende oder entwässernde Mittel ein, in Klammern Purging-Verhalten, siehe Definition, fasten oder betätigen sich körperlich übermäßig. Oft versuchen Personen mit BN zwischen den Essanfällen ihre Nahrungsaufnahme einzuschränken, sodass ihr Essverhalten häufig durch Wechsel zwischen gezügelten Essverhalten und Essanfällen gekennzeichnet ist. Bei Essanfällen nehmen Personen mit BN teilweise mehrere tausend Kilokalorien zu sich. Definition Unter Purging-Verhalten versteht man kompensatorische Maßnahmen, die einer Gewichtszunahme gegensteuern sollen, wie selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Missbrauch von Laxantien, in Klammern Abfüllmitteln, Diuretika, in Klammern Entwässerungsmittel, anderen Arzneimitteln oder Klistieren, in Klammern Einläufen. Davon abzugrenzen sind weitere kompensatorische Verhaltensweisen, die nicht zum Purging-Verhalten zählen, wie Fasten und übermäßige körperliche Betätigung. Definition Ende Das Körpergewicht liegt bei der BN im Allgemeinen im unauffälligen Bereich. Unabhängig von ihrem objektiven Gewicht leiden die Betroffen jedoch unter einem negativen Körperbild. So haben sie starke Figur- und Gewichtsorgen und ihr Selbstwertgefühl wird übermäßig von Figur und Gewicht beeinflusst. Zur spezifischen Essstörungspsychopathologie zählen außerdem Sorgen um das Essen, die sich beispielsweise in der Angst vor einem Kontrollverlust oder in Schuldgefühlen nach dem Essen äußern können, und ein gezühlter Essstil, der von starren Diätregeln gekennzeichnet sein kann. Über die Essstörungspsychopathologie hinaus geht die BN mit einer erhöhten allgemeinen Psychopathologie in Klammern zum Beispiel Depressivität und psychischen Komorbidität einher. Besonders affektive Störungen, Angststörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen und Persönlichkeitsstörungen in Klammern vor allem die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, anankastische in Klammern zwanghafte Persönlichkeitsstörung und die ängstliche in Klammern vermeidende Persönlichkeitsstörung treten häufig gemeinsam mit einer BN auf. Psychosoziale Anpassung und Lebensqualität sind in der Regel erheblich beeinträchtigt. Als Folge des Purging-Verhaltens können zahlreiche medizinische Komplikationen auftreten, darunter Elektrolytstörungen in Klammern zum Beispiel Kaliummangel, Zahnschädigungen, Schwellungen der Speicheldrüsen, Entzündungen der Speiseröhre, Herzarrhythmien, Risse der Speiseröhre oder des Magendarmtraktes und Nierenfunktionsstörungen. Teilabschnitt 6.2.2 Diagnostische Kriterien Die Klassifikation der BN nach der ICD-10 ist in Tabelle 6.2 im gedruckten Buch dargestellt. Zusätzlich zu dem Hauptmerkmal der Essanfälle sind die zwanghafte Qualität des Umgangs mit dem Essen, kompensatorische Verhaltensweisen und ein negatives Körperbild als diagnostische Kriterien definiert. Für die Praxis In der Praxis kann es schwierig sein, die BN von der Binge-Eating-Störung in Klammern BES, siehe Kapitel 6.3 im gedruckten Buch, differenzial diagnostisch abzugrenzen, wenn die Betroffenen ausschließlich durch Fasten versuchen, einer Gewichtszunahme gegenzusteuern. Die BES ist ebenfalls durch wiederkehrende Essanfälle gekennzeichnet, die im Unterschied zur BN nicht mit regelmäßigen, unangemessenen kompensatorischen Maßnahmen einhergehen. Um die Unangemessenheit der kompensatorischen Maßnahmen einzuschätzen, sollte detailliert nach kompensatorischen Maßnahmen und Merkmalen eines gezügelten Essverhaltens gefragt werden. In Klammern zum Beispiel zur Figur oder Gewichtskontrolle aufgestellte Diätregeln, Auslassen von Mahlzeiten oder Fasten, welche bei der BN stärker ausgeprägt sind als bei der BES. Praxisteilende Teilabschnitt 6.2.3 Diagnostik Im Rahmen der psychologischen Diagnostik der BN werden durch Explorationen mit den Patienten die Essstörungs- und die allgemeine Psychopathologie erhoben und klassifiziert. In der Differentialdiagnostik ist die BN von den Essstörungen BS und Anorexia Nervosa in Klammern AN sowie von anderen psychischen Störungen abzugrenzen, in deren Rahmen vermehrtes Essen auftreten kann. In Klammern Affektive Störungen, Anpassungsstörungen, emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Die Körperdysmorphophobestörung unterscheidet sich von der BN darin, dass sich die körperbezogenen Sorgen auf spezifische Körperteile beziehen und nicht ausschließlich auf Figur und Gewicht. Auch Appetit verändernde medizinische Konditionen sind für die Diagnosestellung abzuklären, in Klammern zum Beispiel Klein-Eleven-Syndrom. Für die Praxis Essanfälle und gegensteuernde Verhaltensweisen sind für die Betroffenen häufig schambesetzt und werden von ihnen verheimlicht. Beim Erfragen dieser Essstörungssymptome sind daher besondere Einfühlsamkeit und Fingerspitzengefühl gefordert. Auch ein sensibler Umgang mit dem Körpergewicht ist angezeigt, dass sich die Patienten häufig wegen ihres Gewichts schämen oder schuldig fühlen. Praxisteilende Eine standardisierte Erfassung der Essstörungsproblematik wird durch strukturierte klinische Interviews und Selbstbeurteilungsfragebögen ermöglicht. Zwar ist die Durchführung von klinischen Interviews aufwendiger als von Selbstbeurteilungsfragebögen, doch zeichnen sich erstere durch eine höhere Reliabilität und Validität aus und können zur Diagnosestellung eingesetzt werden. Beispiele für strukturierte Essstörungsinterviews sind das Eating Disorder Examination in Klammern EDE und das strukturierte Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Expertenbeurteilung in Klammern SIAP-X kann man sie auch Kapitel 6.1.3 Zu diesen beiden Interviews liegen entsprechende Selbstbeurteilungsfragebögen vor in Klammern Eating Disorder Examination Questionnaire EDEQ strukturiertes Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Selbsteinschätzung in Klammern SIAP-S Ein weiteres wichtiges Instrument für die Selbstbeschreibung des Essverhaltens sind Ernährungsprotokolle wie zum Beispiel das Marburger Ernährungsprotokoll Dabei wird der Patient angeleitet zumeist über mehrere Tage hinweg die Art und Menge verzehrter Nahrungsmittel und Getränke Uhrzeit, Kontext Stimmung, Kontrollverlust Essanfälle und kompensatorische Maßnahmen zu protokollieren Fallanalyse Ernährungsprotokoll In Ernährungsprotokollen von Patienten mit BN wird häufig ein dichotomes Essverhalten sichtbar das zwischen extremer Nahrungsrestriktion und Überessen während Essanfällen alterniert Essanfälle treten häufig in negativen Stimmungslagen auf In Klammern sie Tabelle 6.3 im gedruckten Buch Fallstudie Ende Die medizinische Diagnostik von Patienten mit BN umfasst eine medizinische Anamnese eine körperliche Untersuchung unter anderem von Blutdruck Puls Körpergewicht und Größe Routine-Laboruntersuchungen zu Elektrolytveränderungen und Störungen des Säuren-Basen-Haushaltes eine Abklärung von Herzrhythmusstörungen und weitere Untersuchungen bei spezieller Indikation zum Beispiel Nierenfunktionstest Teilabschnitt 6.2.4 Epidemiologie Störungsbeginn Äthiologie und Verlauf Die Lebenszeitprävalenz der BN liegt bei 1% der erwachsenen Bevölkerung Von jungen Frauen im Alter von 16 bis 35 Jahren leiden 1 bis 2% unter einer BN in Klammern Punktprävalenz Frauen sind deutlich häufiger von einer BN betroffen als Männer in Klammern im Verhältnis 9 zu 1 Der Beginn der Störung liegt etwa im Alter von 18 bis 19 Jahren dabei gehen der Entstehung von S-Anfällen meistens Phasen des Diäthaltens voraus Der Verlauf der BN kann chronisch oder intermittierend sein und sie besteht in der Regel über mehrere Jahre Bei der Entstehung der BN spielen sowohl biologische als auch psychosoziale Risikofaktoren eine Rolle Familien- und Zwillingsstudien weisen auf eine familiäre Häufung von S-Anfällen hin was eine genetische Prädisposition für die BN nahelegt Zu den psychosozialen Risikofaktoren der BN zählen prämorbide aversive Erfahrungen in Klammern zum Beispiel psychischer oder sexueller Missbrauch familiäre Probleme in Klammern zum Beispiel Vernachlässigung und psychische Vulnerabilität in Klammern zum Beispiel negative Selbstbewertung Schüchternheit Als störungsspezifische Risikofaktoren für die Entstehung einer BN im Vergleich zu anderen psychischen Störungen wurden figur- und gewichtsbezogene Kritik familiäre Essprobleme sowie Adipositas in der Kindheit identifiziert Im Vergleich zu anderen Essstörungen ließen sich bislang nur wenige Unterschiede in der Ideologie ausmachen Teilabschnitt 6.2.5 Störungsmodell Kognitiv-behaviorale Störungsmodelle sind grundlegend für die Psychotherapie der BN Wie für die Anorexia Nervose ausgeführt besagt das Aufrechterhaltungsmodell der BN dass ein negatives Körperbild die betroffene Person zu einer extremen und rigiden Einschränkung der Nahrungsaufnahme veranlasst um Figur oder Gewicht zu kontrollieren in Klammern Sie Abbildung 6.1 in Kapitel 6.1.5 des gedruckten Buches Die Nahrungseinschränkung erzeugt physiologisch einen Zustand der Mangelernährung oder induziert Heißhunger was zu Essanfällen führt Psychologisch dienen Essanfälle auf der Bewältigung von negativem Affekt Außerdem kann eine Verletzung von Diätregeln im Sinne einer Abstinenzverletzung negativ bewertet werden und dadurch vermehrtes Essen zur Folge haben Essanfälle lösen Figur- und gewichtsbezogene Ängste aus die durch kompensatorisches Verhalten kurzfristig reduziert werden können Langfristig werden Essanfälle und Kompensationsverhalten das negative Körperbild jedoch immer wieder verstärken und somit aufrechterhalten Da die Regulation von Hunger und Sättigung durch die extreme Nahrungsrestriktion beeinträchtigt ist setzt sich dieser Teufelskreis weiter fort Wie für die Anorexia Nervosa in Kapitel 6.1.5 beschrieben können bei einigen Personen mit BN weitere Faktoren die Aufrechterhaltung der bulimischen Symptomatik beeinflussen Dazu zählen ein klinisch signifikanter Perfektionismus ein grundlegend geringes Selbstwertgefühl Affektregulationsdefizite und interpersonelle Probleme Diese Faktoren wurden im transdiagnostischen Modell einer Erweiterung des kognitiv-behavioral Modells konzeptualisiert Dieses Modell geht davon aus dass die BN und die anderen Essstörungen von ähnlichen psychopathologischen Prozessen aufrechterhalten werden Teilabschnitt 6.2.6 Therapie Zur Therapie der BN dienen psychologische Psychotherapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT und die interpersonelle Psychotherapie in Klammern IPT sowie weitere psychologische Behandlungsansätze die von der KVT abgeleitet wurden Dazu zählen auf kognitiv-behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeprogramme die zumeist in Buchform angeboten werden und die dialektisch-behaviorale Psychotherapie An pharmakologischen Behandlungen haben sich Antidepressive in der Akutbehandlung der BN bewährt Erste Anwendungen familienbasierter Therapie von Jugendlichen mit BN und deren Familien auf der Grundlage des Mordslehransatzes liegen vor In Klammern für eine detaillierte Beschreibung Kapitel 6.1.6 Die Therapie der BN findet üblicherweise ambulant statt Eine Indikation für eine stationäre Therapie besteht unter anderem bei Suizidalität und Selbstgefährdung oder schwerer Essstörungs- oder komorbider Symptomatik die ambulant nicht hinreichend versorgt werden kann Bei der KVT werden die spezifischen Aufrechterhaltungsfaktoren der BN behandelt In der Regel findet die Behandlung mit etwa 20 Sitzungen ambulant und in Einzeltherapie statt wobei auch Gruppenformate ausgearbeitet wurden Die KVT der BN erfolgt in drei Behandlungsphasen In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines gesunden Essverhaltens Aufbau und auf Psychoedukation in Klammern zum Beispiel zur Vermittlung von Ernährungswissen werden im Rahmen des Ernährungsmanagements Ernährungsprotokolle genutzt um über in Anführungszeichen strukturierte Esstage ein gesundes Essverhalten aufzubauen Das Ernährungsmanagement zielt darauf ab die Regelmäßigkeit des Essverhaltens und die Nahrungsmenge unter Berücksichtigung der Ausgewogenheit des Essens schrittweise zu erhöhen In dieser Therapiephase lernen die Patienten Nahrungsmittel die Essanfälle auslösen zu vermeiden und Verhaltensweisen einzuüben die mit Essanfällen inkompatibel sind in Klammern zum Beispiel spazieren gehen Außerdem werden die Patienten dazu aufgefordert sich einmal pro Woche zu wiegen jedoch nicht häufiger um eine übermäßige Gewichtskontrolle zu vermeiden Die zweite Phase dient der Identifikation und Modifikation dysfunktionaler Gedanken und Schemata über Figur Gewicht und Essen durch kognitive Umstrukturierung Ein Erwerb neuer Fähigkeiten in Klammern zum Beispiel Problemlösen und soziale Kompetenzen dient der Bewältigung spezifischer Probleme Nahrungsmittel die häufig zur Auslösung von Essanfällen führen werden in dieser Phase wieder in die Mahlzeitenplanung einbezogen In der dritten Phase schließlich soll das bisher Gelernte gefestigt und in den Alltag übertragen werden Realistische Erwartungen über mögliche Rückfälle werden aufgebaut und Strategien zur Prävention von bzw. zum Umgang mit Rückfällen erarbeitet Zur Behandlung des negativen Körperbildes das einen wesentlichen Aufrechterhaltungsfaktor der BN darstellt und Erweiterungen der KVT entwickelt die Exposition mit Reaktionsverhinderung einsetzen Danach werden Patienten im Rahmen von Spiegel oder Videoexpositionen in Klammern Siehex Kurs beispielsweise dazu angeleitet sich mit ihrem eigenen körperlichen Erscheinungsbild auseinanderzusetzen um eine Habituation körperbezogener Ängste zu erzielen Eine auf dem transdiagnostischen Modell beruhende Erweiterung der KVT die transdiagnostische Therapie in Klammern Siehe Kapitel 6.1.6 umfasst optionale Module zur Behandlung eines klinisch signifikanten Perfektionismus eines grundlegend geringen Selbstwertgefühls von Affektregulationsdefiziten und von interpersonellen Problemen Exkursstart Spiegelexposition Die Spiegelexposition dient als Übung um starke körperbezogene Ängste und Vermeidung zu behandeln Über mehrere Sitzungen hinweg wird der Patient dazu aufgefordert sich lang andauernd in einem Ganzkörperspiegel zu betrachten In der ersten Sitzung trägt der Patient dabei Alltagskleidung In weiteren Sitzungen wird entsprechend eines graduierten Vorgehens immer figurbetontere Kleidung verwendet bis der Patient sich zuletzt in Gymnastikkleidung betrachtet Während der Spiegelexposition wird der Patient durch den Therapeuten angeleitet seine Aufmerksamkeit sukzessive auf alle Körperteile zu richten Dabei verwendet der Therapeut gezielte Fragen zu den einzelnen Körperteilen und achtet darauf dass der Patient so objektiv und so neutral wie möglich beschreibt was er sieht zu den Augen zum Beispiel wie sehen ihre Augen aus sind ihre Augen geschminkt was strahlen ihre Augen insgesamt aus sehen sie wach oder müde aus haben sie einen offenen oder verschlossenen Blick Exkurs Ende Teilabschnitt 6.2.7 Evidenzbasierung Aufgrund zahlreicher kontrollierter Behandlungsstudien gilt die KVT als die am besten belegte wirksamste psychologische Psychotherapieform zur Behandlung der BN zusammenfassend siehe High et Ali 2009 Im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen bewirkt die KVT eine signifikant größere Remission der S-Anfallsymptomatik in Klammern Risk Ratio 0,67 das heißt ein geringeres Risiko von S-Anfällen in der KVT als in der Kontrollgruppe Auch die assoziierte S-Störungssymptomatik und allgemeine Psychopathologie sind signifikant verbessert In Klammern standardisierte Mittelwertdifferenz minus 0,80 bis minus 1,01 Langfristig bleiben etwa ein Drittel bis die Hälfte der Patienten mit BN remittiert Bei nicht remittierten Patienten ist die Symptomatik nicht bis erheblich verbessert Die KVT führt zu einer signifikant größeren Remission von S-Anfällen als jegliche andere Psychotherapieform in Klammern Risk Ratio 0,83 Allerdings unterscheidet sich die Wirksamkeit in Bezug auf weitere S-Störungssymptome und die allgemeine Psychopathologie nicht in Klammern standardisierte Mittelwertdifferenz minus 0,14 bis minus 0,48 Im Vergleich zur IPT ist die KVT in der Behandlung der BN schneller wirksam bei der Reduktion von S-Anfällen und kompensatorischem Verhalten wobei beide Therapieformen langfristig gleichermaßen effektiv sind Antidepressiver zum Beispiel selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer haben neben einer stimmungsaufhellenden Wirkung einen Effekt auf die Reduktion von S-Anfällen und Purging verhalten Insgesamt sind diese Verbesserungen jedoch weniger substanziell als die der KVT und eine langfristige Wirksamkeit wurde nicht dokumentiert Eine Kombination von KVT und Antidepressiver zeigt wenig konsistente Vorteile im Vergleich zur KVT ohne Antidepressiver Die KVT wird im Allgemeinen von Patienten besser akzeptiert als eine Antidepressive Behandlung und führt zu weniger Therapieabbrüchen Nur der selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer Fluoxetin ist in Deutschland in Kombination mit Psychotherapie zur Behandlung der BN zugelassen Erste Wirksamkeitsbelege liegen zudem vor für die dialektisch behaviorale Psychotherapie für die familienbasierte Therapie und kognitiv behaviorale Selbsthilfeansätze Auf kognitiv behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeansätze können insbesondere wenn sie professionell unterstützt werden für Patienten mit BN zumindest teilweise hilfreich sein zum Beispiel während des Wartens auf eine Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogoll Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 6.3 Binge-Eating-Störung von Anja Hilbert Teilabschnitt 6.3.1 Beschreibung des Störungsbildes Definition Die Binge-Eating-Störung in Klammern BES zeichnet sich hauptsächlich durch wiederkehrende Essanfälle aus, in deren Rahmen die Betroffenen eindeutig größere Nahrungsmengen als andere unter vergleichbaren Umständen essen und dabei einen Kontrollverlust über ihr Essverhalten erleben. Definition Ende Im Unterschied zur Bulimia nervosa in Klammern Siehe Kapitel 6.2 folgen auf die Essanfälle bei der BES jedoch nicht regelmäßig unangemessene kompensatorische Maßnahmen, um einer Gewichtszunahme gegenzusteuern, wie selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Missbrauch von Laxantien in Klammern Abführmitteln oder Diuretika in Klammern Entwässerungsmitteln. Auch ein gezügeltes Essverhalten mit der Absicht, Figur oder Gewicht zu kontrollieren, ist weniger stark ausgeprägt. Die Essanfälle bei der BES treten vielmehr vor dem Hintergrund chaotische Essgewohnheiten und einer allgemeinen Tendenz zum Überessen auf. Die BES geht häufig mit Übergewicht und Adipositas in Klammern Fettleibigkeit einher, kann aber auch bei normalgewichtigen Personen auftreten. Wie Personen mit Bulimia nervosa leiden Personen mit BES unabhängig vom Körpergewicht unter einem negativen Körperbild, beispielsweise starken Figuren Gewichtssorgen. Die erhöhte spezifische Essstörungspsychopathologie äußert sich darüber hinaus häufig in Sorgen um das Essen, Angst vor Kontrollverlust oder Schuldgefühlen nach dem Essen. Die BES ist zudem mit einer erhöhten allgemeinen Psychopathologie in Klammern zum Beispiel Depressivität, Ängstlichkeit, psychischen Komorbidität, in Klammern affektive Störungen, Angststörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen und erhöhten Raten an Persönlichkeitsstörungen verbunden, in Klammern vor allem emotional instabile Persönlichkeitsstörungen, anankastisch in Klammern zwanghafte Persönlichkeitsstörungen, ängstliche in Klammern vermeidende Persönlichkeitsstörungen. Die BES bringt erhebliche Beeinträchtigungen in der psychosozialen Anpassung und Lebensqualität mit sich. Die Lebensqualität wird nicht nur durch die Symptomatik der BES, sondern auch durch gewichtsbezogene Stigmatisierung und soziale Diskriminierung beeinträchtigt, denen übergewichtige und adipöse Menschen in einer Vielzahl von Lebensbereichen ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist durch eine komorbide Adipositas das Risiko für medizinische Komplikationen wie Diabetes mellitus Typ 2, koronare Herzkrankheit oder Bluthochdruck erhöht. Teilabschnitt 6.3.2 Diagnostische Kriterien Die BES wurde 1994 erstmals als Forschungsdiagnose in das DSM Römisch 4 aufgenommen. Gemäß ICD-10 und DSM Römisch 4 TR ist sie als nicht näher bezeichnete Essstörung zu klassifizieren. In Klammern siehe Tabelle 6.4 im gedruckten Buch. Eine Adipositas wird nach den Leitlinien der Deutschen Adipositas-Gesellschaft in Klammern 2007 anhand des Body Mass oder Körper Massenindex klassifiziert. In Klammern BMI in Kilogramm pro Quadratmeter Ab einem BMI von größer gleich 30 Kilogramm pro Quadratmeter ist eine Adipositas Grad 1 zu diagnostizieren. Das Risiko für medizinische Komorbidität und Mortalität steigt mit dem Grad der Adipositas in Klammern Grad 2 BMI 35,0 bis 39,9 Kilogramm pro Quadratmeter Grad 3 BMI größer gleich 40 Kilogramm pro Quadratmeter Teilabschnitt 6.3.3 Diagnostik Die BES ist in der Differentialdiagnostik von den Essstörungen Anorexia und Bulimianervosa von weiteren psychischen Störungen in deren Rahmen Essanfälle oder vermehrtes Essen auftreten können in Klammern zum Beispiel affektive Störungen Anpassungsstörungen Borderline-Persönlichkeitsstörungen und von Appetit verändernden medizinischen Störungen abzugrenzen in Klammern zum Beispiel kleine Levine-Syndrom Des Weiteren ist die BES von der Körperdysmorphenstörung abzugrenzen bei der sich die körperbezogenen Sorgen auf spezifische Aspekte des eigenen körperlichen Erscheinungsbildes nicht aber ausschließlich auf Figurengewicht beziehen In der Diagnostik der BES werden über die Exploration mit den Patienten die Essstörungs- und allgemeine Psychopathologie erhoben und klassifiziert Zur standardisierten Erfassung der Essstörungssymptomatik liegen strukturierte Essstörungsinterviews wie das Eating Disorder Examination in Klammern EDE sowie Selbstbeurteilungsfragebögen vor in Klammern zum Beispiel Eating Disorder Examination Questionnaire EDEQ in Klammern siehe Kapitel 6.1.3 und 6.2.3 Weiterhin sollte der Patient angeleitet werden in Ernährungsprotokollen die Art und Menge verzerrter Nahrungsmittel und Getränke Uhrzeit Kontext Stimmung Kontrollverlust sowie Essanfälle und gegebenenfalls kompensatorisches Verhalten zu dokumentieren Der BMI sollte zur Einschätzung des medizinischen Risikos über eine Gewichts- und Größenmessung bestimmt werden in Klammern siehe Kapitel 6.2.3 Teilabschnitt 6.3.4 Epidemiologie Störungsbeginn Ethiologie und Verlauf Etwa 3% der erwachsenen Bevölkerung erkranken in ihrem Leben an einer BES in Klammern Lebenszeit Prävalenz Die 12-Monats-Prävalenz beträgt 1,2% Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichener als bei anderen Essstörungen mit einem Verhältnis weiblicher zu männlicher Betroffener von 3 zu 2 Der Störungsbeginn liegt etwa im Alter zwischen 20 und 30 Jahren Bei einem Teil der Betroffenen treten Essanfälle jedoch bereits im Kindesalter auf Etwa bei der Hälfte der Betroffenen entwickeln sich Essanfälle ohne vorheriges Diäthalten Der Verlauf der BES kann fluktuierend oder chronisch sein Die Symptomatik einer BES sagt gerade im Kindes- und Jugendalter einen überproportionalen Gewichtsanstieg voraus Bei der Entstehung der BES wirken biologische und psychosoziale Risikofaktoren zusammen Familien- und Zwillingsstudien legen eine genetische Prädisposition von Essanfällen nahe Als psychosoziale Risikofaktoren der BES wurden retrospektiv prämorbider aversiver Erfahrungen in Klammern zum Beispiel physischer oder sexueller Missbrauch familiäre Probleme in Klammern zum Beispiel Kritik wenig Zuwendung und psychische Vulnerabilität identifiziert in Klammern zum Beispiel negative Selbstbewertung Schüchternheit Figur- und gewichtsbezogene Kritik familiäre Probleme in Klammern zum Beispiel familiäre Es-Probleme sowie Adipositas in der Kindheit erwiesen sich als störungsspezifische Risikofaktoren für die Entstehung einer BES im Vergleich zu anderen psychischen Störungen Im Vergleich zu den anderen Es-Störungen ließen sich bislang nur wenige Unterschiede in der Äthiologie finden Teilabschnitt 6.3.5 Störungsmodell Das Störungsmodell der BES in Klammern Sieerabbildung 6.2 im gedruckten Buch umfasst mehrere aufrechterhaltende Faktoren Ein negatives Körperbild das in starken Figur- und Gewichtssorgen bestehen kann führt danach zu versuchen die Nahrungsaufnahme einzuschränken um das Gewicht zu regulieren Dies im Vergleich zur Bulimia nervosa und Anorexia nervosa moderaten Versuche der Nahrungseinschränkung die beispielsweise in einem Auslassen des Frühstücks bestehen können können physiologisch zu starkem Hunger führen der wiederum das Auftreten von Essanfällen begünstigt Psychologisch kann diese Abstinenzverletzung negativ bewertet werden was vermehrtes Essen nach sich zieht Außerdem stellen Essanfälle häufiger einen Versuch dar negativen Affekt zu bewältigen der aus alltäglichen Anforderungen resultiert Essanfälle treten teilweise jedoch auch unter positivem Affekt auf Auf einen Essanfall folgen meist Schuldgefühle die wiederum das negative Körperbild verstärken da Essanfälle mit Gewichtszunahme assoziiert werden Die Symptomatik der BES wird entsprechend des transdiagnostischen Modells einer Erweiterung des kognitiv-behavioralen Modells häufig durch zusätzliche Faktoren aufrechterhalten darunter ein klinisch signifikanter Perfektionismus ein grundlegend geringes Selbstwertgefühl Affekt Regulationsdefizite und interpersonelle Probleme Das transdiagnostische Modell geht dabei grundsätzlich davon aus dass Aufrechterhaltungsprozesse bei der BES und den anderen Essstörungen ähnlich sind in Klammern Siehe Kapitel 6.1 und 6.2 Teilabschnitt 6.3.6 Therapie Zur Psychotherapie der BES stehen psychologische Psychotherapieeinsätze wie die kognitive Verhaltenstherapie in KVT und die interpersonelle Psychotherapie in Klammern IPT zur Verfügung sowie weitere von der KVT abgeleitete Behandlungsansätze wie Selbsthilfeprogramme zumeist in Buchform und die dialektisch-behaviorale Psychotherapie Zur Gewichtsreduktionen kann eine Adipositas-Verhaltenstherapie durchgeführt werden der ebenfalls behaviorale Prinzipien zugrunde liegen An pharmakologischen Ansätzen haben sich Antidepressiva in der Akutbehandlung der BES als wirksam herausgestellt zum Beispiel der selektive Serotonin-Wiederaufnahme Hämmer Fluoxetin allerdings ist derzeit in Deutschland kein Medikament zur Behandlung der BES zugelassen Die KVT dient der Behandlung der spezifischen Aufrechterhaltungsfaktoren der BES Sie besteht aus drei Behandlungsphasen In der ersten Phase wird ein regelmäßiges gesundes Essverhalten aufgebaut Die zweite Phase wird zur Umstrukturierung dysfunktionaler Gedanken und Schemata sowie zum Aufbau neuer Skills genutzt Die dritte Phase dient schließlich der Aufrechterhaltung des Gelernten und zur Rückfallprophylaxe In Klammern für eine genauere Beschreibung der Phasen Siehe Kapitel 6.2.6 Fallbeispiel Kognitive Verhaltenstherapie einer 34-jährigen adipösen Patientin mit BES Erste Behandlungsphase In der ambulant durchgeführten KVT bestand das Ernährungsmanagement in der ersten Behandlungsphase darin zunächst einen danach weitere strukturierte Esstage pro Woche zu realisieren Dabei plante die Patientin jeweils drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten und richtete ihre Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung von Hunger- und Sättigungsgefühlen Sukzessive bearbeitete sie weitere Ernährungsziele zum Beispiel ausgewogener und entsprechend ihres Energiebedarfs zu essen Dabei traten Essanfälle in Verbindung mit Überforderungsgefühlen weiterhin episodisch auf Die Patientin nutzte das Ernährungsprotokoll um Auslöser von Essanfällen zu identifizieren und arbeitete daraufhin daran Stress im Alltag zu reduzieren Wesentlich dafür war es ein regelmäßiges Bewegungsverhalten aufzubauen Zweite Behandlungsphase In der zweiten Behandlungsphase führte die Patientin mehrmals Spiegelkonfrontationsübungen in jeweils figurbetonterer Kleidung durch in Klamassier Kapitel 6.2.6 Eine Videoexposition nutzte sie zum Experimentieren mit Körperausdruck und neuen Kleidungsstilen Während sich körperbezogene Ängste im Verlauf dieser Übungen abschwächten und das Selbstwertgefühl stieg hatte die Patientin in sozialen Situationen jedoch weiterhin Selbstzweifel Sie arbeitete daran in solchen Situationen negatives Denken in Bezug auf ihren Körper mit einem Körperbild Tagebuch zu identifizieren und kognitiv umzustrukturieren das heißt durch funktionaleres Denken zu ersetzen So identifizierte sie beispielsweise ein Alles-oder-Nichts-Denken denn sie wertete sich wenn sie mit Freunden oder Bekannten zusammentraf selbst aufgrund ihrer Fettleibigkeit fundamental ab während sie schlankere Menschen idealisierte Funktionaleres Denken hingegen bestand in einer Akzeptanz ihres Übergewichts bei weiteren Versuchen ihr Gewicht in den Griff zu bekommen Zudem gewann die Patientin eine größere Sicherheit in Bezug auf das Essen zum Beispiel indem sie in Anführungszeichen verbotene Nahrungsmittel mit flexibler Kontrolle einbezog was dazu führte dass Essanfälle ausblieben Darüber hinaus ging die Patientin regelmäßig zum Nordic Walking Training und ihr Gewicht stabilisierte sich Dritte Behandlungsphase In der dritten Behandlungsphase arbeitete die Patientin an einer Lösung interpersoneller Probleme im Alltag was auch zur Stressbewältigung beitrug Die Rückfallprophylaxe enthielt ferner das Planen von Verhaltensweisen für den Fall wiederauftretender Essanfälle Fallbeispiel Ende Verschiedene Erweiterungen der KVT liegen vor zum Beispiel die transdiagnostische Therapie nach Fairburn in Klamensier Kapitel 6.1.6 Im Unterschied zur KVT fokussiert die IPT durch Techniken wie Exploration Klärungstechniken oder Förderung von Affektausdruck vor allem auf eine Behandlung der interpersonellen Probleme in deren Kontext die BES auftritt Die dialektisch behaviorale Psychotherapie zielt hingegen darauf ab durch eine in Anführungszeichen dialektische Ausbalancierung von Akzeptanz und veränderungsfördernden Strategien Störungen der Affektregulation zu behandeln die die S-Anfallssymptomatik aufrechterhalten Eine komorbide Adipositas kann je nach Indikation verhaltenstherapeutisch pharmakologisch oder operativ behandelt werden Die Standardbehandlung ist zunächst die Adipositas Verhaltenstherapie die behaviorale Strategien wie Self-Monitoring oder Problemlösen einsetzt um die Energieaufnahme zu reduzieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu erhöhen Außer bei Vorliegen deutlicher medizinischer Komorbidität durch die Adipositas empfiehlt es sich die Gewichtsreduktion im Anschluss an die S-Störungsbehandlung durchzuführen Teilabschnitt 6.3.7 Evidenzbasierung Die KVT gilt als Standardbehandlung der BES Sie erbringt im Vergleich zur Nichtbehandlung eine substanzielle Verbesserung der S-Anfallssymptomatik in Klammern D gleich 0,82 der Assoziierten S-Störungspsychopathologie und der Allgemeinen Psychopathologie in Klammern D gleich 0,32 bis 0,98 Langfristig bleibt etwa die Hälfte der Patienten mit BES remittiert Bei nicht remittierten Patienten persistiert die Symptomatik oder verbessert sich Die KVT und die IPT erwiesen sich in der Behandlung der BES kurz- und langfristig als gleichermaßen wirksam Erweiterte Therapieformate führten nicht zu einer Wirksamkeitssteigerung Die Effekte von Antidepressiva zum Beispiel von selektiven Serotonin-Wiederaufnahme hämmern auf die Reduktion von S-Anfällen sowie die S-Störungspsychopathologie und allgemeine Psychopathologie sind vergleichsweise weniger substanziell und die langfristige Effektivität wurde nicht dokumentiert Auf kognitiv-behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeansätze zeigen mit professioneller Anleitung eine gute Wirksamkeit vor allem bei gering ausgeprägter Symptomatik Die dialektisch-behaviorale Psychotherapie erbrachte vielversprechende erste Wirksamkeitsbefunde In Bezug auf eine Gewichtsreduktion wurde bei adipösen Patienten mit BES gezeigt dass die KVT und die IPT das Körpergewicht langfristig stabilisieren Diejenigen Patienten die nach der Therapie keine S-Anfälle mehr hatten zeigten einen geringen Gewichtsverlust der langfristig aufrechterhalten werden konnte In Bezug auf eine Gewichtsreduktion war die Adipositas Verhaltenstherapie psychotherapeutischen Ansätzen kurzfristig aber nicht klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 7 Somatoforme Störungen Von Gabi Bleichard Abschnitt 7.1 Störungsbild und Klassifikation Unterabschnitt 7.1.1 Kernmerkmale Unter dem Begriff Somatoforme Störungen wird eine ganze Gruppe psychischer Störungen subsumiert Deren gemeinsames Merkmal sind körperliche Symptome und Beschwerden wie zum Beispiel Rücken- und Kopfschmerzen oder Verdauungsbeschwerden für die von Ärzten keine ausreichenden organischen Ursachen gefunden werden können Für eine Diagnosestellung müssen diese unklaren Körperbeschwerden darüber hinaus zu starker Beeinträchtigung führen und mindestens ein halbes Jahr vorliegen Bestehen bei Somatoformen Patienten zusätzliche organische Krankheitsfaktoren kann die Diagnose trotzdem vergeben werden wenn das Ausmaß der Beeinträchtigung oder die Art der Beschwerden deutlich in Anführungszeichen über das zu Erwartene hinausgehen Somatoforme Störungen dürfen allerdings nicht mit Simulationen verwechselt werden denn die Betroffenen leiden unter spürbaren körperlichen Missempfindungen Definition Bei Somatoformen Störungen handelt es sich um eine ganze Gruppe psychischer Störungen deren gemeinsames Merkmal körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Ursache sind Definition Ende Unterabschnitt 7.1.2 Differenzierung der einzelnen somatoformen Störungen Die Klassifikationssysteme DSM-Römisch 4-TR und ICD-10 unterscheiden eine ganze Reihe von Diagnosen innerhalb der Gruppe der Somatoformen Störungen Welche der Störungen vorliegt hängt vor allem von der Art und Anzahl der körperlichen Beschwerden ab Die wichtigsten Merkmale der einzelnen somatoformen Störungen werden im folgenden in Anlehnung an ICD-10 in Klammern Kapitel F4 Neurotische Belastungs- und somatoformen Störungen beschrieben Somatisierungsstörung Diese Störung gilt als der Prototyp der somatoformen Störungen Ihr Kernmerkmal sind multiple Beschwerden seit mindestens zwei Jahren Es müssen mindestens sechs körperliche Symptome aus mindestens zwei Organgruppen in Klammern gastrointestinal kardiovaskulär urogenital oder Haut- und Schmerzsymptome vorhanden sein Fallbeispiel Der 52-jährige Krankenpfleger Herr N. wird von seiner Hausärztin zur Psychotherapie geschickt Er leide unter verschiedensten körperlichen Beschwerden Ihm werde mehrmals wöchentlich unvermittelt sehr übel Zudem sähe er oft Schlieren wenn er den Blick bewege Im Magen- und Lendenwirbelsäulenbereich sowie in der Herzregion hätte er fast andauernd Schmerzen Wenn er sich körperlich anstrenge kommt ihm das Essen hoch Seine Hausärztin ein Orthopäde sowie ein Augenarzt hätten ihn umfangreich untersucht aber keine in Anführungszeichen richtigen Erklärungen finden können Die Problematik habe sich verschlimmert seit er im Krankenhaus auf eine andere Station versetzt wurde weil dort das Klima längst nicht so gut sei wie auf seiner alten Station Herr N. lebt allein Zu Hause könne er sich nicht gut entspannen weil seine Nachbarn in Klammern Familie mit Kindern und Hund sehr laut sein Fallbeispiel Ende Undifferenzierte Somatisierungsstörung Im Gegensatz zur Somatisierungsstörung genügt hier das Vorhandensein einer einzelnen unklaren Körperbeschwerde über einen Zeitraum von sechs Monaten Bevor diese Diagnose gewählt wird ist zu prüfen ob sich die Art und Anzahl der Beschwerden nicht besser spezifisch in eine Somatisierungs-, Schmerz-, autonome Funktions- oder Konversionsstörung einordnen lassen Somatoforme Schmerzstörung Um die Kriterien für die anhaltende somatoforme Schmerzstörung zu erfüllen muss ein schwerer Schmerz in einem Körperteil über mindestens sechs Monate anhaltender Hauptfokus der Aufmerksamkeit des Patienten sein Die Schmerzempfindung kann nicht adäquat organmedizinisch erklärt werden Somatoforme autonome Funktionsstörung Zentral bei der autonomen Funktionsstörung ist dass die körperlichen Beschwerden mit Symptomen einer vegetativen Erregbarkeit einhergehen Um die Kriterien zu erfüllen müssen Symptome autonomer Erregung aus mindestens einem der vorgegebenen Organsysteme vorhanden sein Kardiovaskuläres System Oberer und unterer Gastrointestinaltrakt Respiratorisches sowie Urogenitalsystem Weiterhin müssen mindestens zwei andere vegetative Symptome sowie mindestens ein weiteres Symptom aus einer vorgegebenen Liste zum Beispiel Brustschmerzen außergewöhnliche Ermüdbarkeit oder häufiger Stuhldrang geprüft werden Patienten mit Reizdarm oder Reizmagensyndrom können mit dieser Störung diagnostiziert werden Konversionsstörung Konversionssymptome lassen sich am besten lassen sich am besten mit dem Begriff Pseudoneurologisch umschreiben Pseudoneurologische Symptome machen den Anschein als läge eine neurologische Krankheit vor Patienten mit Konversionsstörung sind oft sehr eindrücklich zum Beispiel können sie ihre Beine nicht mehr bewegen oder haben Krampfanfälle ähnlich denen bei Epilepsien Die Konversionsstörung gehört in der ICD-10 zu den dissoziativen Störungen im DSM römisch 4-TR wird sie aber bei den Somatoformenstörungen eingeordnet Auch bei der Hypochondrie bestehen unklare körperliche Missempfindungen Sie unterscheidet sich aber deutlich von den bisher aufgeführten Somatoformenstörungen Die Betroffenen haben Angst oder leiden unter der Überzeugung eine ernsthafte Krankheit zu haben Die Krankheitsannahme beruht auf der Über- Fehlinterpretation körperlicher Empfindungen in Klammern zum Beispiel Angst Magenkrebs zu haben wegen häufiger Magenschmerzen Die Angst beziehungsweise Überzeugung muss mindestens ein halbes Jahr und trotz medizinischer Rückversicherung bestehen Fallbeispiel Hypochondrie Herr K. ist ein 54-jähriger selbstständiger Akademiker Er hat seit 10 Jahren Angst davor an Amyotrophalateralsklerose in Klammern ALS degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems zu leiden Die Ängste begannen kurz nachdem seine Mutter an ALS gestorben war Damals hatte er krankheitstypische Symptome an sich beobachtet vor allem Muskelzuckungen Kurzzeitige Beruhigung erfuhr er erstmalig durch eine ausführliche Untersuchung beim Neurologen der ihm sagte man könne keine Symptome von ALS bei ihm finden Nach ein paar Monaten entwickelte er jedoch neue Ängste vor anderen Krankheiten in Klammern Bodenkrebs Herzmuskelschwäche und auch die Angst vor ALS tauchte wieder auf Immer wenn er Schmerzen Muskelzuckungen oder Herzklopfen habe sei er extrem besorgt Meistens versuche er sich dann zunächst im Internet zu informieren denn es sei ihm peinlich so oft zu seinem Hausarzt oder Neurologen zu gehen aber alle ein bis zwei Monate werde die Angst so schlimm dass er dann direkt ohne Anmeldung zu seinen Ärzten gehe und auf eine Untersuchung dränge je aussagekräftiger die Untersuchung desto länger gehe es ihm gut im letzten Jahr habe er sich in einer Klinik für Diagnostik auf Selbstkostenbasis in Anführungszeichen ganz auf den Kopf stellen lassen In der ICD-10 wird die Körperdysmorphe Störung als Spezialform der Hypochondrie klassifiziert auch wenn beide Störungsbilder wenig gemeinsam haben die Betroffenen beschäftigen sich anhaltend mit einer angenommenen Entstellung oder Missbildung die von anderen nicht nachvollzogen werden kann häufig ist das Gesicht betroffen Unterabschnitt 7.1.3 Differentialdiagnostik Es gibt eine Reihe von Störungsbildern die man von den Somatoformen Störungen abgrenzen sollte dabei ist jedoch zu beachten dass auch hohe Komorbiditätsraten mit depressiven und Angststörungen vorliegen Organische Erkrankungen Gemäß ICD-10 und DSM Römisch 4-TR sind die Somatoformen Störungen Ausschlussdiagnosen das heißt organmedizinische Diagnosen müssen zuvor ausgeschlossen worden sein Üblicherweise leiden die Patienten schon jahrelang unter unklaren Beschwerden und sind von mehreren Ärzten umfangreich untersucht worden bevor es zur Diagnose einer Somatoformen Störung kommt In einigen Fällen können organische Erkrankungen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden beziehungsweise geht das Leiden der Patienten deutlich über das bei der jeweiligen Krankheit zu erwarten hinaus Modernere Ansätze und Diskussionen in Zusammenhang mit ICD-11 und DSM Römisch 5 entfernen sich vom Konzept der Somatoformen Störungen als medizinische Ausschlussdiagnostik und orientieren sich stärker an positiven psychologischen Kriterien Depressive Störungen Älteren Konzepten zufolge wurden somatoforme Störungen als eine Art unterdrückte Depression gesehen Ihnen wurde kein eigenständiger Störungskarakter beigemessen Empirisch konnte dieses Konstrukt nie ausreichend belegt werden Da jedoch die Kernsymptomatik von körperlichen Beschwerden einerseits und einer gedrückten Stimmung Antriebsarmut und Interessenverlust andererseits klar zu trennen ist, ist die diagnostische Abgrenzung verhältnismäßig leicht vorzunehmen Körperliche Beschwerden in Klammern zum Beispiel Kopfschmerzen die ausschließlich während depressiver Episoden auftreten sollten nicht als somatoform gewertet werden Angststörungen Treten körperliche insbesondere vegetative Symptome ausschließlich während Panikanfällen in Angstsituationen oder im Rahmen eines erhöhten Angst Arousals auf sollten diese nicht als somatoform gewertet werden Psychotische Störungen Vor allem im Rahmen von Floriden in Klammern symptomatisch voll ausgeprägten psychotischen Episoden können körperliche Missempfindungen auftreten die dann meist auch bizarrbildliche Beschreibungen erhalten in Klammern zum Beispiel Stahlgerüst im Bauch Ameisen im Gehirn Diese nennt man koanästhetische Halluzinationen und sie sind Teil einer psychotischen Symptomatik in Klammern siehe Kapitel 8 Band 1 Artifizielle Störungen und Simulation Hierbei handelt es sich um das absichtliche Erzeugen bzw. Vortäuschen körperlicher Symptome Im Fall der Simulation ist typischerweise ein offensichtlicher Vorteil für den Patienten in Klammern zum Beispiel finanzielle Entschädigungen beabsichtigt Bei artifiziellen Störungen in Klammern in schwerer Ausprägung auch Münchhausen Syndrom besteht vermutlich eine hohe Motivation die Krankenrolle einzunehmen und soziale Anerkennung für eine dramatische Leidensgeschichte zu erhalten In einigen Fällen ist die Abgrenzung von somatoformen Störungen zur Simulation nicht leicht zumal auch erstere zusätzlich dadurch überlagert werden können dass Patienten aufgrund der Symptome einen Vorteil für sich anstreben in Klammern zum Beispiel bei einem Rentenwunsch Abschnitt 7.2 Diagnostik Alle verbreiteten Interviewverfahren enthalten Fragen zur Diagnostik der somatoformen Störungen Als Diagnostische Interviews mit Expertenbeurteilung auf der Basis von DSM Römisch 4 stehen das Strukturierte Klinische Interview für DSM Römisch 4 in Klammern Skid und das Diagnostische Interview bei Psychischen Störungen in Klammern DIPs DIPs zur Verfügung Das Composite International Diagnostik Interview in Klammern CD ermöglichte eine Diagnostizierung nach DSM Römisch 4 und ICD 10 Die internationalen Diagnose Checklisten in Klammern IDCL für DSM Römisch 4 sowie ICD 10 bieten für geübte Diagnostiker eine ökonomische Alternative zu den klassischen Interviews Die Somatoform Disorder Schedules in Klammern SDS in der deutschen Version von Hiller und Rief sind das einzige Interviewverfahren das spezifisch auf die Gruppe der Somatoformen Störungen ausgerichtet ist Es ermöglicht eine ausführlichere über die diagnostischen Kriterien hinausgehende Exploration Anhand der Screenings für Somatoformen Störungen in Klammern SOMS gelingt das Vorscreening auf die spezifischen Somatoformen Störungen die Quantifizierung sowie die Verlaufsbeschreibung von Personen mit Somatoformen Störungen Es werden sowohl die Kriterien von DSM Römisch 4 als auch von ICD-10 berücksichtigt Das SOMS existiert in zwei verschiedenen Versionen die sich auf unterschiedliche Zeitfenster in Klammern zwei Jahre sieben Tage zur Verlaufsmessung beziehen Wesentlicher Bestandteil beider Versionen ist eine ausführliche Liste der nach DSM Römisch 4 und ICD-10 relevanten Somatoformen Symptome Der SOMS wurde sorgfältig evaluiert Zur Erhebung hypokondrischer Merkmale bietet sich der Witterly-Index an Es handelt sich um einen international verbreiteten Fragebogen der mit nur 14 Items eine ökonomische Erhebung in den drei Bereichen Krankheitsängste somatische Beschwerden und Krankheitsüberzeugung ermöglicht Die Scale wurde speziell zur Erfassung des Krankheitsverhaltens bei Patienten mit unklaren körperlichen Beschwerden entwickelt und validiert Sie erfasst die folgenden fünf Aspekte des Krankheitsverhaltens Verifizierung Verifizierung von Diagnosen Ausdruck der Beschwerden Medikamente Schrägstrich Behandlung Konsequenzen der Erkrankung Scanning Abschnitt 7.3 Epidemiologie und Verlauf Die Prävalenz für die Gruppe der somatoformen Störungen ist nur geringfügig kleiner als die für Depressive und Angststörungen In einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung lag die 12-Monats-Prävalenz für somatoforme Störungen bei 11% die Lebenszeit-Prävalenz bei 16,4% Die Auftretenshäufigkeiten für die einzelnen somatoformen Störungen gelten als nicht gut gesichert Für die Somatisierungsstörungen und die Hypochondrie wird von Prävalenzraten von bis zu 1% ausgegangen Die Konversionsstörung ist vermutlich noch seltener Mit Lebenszeit-Prävalenzen von 10-15% ist die Schmerzstörung die häufigste der somatoformen Störungen Somatoforme Störungen treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern Man geht von einem Verhältnis von etwa 2 zu 1 aus Bei Hypochondrie sind Männer und Frauen etwa gleich häufig betroffen Verschiedene Untersuchungen zeigen zudem Zusammenhänge mit niedriger sozialer Schicht und geringem Bildungsniveau Die Komorbidität mit anderen psychischen Störungen ist bei somatoformen Störungen eher die Regel als die Ausnahme In einer großen Therapiestudie an knapp 200 stark beeinträchtigten Patienten mit multiplen somatoformen Beschwerden betrug die Komorbidität mit depressiven Störungen 74% mit Angststörungen 28% Allgemeines von Komorbiditätsraten für affektive Störungen und mindestens 50% für Angststörungen von mindestens 30% auszugehen Die Komorbiditätsraten zu Persönlichkeitsstörungen gelten als weniger gesichert Zwar weisen einige Somatisierungspatienten Verhaltensweisen auf die für die histrionische Persönlichkeitsstörung typisch sind in Klammern theatralische dramatische Darstellung eine weit häufigere Komorbidität findet sich aber mit der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung In vielen Fällen beginnt die somatoforme Symptomatik in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter Häufig scheinen die vorherrschenden somatoformen Beschwerden im Verlauf der Störung zu wechseln In Untersuchungen finden sich Remissionsraten von 10-30% im Verlauf eines Jahres Je stärker die Störung ausgeprägt ist desto unwahrscheinlicher ist eine Remission Bei der Somatisierungsstörung ist ein vollständiger Rückgang aller Beschwerden nicht zu erwarten in Klammern auch nicht durch eine adäquat eingesetzte Psychotherapie Abschnitt 7.4 Äthiologie und Störungsmodell Somatoforme Störungen entstehen stets durch ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren Es wird davon ausgegangen dass biologische in Klammern das heißt psychophysiologische und neurobiologische kognitive emotionale und verhaltensbezogene Risikofaktoren zur Entstehung beitragen Zu biologischen Entstehungsfaktoren lässt sich sagen dass einzelne Zwillings- und Adoptionsstudien auf eine erbliche Komponente hinweisen deren Ausmaß nicht zuverlässig zu quantifizieren ist Ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse kommt den psychobiologischen Auffälligkeiten zu So finden sich bei Patienten mit somatoformen Störungen Auffälligkeiten im Serotonin Haushalt abweichende Cortisol Aufwachwerte und immunologische Veränderungen die gegenläufig zu denen bei depressiven Patienten zu sein scheinen Auf der kognitiv-perzeptuellen Ebene wird dem Modell der somatosensorischen Verstärkung große Bedeutung beigemessen in Klammern siehe Exkurs Exkurs Modell der somatosensorischen Verstärkung Somatosensorische Verstärkung spielt vermutlich eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung eventuell auch bei der Entstehung somatoformer Störungen Das Modell wurde bereits 1979 zunächst für die Hypochondrie postuliert später auf alle somatoformen Störungen generalisiert in Klammern Vergleiche Barski 1992 Es enthält zwei Kernkomponenten eine Hypervigilanz in Klammern erhöhte Aufmerksamkeitsfokussierung auf körperliche Empfindungen die Tendenz diese Empfindungen als schädlich und beeinträchtigend zu interpretieren durch die Kombination aus körperorientierter Wahrnehmung und dysfunktionaler Bewertung beziehungsweise Überbewertung körperlicher Empfindungen entsteht ein Teufelskreis Je mehr schrägstrich intensiver körperliche Empfindungen wahrgenommen werden desto mehr Anlass bietet dies für eine dysfunktionale Interpretation der Empfindungen als störend oder gefährlich Je stärker die Empfindungen jedoch mit einer negativen Bedeutung belegt werden desto häufiger werden sie wahrgenommen ein Klammern Prinzip der selektiven Aufmerksamkeit Die Autoren beschreiben somatosensorische Verstärkung gleichermaßen als Persönlichkeitsmerkmal das sich aufgrund von lebensgeschichtlichen Lernerfahrungen entwickeln kann sowie als einen aktuellen veränderlichen Prozess Exkurs Ende Auf der emotional-behavioralen Ebene kamen insbesondere aus der Forschung zur chronischen Schmerzstörung wertvolle Anregungen Gemäß des 4-Avoidens-Modells entsteht aus Schmerzempfindung und katastrophisierender Bewertung die Angst vor Wiederauftreten Schrägstrich Verstärkung des Schmerzes Als Folge entwickelt sich ein schon Schrägstrich Vermeidungsverhalten welches wiederum längerfristig zur Schmerzverstärkung führt in Klammern zum Beispiel aufgrund von verschlechterten Trainingszustand oder einseitiger Belastung In der klinischen Praxis zeigt sich jedoch bei einer Subgruppe von Schmerzpatienten das Gegenteil Auch übermäßiges Durchhalteverhalten sowie die Bagatellisierung körperlicher Missempfindungen können zu chronischem Schmerz führen Hier spricht man von Endurance Responses Üblicherweise beschreiben diese Patienten, dass es ihnen deutlich besser gehe, solange sie sich mit Arbeit beschäftigen Erst in Ruhe verstärkt sich die Schmerzempfindung Deshalb werden Entspannungsphasen und Tätigkeit mit geringem sensorischen Input, in Klammern zum Beispiel Lesen, vermieden Was wiederum dem Körper keine Erholungsmöglichkeiten bringt Oft entwickelt sich bei somatoformen Patienten noch weiteres dysfunktionales Krankheitsverhalten In Abschnitt 7.5.3 werden die häufigsten Beispiele aufgeführt Abbildung 7.1 im gedruckten Buch integriert die bisher genannten Modelle in ein umfassendes Erklärungsmodell Abschnitt 7.5 Behandlung somatoformer Störungen Die besten Wirksamkeitsnachweise bestehen für die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT deren Ansatz hier genauer vorgestellt wird Unterabschnitt 7.5.1 Therapie Eingangsphase Bevor Patienten erstmalig beim Psychotherapeuten erscheinen haben sie zumeist eine langjährige Geschichte zahlreiche Arztbesuche aufwendige diagnostische Untersuchungen verschiedenste erfolglose Medikationen und Konsultationen diverser Spezialisten hinter sich Auf der Seite der Behandler werden diese Untersuchungen und Behandlungsversuche oft mit Feststellungen wie sie haben nichts abgeschlossen Verständlicherweise führen diese Erfahrungen auf der Seite der Betroffenen zu einer skeptischen reservierten Haltung So generalisieren die Patienten einerseits diese negativen Erfahrungen auf den Psychotherapeuten in Klammern keiner nimmt mich und meine Beschwerden ernst der will auch nur mein Geld andererseits verstehen Patienten Empfehlungen zur Psychotherapie oft falsch im Sinne von der Arzt hat nichts gefunden er denkt ich habe keine Beschwerden da ich aber trotzdem über Beschwerden klage hält er mich wohl für verrückt finden diese Patienten dennoch irgendwann den Weg zum Psychotherapeuten geschieht dies oft eingebildet sein für die Therapie Eingangsphase ist es deshalb wichtig sich körperliche Beschwerden und Krankengeschichte genau schildern zu lassen Vorurteile und Missverständnisse aufzuklären sowie die Patienten zu beruhigen dass das Ziel der Therapie die bessere Bewältigung ihrer körperlichen Beschwerden sein wird und nicht wie vom Patienten befürchtet eine diffuse Verrücktheit oder unaufgearbeitete Kindheitserlebnisse in dieser Phase sollten zudem organmedizinische Befunde eingeholt werden und eine erste Kontaktaufnahme mit dem medizinischen Hauptbehandler stattfinden Unterabschnitt 7.5.2 Vermittlung eines multifaktoriellen psychophysiologischen Störungsmodells Leidet man unter körperlichen Beschwerden so ist es nur naheliegend dafür eine organische Erklärung verantwortlich zu machen und anzunehmen dass die Beschwerden durch gängige medizinische Interventionen wieder zurückgehen Gelingt es dem Patienten ein psychophysiologisches Krankheitsmodell in Klammern Siehe Abbildung 7.1 zu vermitteln kann dies in einigen Fällen schon für eine erfolgreiche Therapie genügen Um Überforderung und Reaktanz zu verhindern empfiehlt es sich bei der Erarbeitung der Störungsmodells die einzelnen Elemente des Modells schrittweise einzuführen um möglichst mit Verhaltensexperimenten zu erproben Welche Übungen und Methoden man zu welchem Zweck sinnvoll in die Therapie somatoformer Störungen einsetzen kann findet sich ausführlich in der weiterführenden Literatur Einige wichtige Beispiele werden in Tabelle 7.1 im gedruckten Buch dargestellt Unterabschnitt 7.5.3 Bewältigungsstrategien Zu vielseitig die Erklärungsmechanismen für somatoformestörungen sind Zu vielseitig sind auch die dazugehörigen Bewältigungsstrategien Entspannungstraining dient der Schulung der Wahrnehmung körperlicher Anspannung sowie des gezielten Einsatzes körperlicher Entspannung Bei denjenigen Patienten bei denen An- und Verspannung eine Beschwerden verstärkende Rolle spielt kann mit regelmäßigen und situationsgebundenem Einsatz der Entspannung eine Verminderung von Beschwerden erreicht werden Üblicherweise wird bei somatoformen Störungen die progressive Muskelentspannung eingesetzt Achtsamkeitstraining in Klammern Sie hier Kapitel 11 Band 2 in Bezug auf körperliche Beschwerden bedeutet zu lernen diese bewusst wahrzunehmen ohne sie zu analysieren und ihnen eine Valenz zuzuordnen Während die Patienten üblicherweise bemüht sind ihre Beschwerden möglichst wenig zu spüren sollen sie hier das Gegenteil üben Achtsamkeitsübungen stellen deswegen oft Übungen zur Konfrontation mit Reaktionsverhinderung dar Klammern Sie Kapitel 3 Band 2 Auch Achtsamkeit muss längerfristig eingeübt werden Alternative Wahrnehmungserfahrungen zu machen ist eine dem Achtsamkeitstraining entgegengesetzte aber gleichermaßen hilfreiche Strategie Hier geht es darum gezielt andere Reize wahrzunehmen anstatt körperlicher Empfindungen Im Rahmen dessen können zum Beispiel auch positive Aktivitäten mit dem Patienten aufgebaut werden Veränderung dysfunktionaler Bewertung Meine Beschwerden werden immer schlimmer Heute kann ich gar nichts tun Irgendein Arzt muss doch eine Diagnose finden Oder Meine Bauchschmerzen sind ein Zeichen für Darmkrebs sind typische Bewertungen bei Somatoformen Störungen Mittels Strategien der kognitiven Umstrukturierung werden diese in Frage gestellt relativiert und verändert Bewältigung psychosozialer Belastungsfaktoren Bei vielen Patienten mit Somatoformen Störungen bestehen chronische Stressoren wie zum Beispiel Überlastung am Arbeitsplatz Pflege von Angehörigen oder Partnerschaftskonflikte Einerseits führen diese Umstände zu einer erhöhten Beschwerdenbelastung Andererseits stellen die Beschwerden auch eine Möglichkeit dar sich diesen Konflikten zu entziehen Die Identifikation solcher Faktoren und Verhaltensweisen in Klammern siehe Beispiele und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien in Klammern akzeptieren verändern Denn ja wie kann einen großen Raum in der Therapie des Störungsbildes einnehmen Beispiele dysfunktionalen Krankheitsverhaltens Krankheitsverhalten spielt meistens eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik Typische Beispiele dysfunktionalen Krankheitsverhaltens sind Schon- und Vermeidungsverhalten Körperliche Anstrengungen vermeiden bestimmte Bewegungen vermeiden Krankschreibung Termine absagen Freizeitaktivitäten reduzieren Vermeidungsverhalten Bestimmte Nahrungsmittel nicht essen aus Angst vor gastrointestinalen Beschwerden Keinen Urlaub mehr machen aus Angst nicht schnell genug medizinisch versorgt zu werden Vermeidung von Ruhe und Entspannung aus Angst dann vermehrt Schmerzen zu spüren in Klammern Endurance Vermeidung von Krankenhäusern Friedhöfen TV-Gesundheitssendungen aus Angst hypokondrische Ängste zu verstärken Klageverhalten Schmerzverzerrte Mimik Verbale Äußerungen körperlichen Unwohlseins in der Hoffnung auf soziale Verstärkung Entlastung Sicherheitssuchendes Verhalten Rückversicherung über die Unbedenklichkeit der Beschwerden beim Arzt einholen Häufige Selbstkontrolluntersuchungen des Körpers in Klammern zum Beispiel Blutdruckmessen Internetrecherche Beispiel Ende Veränderung Dysfunktionalen Krankheitsverhaltens Die Veränderung dieser Verhaltensweisen geschieht durch Exploration der negativen in Klammern meist erst langfristig wirksamen Konsequenzen Bei Patienten erfordert es oft viel Mut und Engagement die Verhaltensweisen aufzugeben oder zu reduzieren In der Regel muss das Krankheitsverhalten langsam und schrittweise reduziert werden Sind Ängste beteiligt sollten möglichst Konfrontationsübungen durchgeführt werden Unterabschnitt 7.5.4 Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie Es existieren nur wenige kontrolliert randomisierte Studien zur Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie bei somatoformen Störungen jedoch einheitlich für eine Überlegenheit gegenüber den Kontrollbedingungen sprechen Die kontrollierten Effektstärken für die Reduktion körperlicher Beschwerden liegen im mittleren Bereich und Klammern D gleich 0,50 Für die Behandlung der Hypochondrie bei der das Zielmaß die Krankheitsangst ist ergeben klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 8 Schizophrenie von Michael Ziegler und Tanja M. Lincoln Die Schizophrenie ist eine psychische Störung die bei etwa 0,5 bis 1% aller Menschen im Laufe des Lebens auftritt Die Auftretenshäufigkeit ist dabei über verschiedene Regionen der Erde hinweg erstaunlich konstant Die Störung geht häufig mit erheblichen Belastungen und Einschränkungen für die Patienten und ihre Angehörigen einher Im Folgenden soll das Störungsbild dargestellt werden er auf mögliche Ursachen und die Behandlungsansätze der Schizophrenie eingegangen wird Abschnitt 8.1 Störungsbild Teilabschnitt 8.1.1 Symptomatik Die Bezeichnung Schizophrenie geht auf den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zurück Dabei meint die wörtliche Bedeutung gespaltene Seele nicht wie von Laien häufig angenommen multiple Seelen oder Persönlichkeiten Der Begriff ist vielmehr dahingehend zu verstehen dass die Störung häufig durch die fehlende Koordination der emotionalen kognitiven und Willensprozesse gekennzeichnet ist Entsprechend kann das Störungsbild der Schizophrenie durch eine Vielzahl verschiedener Symptome zum Ausdruck kommen Dabei wird zwischen sogenannten positiven und negativen Symptomen unterschieden Wahnphänomene stellen das häufigste Positivsymptom dar Sie treten im Laufe der Störung bei etwa 80 bis 90 Prozent aller an Schizophrenie erkrankten Personen auf und sind eines der markantesten Merkmale akutpsychotischer Episoden Definition Wahnphänomene sind falsche Überzeugungen die gewöhnlich mit einer Fehldeutung von Wahrnehmungen oder Erfahrungen einhergehen Definition Ende Wahnideen können sehr vielfältig sein und grundsätzlich jeden Inhalt annehmen Neben Verfolgungs- und Größenideen treten häufig auch religiöse Wahnthemen auf Ferner können sich wahnhafte Überzeugungen auf die eigenen Gedanken beziehen So etwa die Annahmen dass die eigenen Gedanken von außen eingegeben oder sich auf andere ausbreiten würden Werden fälschlich Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Details und der eigenen Person hergestellt spricht man von Beziehungsideen So etwa bei einem Patienten der die eigenen Initialen in einem fremden Kfz-Kennzeichen als Hinweis darauf interpretierte dass er vom Fahrer des Wagens beobachtet werde In akuten Phasen werden von etwa 60% aller Patienten Halluzinationen berichtet die jede Sinnesmodalität betreffen können Am häufigsten sind jedoch akustische Halluzinationen etwa in Form kommentierender oder befehlender Stimmen Inhaltlich beziehen sich diese Stimmen oft auf zentrale Aspekte der eigenen Person wie das Selbstkonzept oder das Selbstwertgefühl Abwertende oder feindselige Äußerungen werden daher häufig als ausgesprochen belastend erlebt Seltener treten optische den Geruchssinn oder die Körperwahrnehmung betreffende Halluzinationen auf Die eben dargestellten Positivsymptome zu denen auch formale Denkstörungen und desorganisiertes Verhalten gezählt werden erweitern das gewöhnliche Erleben und Verhalten von Menschen Dagegen wird unter dem Begriff Negativsymptomatik das Fehlen üblicherweise vorhandener Funktionen der menschlichen Psyche zusammengefasst Hierzu zählen unter anderem ein verflachter oder inadäquater Effekt Sprachverarmung sozialer und emotionaler Rückzug sowie eine Reduktion der sozialen Leistungsfähigkeit Fallbeispiel Patient mit der Diagnose paranoide Schizophrenie Herr L. ist 24 Jahre alt Vor einem Jahr brach er sein Volkswirtschaftsstudium ab, nachdem er die Vordiplomprüfung nicht bestand Aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten sei ihm das Lernen schwergefallen Ferner gibt er an, dass er damals ungerecht geprüft worden sei Man habe ihn wohl aus dem Studium drängen wollen Derzeit absolviert Herr L. eine schulische Ausbildung zum Industriekaufmann In seiner Klasse fühle er sich unwohl Wenn er den Klassenraum betrete, würden die Gespräche seiner Mitschüler meist verstummen und er werde kritisch angesehen Des Weiteren würden seine Mitschüler häufig über Blicke und andere Zeichen kommunizieren und dabei Informationen über ihn austauschen Manchmal habe er den Eindruck, dass die Farbe der Kleidung seiner Mitschüler eine Bedeutung habe Offensichtlich sei es auch möglich, dass manche Leute Zugriff auf seine Gedanken hätten Schließlich würden hin und wieder Dinge geäußert, die im Detail mit seinen eigenen Gedanken übereinstimmen würden Zuletzt sei er aus Angst und Unsicherheit gar nicht mehr zur Schule gegangen Im Stoff fing er deutlich hinterher, seine Aufmerksamkeit könne er kaum noch auf das Lernen oder die Hausaufgaben richten Auch privat ziehe er sich zunehmend von seinen Freunden zurück Er könne sich all diese Dinge nicht richtig erklären, gehe aber davon aus, dass es irgendeine Verschwörung gegen ihn geben müsse Fallbeispiel Ende Teilabschnitt 8.1.2 Verlauf Die Schizophrenie kann im Verlauf der Störung ganz unterschiedliche Formen annehmen. In der Regel lassen sich verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Symptomen voneinander abgrenzen. Meist geht einer akut psychotischen Episode eine Pro-Dromal-Phase voraus, deren Symptome eher unspezifisch sind, in Klammern z.B. Ängste, Schlafstörungen, Depressionen, sozialer Rückzug, die in vielen Fällen aber durch Einbußen des vorher bestehenden Leistungsniveaus gekennzeichnet ist. In akut psychotischen Phasen dominieren Positivsymptome, wobei das Verhalten und Denken der Patienten sprunghaft und desorganisiert sein kann. Während der postakuten Residualphasen ist das klinische Bild in der Regel durch Negativsymptome gekennzeichnet. Während bei etwa einem Viertel der Betroffenen nach der ersten akut psychotischen Episode langfristig keine weiteren Symptome mehr auftreten, kommt es bei den meisten Patienten zu mehreren akuten Episoden. Dabei kann es zwischen diesen Episoden zu einer vollständigen Genesung kommen. Etwa die Hälfte aller Patienten erleben jedoch mehrere Störungsepisoden mit unterschiedlich starken Einschränkungen auch zwischen diesen Phasen. Bei einigen Patienten bestehen die akut psychotischen Symptome dauerhaft. Da bei der Abgrenzung der unterschiedlichen Störungsphasen ein erheblicher Interpretationsspielraum bleibt, schwanken die Angaben zu den Häufigkeiten dieser verschiedenen Verlaufsformen von Studie zu Studie. Abschnitt 8.2 Diagnostik Teilabschnitt 8.2.1 Diagnosekriterien und Subtypen Die Diagnosestellung erfolgt anhand der üblichen Klassifikationssysteme psychischer Störungen, in Klammern ICD10, DSM römisch 4TR. Als Hilfsmittel stehen strukturierte Interviews zur Verfügung, in Klammern zum Beispiel SCID1, bei denen die verschiedenen Symptome systematisch abgeklärt werden. Häufiger als bei anderen Störungsbildern ist der Diagnostiker aber auch auf ergänzende fremdanamnestische Informationen durch Angehörige oder betreuendes Personal angewiesen. Die Diagnosekriterien nach ICD10 können Tabelle 8.1 im gedruckten Buch entnommen werden. Trotz der vielfältigen Symptome der Schizophrenie werden in beiden Klassifikationssystemen lediglich drei charakteristische Subtypen unterschieden, denen sich die meisten Störungsbilder zuordnen lassen. Beim häufigsten Subtypus, der paranoiden Schizophrenie, prägen Wahnideen und Schrägstrich oder Halluzinationen das klinische Bild. Viele Patienten fühlen sich verfolgt oder glauben, eine besondere Mission erfüllen zu müssen. Die hebefrene oder desorganisierte Schizophrenie ist primär durch wenig planvolles Verhalten gekennzeichnet. Denken und Sprechen sind ungeordnet, Stimmung und emotionaler Ausdruck passen häufig nicht zur aktuellen Situation. Die katatonische Schizophrenie ist in erster Linie durch motorische Störungen gekennzeichnet, wobei es sowohl zu motorischer Übererregung als auch zu Handlungsstereotypien kommen kann. Häufig sind die Patienten verbal nur schwer zu erreichen, sodass innerpsychische Prozesse verborgen bleiben. Erfüllt das klinische Bild die Merkmale von mehr als einem dieser drei Subtypen, so spricht man von einer undifferenzierten Schizophrenie. Neben der Schizophrenie gibt es eine Reihe weiterer psychotischer Störungen. Bei der wahnhaften Störung stehen die Wahnideen deutlich im Vordergrund, während die übrigen charakteristischen Schizophreniesymptome nicht auftreten. Eine wichtige Gruppe stellen zudem die schizoaffektiven Störungen dar. Diese sind zu etwa gleichen Teilen durch schizofrene und affektive Symptome gekennzeichnet. Teilabschnitt 8.2.2 Diagnostische Instrumente Zur Erfassung der Symptomschwere sind Fremdbeurteilungsverfahren von zentraler Bedeutung. In mehr oder weniger stark strukturierten Interviews verschafft sich der Beurteiler dabei ein Bild von der vorliegenden Symptomatik, ehe er deren Schwere anhand verschiedener Items beurteilt. Diese sind in der Regel mehrfach abgestuft, wobei jede Stufe mit einer konkreten Beschreibung der zugehörigen Symptomausprägung versehen ist. Sehr umfassende Fremdbeurteilungsverfahren ermöglichen hierbei die Erhebung aller relevanten Symptome der Schizophrenie, während sich spezifischere Instrumente auf bestimmte Symptombereiche wie wahnhafte Überzeugungen oder Negativsymptomatik konzentrieren. Selbstbeurteilungsverfahren in Form von Fragebögen sind besonders dann hilfreich, wenn die subjektiv erlebte Beeinträchtigung durch bestimmte Symptome erhoben werden soll. So können etwa die mit Wahnideen oder akustischen Halluzinationen verbundenen Belastungen für die Patienten erfragt werden. Ferner wurden Fragebögen zur Erfassung der Störungseinsicht oder der Einschränkungen durch Negativsymptome entwickelt. Neuere Studien zeigen, dass Selbstbeurteilungsverfahren trotz der häufig eingeschränkten Störungseinsicht schizophrener Patienten einen ökonomischen und validen Beitrag zur klinischen Diagnostik leisten. Für eine umfassende Darstellung der verschiedenen Fremd- und Selbstbeurteilungsverfahren sei auf Maß in Klammernvergleiche 2010 verwiesen. Im Vorfeld psychotherapeutischer Interventionen ist neben der Symptomerhebung auch die Erfassung der individuell auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der Störung wichtig. Daher sollte die Lebenssituation vor und während der ersten Störungsepisode sorgfältig exploriert werden. Hierzu zählen das familiäre und erweiterte soziale Umfeld sowie die Arbeits- und Wohnsituationen des Patienten. Auch besondere Lebensereignisse wie Kündigungen, Trennungen oder Unfälle sind relevant. Ferner sollten Verhaltensanalysen für typische Problemsituationen erstellt werden, um aufrechterhaltene Denk- und Verhaltensweisen des Patienten zu identifizieren. Auf der Grundlage dieser Informationen lässt sich in der Regel ein Störungsmodell formulieren, aus dem hilfreiche Interventionen plausibel abgeleitet werden können. Viele Forscher vertreten heute das sogenannte Kontinuumsmodell der Schizophrenie. Dabei wird angenommen, dass es keinen qualitativen Bruch zwischen normalem Erleben und psychotischen Symptomen gibt, sondern das von einem kontinuierlichen Übergang auszugehen ist. Diese Hypothese wird dadurch gestützt, dass auch bei gesunden Personen Wahnideen oder Halluzinationen auftreten können. Auch hinsichtlich der Faktoren, die ursächlich an der Entstehung der Schizophrenie beteiligt sind, wird heute von einer kontinuierlich verlaufenden Belastung ausgegangen. Es gibt nicht den einen Auslöser für die Störung. Vielmehr sind zahlreiche Einflussgrößen bekannt, die additiv die individuelle Auftretenswahrscheinlichkeit einer schizophrenen Störung erhöhen. Im Folgenden sollen die wichtigsten biologischen und psychosozialen Faktoren genannt werden. Anschließend wird auf neurokognitive Defizite und kognitive Verzerrungen eingegangen, die ebenfalls hinsichtlich der Verursachung psychotischer Symptome diskutiert werden. Teilabschnitt 8.3.1 Biologische Faktoren In zahlreichen Untersuchungen zeigte sich eine deutliche erbliche Komponente der Schizophrenie. Während Geschwister von Personen mit Schizophrenie etwa ein Risiko von 10% aufweisen, selbst zu erkranken, liegt es bei Kindern zweier Eltern mit Schizophrenie bei etwa 30%. Personen mit einem erkrankten, ein eigenen Zwilling weisen ein Risiko von knapp 50% auf. Zwar schwanken diese Zahlen, je nach Strenge der Diagnose-Kriterien, jedoch ist heute eine genetische Beteiligung auch aufgrund von Resultaten aus methodisch hochwertigeren Zwillings- und Adoptionsstudien unbestritten. Aufgrund von molekulargenetischen Untersuchungen weiß man, dass es nicht das eine Schizophrenie-Gen gibt. Vielmehr scheinen verschiedene Genorte beteiligt zu sein, die bei der Entstehung der Störung in einer bisher noch nicht geklärten Weise zusammenspielen. Die Schizophrenie geht mit Störungen verschiedener Neurotransmittersysteme einher. Im Rahmen der Dopaminhypothese geht man von einer Überaktivität des dopaminergen Systems aus, die besonders mit der Positivsymptomatik assoziiert ist. Indirekt wird diese Hypothese gestützt durch die Befunde, dass Substanzen, die bestimmte Dopaminrezeptoren blockieren, antipsychotisch wirksam sind. Ferner konnte bei akutpsychotischen Patienten mittels bildgebender Verfahren direkt eine erhöhte Verfügbarkeit von Dopamin in den prä-synaptischen Nervenzellen nachgewiesen werden. Darüber hinaus liegen heute auch Hinweise auf Veränderungen anderer Transmittersysteme, etwa des Serotonergen vor, sodass von Disbalancen innerhalb und zwischen verschiedenen Transmittersystemen ausgegangen wird. Des Weiteren gehen Veränderungen der Struktur des Gehirns, wie etwa Volumenreduktionen bei erweiterten Seitenventrikeln, mit dem Auftreten der Schizophrenie einher. Auch verschiedene Komplikationen während der Schwangerschaft und der Geburt erhöhen das Risiko einer späteren schizophrenen Störung. Teilabschnitt 8.3.2 Psychosoziale Faktoren Als kritische Lebensereignisse werden wesentliche, aber gewöhnliche Veränderungen im Leben gewertet. In Klammern zum Beispiel Wohnortwechsel, berufliche Veränderungen, Heirat. Es gibt Hinweise darauf, dass Betroffene ein erhöhtes Aufkommen solcher Lebensereignisse in der Zeit vor dem Ausbruch einer akuten Psychose aufweisen. Mühlen Germais, Deles Paul und Van Oos untersuchten mithilfe der sogenannten Experience Sampling Methode den Zusammenhang zwischen alltäglichen Stressoren und psychotischer Symptomatik. Dabei wurden Patienten mit einer schizophrenen Störung und gesunde Kontrollprobanden über mehrere Tage hinweg zu zufällig gewählten Zeitpunkten gebeten, bestimmte Angaben zu ihrem aktuellen Befinden zu machen. Es zeigte sich, dass das subjektive Erleben von Stress mit einer Zunahme subtiler psychotischer Symptome einherging. Da dieser Zusammenhang in der Patientengruppe am deutlichsten gewesen ist, folgerten die Autoren, dass Stressreaktivität ein Vulnerabilitätsfaktor für Psychosen sein könnte. Nicht zuletzt deuten aber auch erhöhte Auftretensraten in unteren sozialen Schichten, großen Städten sowie bei arbeitslosen und unverheirateten Personen auf eine Beteiligung alltäglicher Stressoren an der Verursachung schizofrener Störungen hin. Ein weiterer ursächlicher Faktor mag im Erleben von Traumata liegen. In einzelnen Studien zeigte sich, dass Patienten mit Schizophrenie häufiger Kindheitstraumata erfahren als gesunde Kontrollprobanden. Mit dem Missbrauch psychotropa Substanzen sei des weiteren ein psychosozialer Faktor genannt, der zudem auch neurobiologische Auswirkungen hat. Der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und dem Auftreten psychotischer Störungen ist heute unumstritten. Teilabschnitt 8.3.3 Neuropsychologische Defizite Häufig gehen neuropsychologische Störungen mit der Schizophrenie einher. Bei der Vielzahl von Untersuchungen hierzu zeichnet sich ein konsistentes Bild ab. Über alle Funktionsbereiche hinweg liegen die Leistungen von Personen mit Schizophrenie im Mittel etwa einer Standardabweichung unter denen gesunder Kontrollprobanden. Am stärksten sind dabei das verbale Gedächtnis und die Aufmerksamkeit eingeschränkt. Aber auch der Bereich der exekutiven Funktionen, unter dem man Prozesse der Handlungsvorbereitung, Planung und Steuerung zusammenfasst, sowie die allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit sind bei vielen Patienten mit Schizophrenie beeinträchtigt. Hinsichtlich des Verlaufs neuropsychologischer Defizite zeichnet sich ab, dass sie bereits Vorstörungsbeginn bestehen und mit dem erstmaligen Auftreten einer Psychose eine weitere Verschlechterung erfahren, um dann relativ stabil zu bleiben. Ferner weisen selbst gesunde, nahe verwandte schizophrener Patienten im Mittel moderat beeinträchtigte Gedächtnisleistungen auf. Diese Befunde lassen sich dahingehend interpretieren, dass zumindest einzelne neurokognitive Defizite bereits eine Prädisposition für die Erkrankung darstellen. Teilabschnitt 8.3.4 Kognitive Verzerrungen Unter einer kognitionspsychologischen Perspektive wird heute angenommen, dass das Denken schizophrener Personen nicht grundlegend gestört ist, sondern im Vergleich zu gesunden lediglich bestimmte kognitive Verzerrungen aufweist, die das Auftreten psychotischer Symptome, in Klammern besonders Wahn, begünstigen. Einige Ansätze hierzu werden im folgenden skizziert. Personen mit Schizophrenie sammeln im Vergleich zu Kontrollprobanen weniger Informationen, ehe sie eine Entscheidung treffen. Dies führte zur Annahme, dass die Tendenz zu voreiligen Schlüssen die Auftretenswahrscheinlichkeit falscher Schlussfolgerungen erhöht, wodurch wiederum die Entstehung wahnhafter Ideen begünstigt werden könnte. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass Patienten mit Schizophrenie zu externalen Attributionen neigen. Werden die Ursachen für negative Erfahrungen, in Klammern zum Beispiel Misserfolge, körperliche Missempfindungen, anderen Personen oder Gruppen zugeschrieben, so mag dies das Auftreten von Verfolgungsideen oder Beeinträchtigungserleben begünstigen. Der dritte Bereich bezieht sich auf Defizite in der Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Probanden mit Schizophrenie haben Schwierigkeiten, mentale Zustände anderer Personen zu repräsentieren. Dadurch wird es schwieriger, die Handlungsintentionen anderer richtig einzuschätzen. Teilabschnitt 8.3.5 Multikausale Entstehungsmodelle Zubin und Spring in Klammernvergleiche 1977 entwickelten ein Entstehungsmodell der Schizophrenie, in das die unterschiedlichen äthiologischen Faktoren integriert werden können. Das Vulnerabilitätsstressmodell besagt, dass die individuelle Vulnerabilität für Schizophrenie von der Ausprägung der angeborenen, unschrägstrich oder erworbenen Risikofaktoren abhängt. Aktuelle Stressoren und Belastungsfaktoren führen dann zu psychotischen Symptomen, wenn die aus der individuellen Vulnerabilität resultierende Toleranzschwelle überschritten wird. Bei hoher Vulnerabilität kann bereits geringfügige Belastung eine Krise auslösen, während bei geringer Vulnerabilität die Belastung entsprechend größer sein müsste. Dieses Modell kann der Einordnung der unterschiedlichen äthiologischen Befunde dienen und eignet sich gut, um mit dem Patienten ihre individuellen Belastungsfaktoren und auslösenden Bedingungen zu erarbeiten. Eine Weiterentwicklung dieses Modells geht auf die Arbeitsgruppe um Nüchterlein zurück. Sie beschreibt, wie verschiedene biologische und neurokognitive Risikofaktoren in der Interaktion mit sozialen Stressoren zu Überlastungssituationen für das Individuum führen können. Stehen da nicht ausreichend protektive Faktoren zur Verfügung, so komme es zum Auftreten psychotischer Symptome. Des Weiteren sei noch die Gruppe der kognitiv-behavioralen Entstehungsmodelle genannt, die vor allem auf die Erklärung schizophrener Positivsymptomatik abzielen. Sie integrieren unter anderem dysfunktionale Selbstschemata sowie die oben dargestellten kognitiven Verzerrungen als weitere Vulnerabilitätsfaktoren. Abschnitt 8.4 Therapie In der klinischen Praxis zählt die antipsychotische Medikation in Form typischer oder atypischer Neuroleptika zu den Behandlungsansätzen der ersten Wahl. Sie führt in der Regel zu einer Reduktion der akutpsychotischen Symptomatik und schützt vor psychotischen Rückfällen. Jedoch ist ihre Wirksamkeit nicht bei allen Patienten befriedigend und sie geht häufig mit einer Reihe von Nebenwirkungen einher, welche die Behandlungsbereitschaft schmälern. Nicht zuletzt deshalb sind verschiedene psychologische Interventionen, von denen einige im Folgenden dargestellt werden, wichtige weitere Bausteine der Schizophreniebehandlung. Teilabschnitt 8.4.1 Kognitive Verhaltenstherapie Basis der kognitiven Verhaltenstherapie, KVT, Vergleiche Kapitel 3, Band 2, ist in der Regel ein individuelles Störungs- bzw. Problemmodell, das der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet. Ziel ist es, die Entstehung psychotischer Symptome auf dem Boden lebensgeschichtlicher Ereignisse und individueller Erfahrungen zu erklären. Zur Erklärung der Aufrechterhaltung der Symptomatik werden dabei kognitive Verzerrungen in das Störungsmodell integriert. So kann beispielsweise mit dem Patienten zusammen erarbeitet werden, wie Prozesse der selektiven Wahrnehmung, der Hypothesengeleiteten Informationsverarbeitung oder des voreiligen Schließens zur Entstehung ängstigender, schrägstrich wahnhafter Überzeugungen beitragen können. Und Klammern sie ihr Beispiel. Wahnideen und andere psychotische Symptome werden dabei als normale und nachvollziehbare Reaktionen auf die individuellen Erfahrungen vorgestellt. Dies führt zu einer Entlastung vieler Patienten und dem Gefühl verstanden zu werden, was in der Folge wieder die therapeutische Beziehung stärkt. Beispiel Entstehung paranoider Ideen. Herr L. fühlt sich aufgrund von Leistungsdefiziten ohnehin schon unwohl in seiner Schulklasse. Dann nimmt er wahr, dass Mitschüler wiederholt zu ihm hinsehen, während sie miteinander sprechen. Aufgrund der bestehenden Unsicherheit neigt er zur Interpretation, dass sie über ihn lästern würden. In der Folge ist seine Wahrnehmung selektiv auf solche vermeintlich kritischen Situationen gerichtet. So wird die Befürchtung, seine Mitschüler hätten etwas gegen ihn, immer wieder bestätigt. Herr L. zieht sich daraufhin stärker zurück, wodurch positive Erfahrungen, die seine Befürchtung abschwächen könnten, ausbleiben. Beispiel Ende. Je nach Symptomatik und identifizierten, aufrechterhaltenden Faktoren kommt das Methodenarsenal der KVT zum Einsatz, um die Symptome oder aufrechterhaltenden Faktoren positiv zu beeinflussen. Von zentraler Bedeutung ist dabei häufig die Bearbeitung wahnhafter Überzeugungen. Um eine Wahnidee zu hinterfragen, werden zunächst die Anhaltspunkte gesammelt, die für die Überzeugung sprechen. In einem zweiten Schritt wird der Patient ermutigt, auch widersprüchliche Informationen und Erfahrungen in Betracht zu ziehen. Jede Veränderung des Patienten hin zu einer neuen Sichtweise wird vom Therapeuten konsequent verstärkt, in Klammern siehe Fallbeispiel. Gelegentlich können auch Verhaltensexperimente, wie etwa das gemeinsame Kosten einer vermeintlich vergifteten Speise, durchgeführt werden, um Wahnideen zu hinterfragen. Meist liegen den wahnhaften Überzeugungen negative Annahmen über das Selbst, in Klammern zum Beispiel ich bin schwach und verletzlich, oder andere, in Klammern zum Beispiel jeder denkt nur an sich selbst, zugrunde. Diese können in der Therapie erarbeitet und hinterfragt werden. Fallbeispiel. Kognitive Intervention bei Wahn. Herr L. äußerte zu Beginn der Therapiesitzung die Annahme, dass nun auch seine Mutter Teil der Verschwörung gegen ihn sei. Therapeut in Klammern T. Was spricht dafür, dass ihre Mutter in die Verschwörung eingebunden ist? Patient in Klammern P. Als ich sie am Wochenende auf die Verschwörung gegen mich ansprach, sah sie mich so seltsam an. Nach einem kurzen Schweigen versuchte sie einfach das Thema zu wechseln. T. Und inwieweit spricht das dafür, dass ihre Mutter Teil der Verschwörung ist? P. Naja, ich dachte, sie reagiert so, weil ich sie ertappt habe und sie Angst hat, dass jetzt alles auffliegt. T. Was spricht noch dafür, dass sie ihrer Mutter nicht mehr vertrauen können? P. Bisher hatte ich ja immer den Eindruck, dass sie mir helfen möchte. T. Und nun fürchten sie, dass sich ihre Mutter auch noch von ihnen abwendet. Dann wären sie ja völlig alleine. P. Ja, daher hat mich das so belastet. Ich hatte richtig Angst. T. Darf ich sie fragen, ob es etwas gibt, das gegen die Befürchtung spricht, ihre Mutter sei Teil der Verschwörung? P. Da fällt mir nichts ein. T. Also sind ihre Sorgen wohl berechtigt? P. Ich fürchte ja. Wobei sich meine Mutter ja gestern bei ihnen gemeldet hat, um ihnen zu erzählen, dass es mir wieder schlechter ging. T. Inwiefern spielt das eine Rolle? P. An der Stelle hat sie sich ja dann um mich gekümmert. Vielleicht hat die Anrufe etwas mit meinen Äußerungen vom Wochenende zu tun. T. Sie meinen, dass ihre Mutter am Sonntag zunächst nicht wusste, wie sie auf ihre Äußerungen reagieren sollte und dass sie sich vielleicht eher um sie Sorgen gemacht hat und nicht darüber, dass eine Verschwörung aufliegt. P. Und dann aus Unsicherheit heraus bei ihnen angerufen hat. Da spreche ich ja dafür, dass sich meine Mutter doch nicht von mir abgewandt hat. Aber wirklich sicher bin ich mir da nicht. T. Trotzdem ist es gut, dass sie diese unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. So sinkt die Gefahr, voreilig völlig falsche Schlüsse zu ziehen. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, okay? Fallbeispiel Ende. Hinsichtlich des Auftretens von Stimmen können Tagebücher hilfreich sein, um auslösende Situationen und Gedanken zu identifizieren. Auf dieser Grundlage soll der Patient in entsprechenden Situationen verschiedene Bewältigungsstrategien wie Ablenkung durch Musikhören oder soziale Kontakte erproben und auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Eine andere Intervention setzt bei der Bewertung der Stimmen an. Viele Patienten erleben es als entlastend, wenn durch kognitives Hinterfragen die Bedeutsamkeit oder die Bedrohlichkeit der Stimmen reduziert werden kann. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Interventionen zur Verfügung, die unter anderem die Reduktion von Negativsymptomatik oder die Prophylaxe vor weiteren psychotischen Episoden zum Ziel haben. Mittlerweile gibt es einige Therapiemanuale, in denen kognitiv-behaviorale Interventionen bei Schizophrenie beschrieben werden. Meta-Analysen zur Effektivität dieses Ansatzes deuten darauf hin, dass KVT in Kombination mit medikamentöser Behandlung eine stärkere Verbesserung erzielt als medikamentöse Behandlung alleine. Die Effektgrößen liegen hierbei im kleinen bis mittleren Bereich. Teilabschnitt 8.4.2 – Weitere wirksame psychologische Behandlungsansätze In Abschnitt 8.3.4 wurden bereits kognitive Verzerrungen und Fehler dargestellt, die als mögliche Entstehungsmechanismen von Wahn diskutiert werden. In Klammern zum Beispiel voreiliges Schlussfolgern bestimmte Attributionsstile. Im Rahmen des metakognitiven Trainings, in Klammern MKT, sollen die Patienten auf spielerische Art und Weise für solche und ähnliche Verzerrungen sensibilisiert werden. In computergestützten Übungen und Hausaufgaben kann schließlich trainiert werden, diesen Mechanismen entgegenzusteuern. Einen weit verbreiteten psychotherapeutischen Ansatz stellt die kognitive Remediation dar. Entsprechende Interventionen zielen darauf ab, die neurokognitiven Defizite schizophrener Patienten zu reduzieren. Die zahlreichen Übungsprogramme hierzu unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der zu trainierenden Defizite, sondern auch in der angewandten Strategie in Klammern Restitution versus Kompensation des Defizits und der Durchführungsmodalität in Klammern meist computergestützt versus Papier und Bleistift. Unter Psychoedukation werden verschiedene Interventionen zusammengefasst, deren Hauptziele darin bestehen, dass allgemeine Störungswissen der Patienten und ihrer Angehörigen zu verbessern und die Eigenverantwortung bei der Bewältigung zu fördern. Hierzu wird Wissen über typische Belastungsfaktoren und Auslösesituationen sowie über Frühwarnzeichen und Symptome der Schizophrenie vermittelt. Patienten sollen lernen, eigene Symptome als solche zu erkennen und ihnen durch geeignete Interventionen, in Klammern zum Beispiel Stressreduktion, angenehme Aktivitäten, Arztbesuch zu begegnen. Psychoedukative Therapie-Elemente sind häufig auch wichtige Bestandteile der übrigen, eben dargestellt. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 9 Persönlichkeitsstörungen Von Yasemin Kahl Abschnitt 9.1 Störungsbild und Klassifikation Definition Definition Ende Diese Beeinträchtigungen können im beruflichen und sozialen Bereich liegen Persönlichkeitsstörungen unterscheiden sich von Persönlichkeitsstilen in Bezug auf Ausprägungsgrad, Rigidität und Bedeutsamkeit der Konsequenzen Im Gegensatz zu Persönlichkeitsänderungen besteht hier die Symptomatik seit der Kindheit oder der Adoleszenz, die Diagnose sollte jedoch erst ab dem 18. Lebensjahr vergeben werden In der ICD-10-GM sind die Persönlichkeitsstörungen in der Kategorie F6 aufgeführt Zur Diagnosestellung müssen neben den allgemeinen Kriterien, in Klammern sogenannten G-Kriterien, siehe Übersicht, weitere störungsspezifische Kriterien, in Klammern siehe Tabelle 9.1 im gedruckten Buch erfüllt sein Persönlichkeitsstörungen stellen somit eine heterogene Störungsgruppe dar, die eine genauere Festlegung durch den entsprechenden Subtyp erfordert Übersicht Allgemeine Kriterien für Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10-GM F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen G1 Die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster weichen deutlich von Normen ab. Diese Abweichung äußert sich in mehr als einem der folgenden Bereiche Erstens Kognition, zweitens Affektivität, drittens Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung, viertens zwischenmenschliche Beziehungen G2 Das aus der Abweichung resultierende Verhalten ist in vielen persönlichen und sozialen Situationen unflexibel, unangepasst oder unzweckmäßig G3 Das unter G2 beschriebene Verhalten führt zu persönlichem Leidensdruck und schrägstrich oder nachteiligem Einfluss auf die soziale Umwelt G4 Die Abweichung ist stabil, von langer Dauer und hat ihren Beginn im späten Kindesalter oder in der Adoleszenz G5 Die Abweichung kann nicht durch eine andere psychische Störung erklärt werden G6 Die Abweichung resultiert nicht aus einer organischen Erkrankung, Verletzung oder deutlichen Funktionsstörungen des Gehirns Übersichtende Im DSM Römisch 4-TR werden Persönlichkeitsstörungen auf Achse 2 diagnostiziert und zusätzlich in drei jeweils symptomähnliche Cluster eingeteilt Im Cluster A sind Persönlichkeitsstörungen subsumiert, die durch sonderbares oder exzentrisches Verhalten gekennzeichnet sind, z.B. die schizoide Persönlichkeitsstörung Im Cluster B finden sich Persönlichkeitsstörungen mit dramatischen, emotionalen oder launischen Verhaltenszügen, z.B. die histrionische Persönlichkeitsstörung Dem Cluster C werden Persönlichkeitsstörungen zugeordnet, die sich durch ängstliche oder vermeidende Gedanken- und Verhaltensmuster auszeichnen, z.B. die abhängige Persönlichkeitsstörung Im DSM Römisch 4-TR werden auf Achse 2 insgesamt 10 Persönlichkeitsstörungen unterschieden, während im ICD-10 lediglich 8 Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen Abschnitt 9.2 Diagnostik Eine besondere Herausforderung für die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen resultiert daraus, dass die Betroffenen ihre Symptome häufig nicht als auffällige oder störende Verhaltensweisen erleben, die sich von ihrem übrigen Verhalten und erleben und damit von ihrer Person abgrenzen. Vielmehr stellt die Symptomatik ein wesentliches und stabiles Element der Persönlichkeit dar und ist somit für die Betroffenen nur schwer als Störung zu erkennen. Im Falle von Persönlichkeitsstörungen spricht man daher auch von Ich-Symptomen-Störungen, innerhalb derer die Erlebens- und Verhaltensmuster von den Betroffenen als passend und zur Person zugehörig wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu den meist als störend und fremderlebten Ich-Dys-Tonen-Achse-1-Störungen. Die Ich-Syntonie der Symptomatik erschwert die Identifikation von Persönlichkeitsstörungen auf der Grundlage von Selbstauskünften erheblich. Daher sollte nach dem Einsatz eines Screening-Fragebogens, in Klammern zum Beispiel Fragebogen zum strukturierten klinischen Interview für DSM Römisch 4, Achse 2 Persönlichkeitsstörungen, in Klammern Skit 2, Fragebogen zur Erfassung von DSM 4 Persönlichkeitsstörungen, in Klammern ADP 4, Persönlichkeitsstil und Störungsinventar, in Klammern PSSI, zur Erfassung relevanter Symptome aus Patientensicht, immer ein strukturiertes oder halbstrukturiertes Interview, die Grundlage der Diagnosestellung bilden. Der Interviewer macht sich hierbei anhand der Selbstauskunftsdaten und des beobachtbaren Verhaltens ein Bild von der Symptomatik und sollte dabei, soweit möglich, auch die Auskünfte von bedeutsamen Dritten einbeziehen. Bei den strukturierten oder halbstrukturierten Interviews sind das strukturierte klinische Interview für DSM Römisch 4, Achse 2 Persönlichkeitsstörungen, in Klammern Skit 2, und die International Personality Disorder Examination, in Klammern IPDE, als wichtigste Verfahren zu nennen. Während sich die Ergebnisse zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen in der Normalbevölkerung zwischen 5 bis 15 Prozent bewegen, in Klammern unbehandelte Prävalenz, liegen die Prävalenzraten bei Patienten, die sich bereits wegen psychischer Erkrankungen in Behandlung befinden, bei etwa 40 bis 60 Prozent, in Klammern behandelte Prävalenz. Hierbei zeigen sich deutlich unterschiedliche Prävalenzen der verschiedenen Subtypen von Persönlichkeitsstörungen, sowohl in der Allgemeinbevölkerung, in Klammern siehe Tabelle 9.2 im gedruckten Buch, als auch im klinischen Kontext. So wurde bei psychiatrischen Patienten beispielsweise die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung mit einem Anteil von 15,2 Prozent am häufigsten diagnostiziert, während die schizoide Persönlichkeitsstörung mit einem Anteil von 1,8 Prozent nur selten festgestellt wurde. Persönlichkeitsstörungen weisen eine hohe Komorbidität sowohl mit anderen Achse-2-Störungen als auch mit Achse-1-Störungen, in Klammern vor allem Angststörungen und affektive Störungen, auf. So kann bei 60,4 Prozent der sich in Behandlung befindlichen Patienten mit Persönlichkeitsstörungen mehr als eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, wobei insbesondere zwischen paranoider und schizotypischer Persönlichkeitsstörung ein hoher Zusammenhang besteht. Abschnitt 9.4 Verlauf Persönlichkeitsstörungen treten definitionsgemäß erstmals in der Kindheit, in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter auf und zeichnen sich durch einen stabilen zeitlichen Verlauf aus. Die tatsächliche Stabilität der Persönlichkeitsstörungsdiagnosen erweist sich in aktuellen Untersuchungen jedoch mit etwa 40 Prozent als wesentlich geringer, als es die Definition erwarten lässt. Zudem existieren bei den langfristigen Remissionsraten bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Persönlichkeitsstörungen-Subtypen. Während zum Beispiel schizotypische Persönlichkeitsstörungen durch eher geringe Remissionsraten gekennzeichnet sind, weisen Borderline-Persönlichkeitsstörungen oftmals gute Remissionsraten auf. Fallbeispiel Nach einem Suizidversuch und einem nachfolgenden mehrwöchigen Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie erscheint die 18-jährige Laura verschämt und unsicher zum Erstgespräch einer ambulanten Psychotherapie. Sie berichtet über ihre durchgängig traurige und niedergeschlagene Grundstimmung. Besonders in den Abendstunden kommt es zu plötzlichen und grundlosen negativen Stimmungseinbrüchen, die zu Ein- und Durchschlafstörungen führen. Ihre starke Anspannung versucht sie entweder über Essanfälle mit darauffolgendem Erbrechen oder über selbstverletzendes Verhalten, zum Beispiel durchschneiden mit Messern, Scherben und Rasierklingen oder vereisen mit Deospraydosen zu reduzieren. Seit dem Beginn ihrer Probleme in der frühen Pubertät verspürt sie eine zunehmende innere Leere und Selbsthass. Als besonders bedrohlich empfindet Laura enge zwischenmenschliche Beziehungen, weshalb sie noch nie einen Freund hatte. Auch im Kontakt mit ihren besten Freundinnen erlebt sie ein ständiges Auf und Ab. Nach mehreren stationären psychiatrischen und ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen in der Vergangenheit hat sie beim letzten Klinikaufenthalt zusätzlich zu der bereits früher diagnostizierten schweren depressiven Episode und einer Bulimia nervosa erstmals die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gehalten. Fallbeispiel Ende Generell sinkt die Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen mit zunehmendem Alter und tritt daher in höheren Altersgruppen seltener auf. Hierbei ist davon auszugehen, dass zwar die Kriterien für das gesamte Störungsbild nicht mehr vollständig erfüllt werden, dass aber trotzdem einige Merkmale der Persönlichkeitsstörung bestehen bleiben. Während Störungen der Impulskontrolle in Klammern zum Beispiel in Bezug auf selbstverletzendes Verhalten mit zunehmendem Alter eher abnehmen, ist im Bereich der Regulation von negativen Affekten unbehandelt oftmals keine Verbesserung zu verzeichnen. Der Ausprägungsgrad der Symptomatik ist zudem abhängig von der Passung an die aktuellen Lebensumstände. Abschnitt 9.5 Äthiologie und Störungsmodelle Teilabschnitt 9.5.1 Äthiologie Die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung resultiert immer aus der Interaktion biologischer und psychosozialer Faktoren. Die einzelnen Faktoren tragen individuell unterschiedlich zur Prädisposition für eine Persönlichkeitsstörung sowie zu deren Auslösung und Aufrechterhaltung bei. Zu den biologisch relevanten Faktoren der Entstehung einer Persönlichkeitsstörung zählen der Genotype eines Individuums, Prä-, Peri- oder Postnatale Komplikationen, ein ängstlich vermeidendes impulsives oder emotional instabiles Temperament, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und neurophysiologische Funktionsstörungen. Während hinsichtlich des Genotyps einige Autoren von Erblichkeitseinflüssen von bis zu 60% für das Vorhandensein von Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen ausgehen, berichtet Fiedler in Klammern 2006 über nur drei Störungsbilder, in Klammern dissoziale, schizotypische und selbst unsichere Persönlichkeitsstörung, bei denen genetische Einflüsse bisher nachgewiesen werden konnten. Vereinzelt wurden zudem Unterschiede in der serotonergen und noradrenergen Aktivität sowie subtypspezifische neurobiologische Korrelate, in Klammern zum Beispiel präfrontale Dysfunktion, bei antisozialen und borderline Persönlichkeitsstörungen nachgewiesen. Psychosozial relevante Faktoren für die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung stellen, in Klammern ein überbehütender oder ein ablehnender bis feindseliger Erziehungsstil, eine positive Familienanamnese im Hinblick auf Angststörungen, Depressionen und Suizidalität sowie ein Mangel an sozialer Unterstützung dar. Abschnitt 9.5.2 Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Theorie Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Theorie nach Beck und Freeman geht davon aus, dass sich im Laufe eines Menschenlebens überlebensdienliche Schemata herausbilden, die sich auf das Verhalten und die Auswahl von Handlungsstrategien auswirken. Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich dabei durch charakteristische Annahmen und durch über- bzw. unterentwickelte Strategien aus. Beispielsweise ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung durch ein außergewöhnliches, einzigartiges und überlegenes Selbstbild, durch ein durch Minderwertigkeit und Bewunderung geprägtes Bild von Mitmenschen sowie durch sich selbst erhöhende Annahmen, in Klammern Da ich etwas Besonderes bin, verdiene ich besondere Regeln, ich stehe über den Regeln, ich bin besser als andere, und Strategien, in Klammern Andere benutzen, übergehen von Regeln, manipulieren, konkurrieren, gekennzeichnet. Abschnitt 9.5.3 Modell der doppelten Handlungsregulation Im Modell der doppelten Handlungsregulation nach Sachse, in Klammern Vergleiche 2001, werden Persönlichkeitsstörungen als Interaktionsstörungen aufgefasst. Die drei wesentlichen Komponenten des Modells stellen die Motivebene, in Klammern Ebene der authentischen Handlungsregulation, die Spielebene, in Klammern Ebene der manipulativen Handlungsregulation und die Schemata dar. Es wird angenommen, dass Menschen zentrale Bedürfnisse, beziehungsweise Beziehungsmotive, in Klammern zum Beispiel Anerkennung, Wichtigkeit oder Autonomie aufweisen, welche die interaktionelle Handlungsregulation auf Motivebene steuern und damit die Grundlage für ein normales und authentisches Interaktionsverhalten bilden. Zugleich liegen aber bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen infolge der biografischen Erfahrung wiederholt nicht befriedigter Beziehungsmotive dysfunktionale Schemata über sich selbst, über andere Menschen und über die Beziehungsgestaltung, in Klammern zum Beispiel Ich bin wertlos, unerwünscht und nicht wichtig, vor. Aus dem Widerspruch von Beziehungsmotiven, in Klammern zum Beispiel Wunsch nach Wertschätzung, und Schemata, in Klammern zum Beispiel Ich bin nichts wert, resultiert ein internales Dilemma, das nur durch individuelle Strategien auf einer manipulativen Handlungsebene, der sogenannten Spielebene, gelöst werden kann. Hierbei werden Verhaltensweisen eingesetzt, die sich lärngeschichtlich durch Ausprobieren oder Modelllernen als günstig erwiesen haben, um interaktionelle Ziele zu erreichen, in Klammern zum Beispiel Weinen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Diese interaktionellen Strategien sind jedoch oftmals nur kurzfristig effektiv, da die Bereitschaft des Interaktionspartners sich langfristig komplementär zur Spielebene und damit nicht mehr den eigenen Motiven entsprechend zu verhalten, mit der Zeit abnimmt und ins Gegenteil umschlagen kann, in Klammern zum Beispiel genervtes Abwenden statt Aufmerksamkeit schenken. Das Individuum erhält so eine weitere Bestätigung der bereits vorliegenden negativen Schemata, in Klammern zum Beispiel Ich bin nicht liebenswert, andere Menschen sind unberechenbar, sowie positive Verstärkung für den Einsatz weiterer interaktioneller Strategien auf Spielebene. Da die interaktionellen Ziele auf Spielebene jedoch immer nur eine Verstärkung für spezifische Verhaltensweisen, in Klammern zum Beispiel Weinen, gute Noten nach Hause bringen und nicht für den Menschen an sich nach sich ziehen, ist eine Korrektur der negativen Schemata auf diesem Wege nicht möglich. Dies führt zur weiteren Aufrechterhaltung des Systems. Die einzelnen Persönlichkeitsstörungs-Subtypen unterscheiden sich dabei in der Art der Beziehungsmotive, der Schemata und der interaktionellen Strategien. Die Psychotherapie stellt entsprechend der Leitlinien zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen die Behandlungsmethode der Wahl dar. In einer Meta-Analyse von Perry, Bannon und Janni zeigte sich eine signifikant höhere Verbesserung der Symptomatik bei psychotherapeutischer Behandlung im Vergleich zu Wartekontrollgruppen. In Klammern 25,8% der Patienten wiesen nach einem Behandlungsjahr keine Persönlichkeitsstörung mehr auf. Erfahrungsgemäß ist jedoch bei einer Persönlichkeitsstörung immer mit einer längeren Therapiedauer zu rechnen. Empirische Nachweise für die Effektivität der Behandlung liegen insbesondere für die Borderline, die antisoziale und die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung vor. Die Therapieempfehlungen für die anderen Persönlichkeitsstörungs-Subtypen resultieren bislang meist nur aus klinischer Praxis. Psychopharmaka lassen sich in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen zur Reduktion von klar definierten Zielsymptomen nutzen. So können zum Beispiel affektive Symptome durch die Gabe von Serotonin-Wiederaufnahmehämmern positiv beeinflusst werden. Überdies werden Psychopharmaka zur Krisenintervention, in Klammern zum Beispiel bei massiven Angstzuständen, oder zur Behandlung einer mit der Persönlichkeitsstörung assoziierten, komorbiden Achse 1-Störung eingesetzt. Teilabschnitt 9.6.1 Kognitive Verhaltenstherapie Das Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie der Persönlichkeitsstörung besteht nicht in einer, in Anführungszeichen, Heilung, sondern vielmehr in der Behandlung der aus den jeweiligen Symptomen resultierenden Einschränkungen wie Interaktionsschwierigkeiten und Störungen der Impulskontrolle. Der Therapiefokus sollte daher möglichst realitäts- und gegenwartsnah ausgerichtet sein. Die Behandlungsplanung sollte sich an klaren Regeln orientieren. In der Behandlungshierarchie nach Bohus et alii besitzt die Behandlung von akuter Suizidalität oder Fremdgefährdung der Patienten, die zum Beispiel durch den Abschluss von Therapieverträgen unterstützt werden kann, oberste Priorität. An zweiter Stelle werden allgemeine Gefährdungen der Therapie behandelt, wie eine Aufrechterhaltung und, in Klammern erfolgreiche, Weiterführung behindern, in Klammern zum Beispiel häufiges Nichterscheinen zur vereinbarten Therapie. Nach Abklärung dieser Aspekte stehen die Störungen der Verhaltenskontrolle, in Klammern zum Beispiel Wutausbrüche, sowie die Störungen des emotionalen Erlebens, in Klammern zum Beispiel ausgeprägte Vermeidung negativer Emotionen, auf Platz 3 und 4, gefolgt von Hilfestellungen bei Problemen der Lebensgestaltung, in Klammern zum Beispiel Arbeitsplatz, Partnerschaft, welche die vergleichsweise niedrigste Behandlungspriorität aufweisen. Die Psychoedukation bzw. die Aufklärung der Patienten über ihr Krankheitsbild ist ein weiterer, wichtiger Baustein in der Therapie der Persönlichkeitsstörung. Trotz der drohenden Stigmatisierung durch die Diagnosevergabe stellen eine offene Kommunikation der Diagnose und eine wertschätzende Aufklärung wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung eines plausiblen Erklärungsmodells dar. Besondere Bedeutung kommt außerdem der therapeutischen Beziehungsgestaltung zu, da sie eine zentrale Voraussetzung für Veränderungen ist. In verhaltenstherapeutischen Ansätzen geht es vorrangig um den Aufbau von sozialen Kompetenzen, Problemlösefertigkeiten und Strategien zur Angstbewältigung. Umgesetzt wird der Aufbau dieser Fertigkeiten beispielsweise durch die Anwendung spezifischer, manualbasierter Trainings, in Klammern zum Beispiel Training sozialer Kompetenzen oder die Durchführung von Verhaltensexperimenten und Rollenspielen. Die oftmals begleitend zur klassischen Verhaltenstherapie durchgeführte kognitive Therapie verfolgt dagegen das Ziel der Veränderung handlungsleitender kognitiver Schemata. Dabei werden dem Patienten dysfunktionale Denkmuster aufgezeigt und kognitive Techniken und psychoedukative Maßnahmen zur Restrukturierung und Modifizierung der bestehenden Schemata vermittelt. Laixenring und Leibing bestätigen die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen in einer Meta-Analyse. Für einige Störungsbilder, in Klammern zum Beispiel dissoziale Persönlichkeitsstörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, liegen zudem spezifische Behandlungsmanuale vor, welche aufgrund der erhöhten Wirksamkeit Vorrang vor unspezifischen Behandlungsansätzen einzuräumen ist. Teilabschnitt 9.6.2 Dialektisch-Behaviorale Therapie Der bisher am besten untersuchte Therapieeinsatz zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, in Klammern vor allem der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ist die Dialektisch-Behaviorale Therapie, in Klammern DBT, nach Leinhem. Die als kombinierte Einzel- und Gruppentherapie konzipierte Intervention zielt in erster Linie auf eine Verbesserung der emotionalen Bewältigungsfertigkeiten sowie auf eine Reduktion der Symptomatik ab. In der Gruppe findet wöchentlich das sogenannte Fertigkeiten- oder Skills-Training statt, bei dem kognitiv-emotionale und behaviorale Fertigkeiten mit den Elementen innere Achtsamkeit, Stresstoleranz, Emotionsregulation und zwischenmenschliche Kompetenzen vermittelt werden. Die Einzeltherapie erfolgt an einer Ziel-Hierarchie orientiert und wird durch zeitlich begrenzte Telefonberatung ergänzt. Zur Wirksamkeit der DBT liegen zahlreiche Studien vor. Teilabschnitt 9.6.3 Psychoanalytisch orientierte Therapie Das neben der kognitiven Verhaltenstherapie am häufigsten angewendete Verfahren zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen ist die psychoanalytisch orientierte Therapie. Die Aufmerksamkeit richtet sich hier weniger auf die direkte Symptomatik, sondern verstärkt auf die Persönlichkeitsstruktur im Allgemeinen. Wichtige Ansätze zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen stellen die mentalisierungsbasierte Psychotherapie in Klammern Mentalization-Based Treatment MBT und die übertragungsfokussierte Psychotherapie in Klammern Transference-Focused Psychotherapy TFP dar. Die Effektivität der psychoanalytisch orientierten Therapie konnte in der Meta-Analyse von Leixenring und Leibing nachgewiesen werden. Die gegenüber der kognitiven Verhaltenstherapie größeren Behandlungseffekte sind allerdings mit einer längeren Behandlungsdauer assoziiert. Teilabschnitt 9.6.4 Schematherapie Die Schematherapie von Young stellt eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie dar und integriert Elemente der Bindungstheorie, der Gestalttherapie, der Objektbeziehungstheorie, der konstruktivistischen Psychotherapie und psychoanalytischen Schulen. In diesem Erklärungs- und Behandlungsmodell für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen und chronisch-psychischen Erkrankungen wird dysfunktionales Verhalten und Erleben mit biografischen Erfahrungen in Zusammenhang gebracht und erklärt. Das Ziel der Schematherapie besteht darin, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen durch die Veränderung dysfunktionaler Schemata, Bewältigungsstile und Modi bei der Wahrnehmung und Erfüllung eigener Bedürfnisse sowie beim Umgang mit, in Klammern noch, nicht erfüllbaren Bedürfnissen zu helfen. Bei einem Schema handelt es sich nach Young, Klosko und Weißhaar um ein in der Kindheit oder der Adoleszenz entstandenes Thema oder Muster, das aus Erinnerungen, Emotionen, Kognitionen und Körperempfindungen besteht, die sich auf den Betreffenden selbst und seine Kontakte zu anderen Menschen beziehen, in Klammern zum Beispiel Verlassenheit oder Abhängigkeit. Maladaptive Bewältigungsstile stellen dagegen Strategien im Umgang mit unangenehmen Emotionen dar, die durch Schemata ausgelöst werden. Ein maladaptiver Bewältigungsstil, in Klammern zum Beispiel Überkompensation oder Vermeiden, kann sich dabei als Verhalten, als Gedanke oder als Gefühl manifestieren und sich auch im Laufe eines Lebens verändern. In der Praxis wird die Schematherapie häufig auf die Bearbeitung vereinfachter Schemamodi, in Klammern in einem konkreten Augenblick aktive, adaptive und maladaptive Schemata und Bewältigungsreaktionen beschränkt. Die Schematherapie setzt sich aus den beiden Behandlungsphasen Einschätzung und Edukation sowie Veränderung zusammen. Phase der Einschätzung und Edukation Die Schemata des Patienten werden identifiziert und mit Erfahrungen in der Kindheit und Adoleszenz in Verbindung gebracht. Anschließend werden maladaptive Bewältigungsstile und Reaktionen sowie aufrechterhaltende Faktoren herausgearbeitet. Zur Einschätzung der Schemata und Bewältigungsstile werden unter anderem lebensgeschichtliche Informationen aus dem Gespräch, Selbstbeobachtungen und spezifische Fragebogen, in Klammern zum Beispiel Young Schema Questionnaire, herangezogen. Begleitend erfolgt eine Psychoedukation. Ziel ist die Erarbeitung eines umfassenden schematheoretischen Fallkonzepts und Behandlungsplans. Phase der Veränderung Kognitive Erlebens- oder Emotionsorientierte, verhaltensbezogene und interpersonelle Techniken werden flexibel und situationsangepasst eingesetzt, um Schemata zu verändern. So werden zum Beispiel Argumente gesammelt, die der Gültigkeit eines Schemas widersprechen oder neue funktionalere Verhaltensweisen entwickelt. Bedeutsam ist hierbei die therapeutische Beziehung, innerhalb derer der Patient den Therapeuten als gesunden Erwachsenen verinnerlicht und die Wahrnehmung und Erfüllung von Grundbedürfnissen erlebt. In der Therapiebeziehung sind eine therapeutische Haltung der empathischen Konfrontation und die Anwendung der begrenzten nachträglichen elterlichen Fürsorge, in Klammern Limited Reparenting, zentral. Für die Effektivität der Schematherapie liegen bislang zahlreiche positive Befunde für die Borderline-Persönlichkeitsstörung vor. Die Wirksamkeit für andere Persönlichkeitsstörungs- Subtypen wird dagegen klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1 Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 10 Missbrauch und Abhängigkeit von Substanzen Abschnitt 10.1 Definition Eine Reihe von natürlich nicht chemisch aufbereiteten oder synthetischen Substanzen beeinflussen das zentrale Nervensystem. Sie nehmen Einfluss auf Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Verhalten. Einige dieser sogenannten Psychotropen-Substanzen zeichnen sich durch ein substanzielles Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial aus. Fallbeispiel Herr P. ist 22 Jahre alt und Student. Seit ca. 1,5 Jahren hat er große Schwierigkeiten, sein Studium zu bewältigen. Er leidet unter sozialen Ängsten, Prüfungsangst und Schlaflosigkeit. Er berichtet, sich täglich mindestens 10 Stunden mit den Studieninhalten intensiv auseinanderzusetzen. Dabei fühlt er sich unter Druck, angespannt, nervös und ängstlich. Er fällt bei Klausuren meistens erst einmal durch und neigt mittlerweile dazu, diese so weit möglich, z.B. durch Krankschreibungen, aufzuschieben. Vor einem Jahr bekam Herr P. von einem Kommilitonen den Tipp, sich Koffeintabletten in der Apotheke zu besorgen. Mit den Tabletten konnte sich Herr P. spürbar besser konzentrieren und fühlte sich trotz Schlafmangels wach und voller Tatendrang. Die Schlafprobleme begann Herr P. mit einem allabendlichen Joint zu bekämpfen. An den Wochenenden trank er excessiv bis zum Kontrollverlust Alkohol, um, in Anführungszeichen, seinen Frust und seine Ängste zu vergessen. Die Angst vor den Prüfungen ließ sich damit jedoch nicht beseitigen. Dann lernte er auf einer Party einen anderen Studenten kennen, der auch unter Prüfungsängsten litt und berichtete, dass er diese Ängste mit Koks in den Griff bekommen hätte. Der Kommilitone schenkte Herrn P. ein wenig von dem weißen Pulver, welches Herr P. noch auf der Party probierte. So gut und selbstsicher, aber er sich noch nie gefühlt. Er hatte den Eindruck, dass er die Welt in die Tasche stecken könne und dass Prüfungen mit Koks im Blut richtig locker kein Problem mehr sein. In der Folge verbesserten sich die Noten von Herrn P. erheblich. Allerdings bemerkte Herr P. relativ bald, dass er immer mehr Kokain benötigte, um sich fit und energievoll zu fühlen und immer mehr Cannabis, um abends zur Ruhe kommen zu können. Sobald die Wirkung des Kokains nachlasse, fühlte er sich schnell sehr mies und wie ausgekotzt. Dann trinkte er große Mengen Alkohol, um diese Gefühle zu betäuben. Mittlerweile gibt Herr P. sein gesamtes Geld für die Beschaffung von Kokain, Cannabis und Alkohol aus. Phasenweise konsumiert er exzessiv Alkohol bis zum Blackout. Sein Studium wächst ihm mittlerweile komplett über den Kopf. Fallbeispiel Ende. Missbrauch und Abhängigkeit sind dabei wie folgt definiert. Definitionen Schädlicher Gebrauch Schrägstrich Missbrauch Wiederkehrender Gebrauch einer Psychotropensubstanz, welche trotz des Wissens über durch den Konsum verursachte soziale, berufliche, psychologische oder körperliche Probleme weiter konsumiert wird. Abhängigkeit Wiederkehrender, schädlicher und durch ein übermächtiges Konsumverlangen bedingter Gebrauch einer psychotropensubstanz. Die Betroffenen erleben Kontrollverlust bei etwaigen Abstinenzbemühungen. Bei Abstinenz treten körperliche oder psychische Entzugserscheinungen auf. Die Menge der konsumierten Substanz muss immer weiter gesteigert werden, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Konsum und Beschaffung der Substanz dominieren den Alltag der Betroffenen. Definitionen Ende Die Diagnosen schädlicher Gebrauch, Schrägstrich Missbrauch und Abhängigkeit können im Zusammenhang mit einer Vielzahl psychotropa Substanzen vergeben werden. Dabei bleiben die zentralen Kriterien für Sucht und Abhängigkeit jeweils konstant, wohingegen die spezifischen psychotropen Effekte sich von Substanz zu Substanz deutlich unterscheiden können. In Klammern siehe Abbildung 10.1 im gedruckten Buch. Um welche Substanz es sich jeweils handelt, wird im ICD-10 über die zweite Dezimalstelle kodiert, in Klammern siehe Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. Über die in Tabelle 10.1 dargestellten Abhängigkeitserzeugenden Substanzen hinaus gibt es weitere Stoffe wie Antidepressiva, Laxantien, gewisse Analgetika, in Klammern zum Beispiel Aspirin, Steroide und Hormone sowie bestimmte Pflanzen oder Naturheilmittel, die unter bestimmten Umständen missbraucht werden können. Sie rufen aber trotz Beeinflussung des menschlichen Stoffwechsels keine Abhängigkeit hervor. Sie werden im ICD-10 gesondert klassifiziert. Von den stoffgebundenen Süchten kann die Kategorie der stoffungebundenen Süchte unterschieden werden. Die stoffungebundenen oder nichtstofflichen Süchte werden auch Verhaltenssüchte genannt. Diese Süchte äußern sich ebenso wie die stoffgebundenen Süchte in bestimmten Verhaltensweisen, die die Gesundheit schädigen oder schwerwiegende soziale Folgen haben können. Verhaltenssüchte sind bis auf pathologisches Glücksspiel in den Klassifikationssystemen keine eigenständigen Störungsbilder. Trotzdem können Verhaltensweisen in einem gesundheitsschädigenden Maße betrieben werden. Zu den relevanten Verhaltenssüchten zählen vor allem Spielsucht, in Klammern pathologisches Glücksspiel, ist eine Verhaltensstörung, bei der die Betroffenen den Drang zum Glücksspiel oder zum Wetten um Geld nicht kontrollieren können, auch wenn sie wissen, dass ihr Verhalten finanziell, sozial und gesundheitlich schädlich ist. Epidemiologische Studien zeigen, dass 71,5% der Deutschen in ihrem Leben schon mindestens einmal gespielt haben und dass bei 0,3-1% der Bevölkerung von problematischem Glücksspiel und bei 0,2-0,5% von pathologischem Glücksspielverhalten ausgegangen werden kann. Bei Kaufsucht wird etwas kaufen zu müssen wie ein innerer Zwang erlebt, auch wenn man es sich finanziell nicht leisten kann oder die gekauften Dinge nicht benötigt werden. Nach dem Kaufakt folgen häufig Schuldgefühle. Das zwanghafte Kaufen führt oft zu relevanten finanziellen, sozialen und beruflichen Schwierigkeiten. Studien gehen von ca. 6% pathologischen Käufern in der Bevölkerung aus. Arbeitssucht ist eine fortschreitende pathologische Fixierung auf Arbeit bzw. das Arbeiten. Es ist nicht nur das zwanghafte zu viel Arbeiten, sondern auch große Angst vor Misserfolgen sowie ein arbeitsbezogener Perfektionismus. Außerdem kommt es zu einem zunehmenden Verlust der Fähigkeit, die verbliebene Freizeit mit befriedigenden Aktivitäten füllen zu können. Poppelreuther schätzt, dass in Deutschland von etwa 200.000 Betroffenen ausgegangen werden kann. Unter Internet- und Computersucht versteht man den zwanghaften Drang, sich regelmäßig und exzessiv mit dem Internet oder Computerspielen zu befassen. Die Prävalenz liegt bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6% und 20%. Zur Einschätzung des Computerspielverhaltens wird der standardisierte Fragebogen zum Computerspielverhalten von Kindern in Klammern CSVK verwendet. Als Sexsucht wird ein Sexualverhalten mit einem starken Verlangen nach sexueller Betätigung und Befriedigung bezeichnet. Prävalenzraten liegen zwischen 3 und 6%. Männer sind dabei mit 70 bis 80% der Fälle wesentlich häufiger betroffen. Sportsucht definiert sich durch den inneren Zwang, sich bis zur Erschöpfung sportlich zu betätigen, ohne dass Wettkampfambitionen gehegt werden. Unter dem Bevölkerungsanteil, der regelmäßig mehrmals wöchentlich Sport betreibt, finden Terry, Sabo und Griffiths eine Prävalenz von 3%. Dieser Bevölkerungsanteil ist generell sehr gering, weswegen von sehr niedrigen Prävalenzraten in der Gesamtbevölkerung ausgegangen werden kann. Abschnitt 10.2 Klassifikation Die substanzinduzierten Störungen werden im ICD-10 genauer klassifiziert. Mehr dazu in Tabelle 10.2 im gedruckten Buch. Ergänzend zu den Klassifikationen von ICD-10 und DSM Römisch 4 schlagen die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und die British Medical Association den Gebrauch der folgenden Abstufungen im Konsumverhalten vor. Erste Abstufung Risikoarmer Konsum Konsum unterhalb einer statistisch definierten Harmlosigkeitsgrenze oder Gefährdungsgrenze. Für Alkohol wurde diese Grenze von der British Medical Association bei einer täglichen Trinkmenge von 30 Gramm reinem Alkohol für Männer und 20 Gramm für Frauen festgelegt. Zweite Abstufung Mit riskantem Konsum oder gefährlichem Gebrauch Konsum oberhalb einer Gefährdungsgrenze, bei dem nach längerem Konsum nachgewiesenermaßen ein erhöhtes Risiko besteht, eine substanzbezogene Störung zu entwickeln. Bei einem Mann liegt diese Grenze bei 40 Gramm Alkohol pro Tag, weil sich ab dieser Grenze signifikant das Risiko für Lebererkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen und Krebserkrankungen erhöht. Bei Frauen wird ab 30 Gramm pro Tag generell das Risiko für eine Lebererkrankung und wahrscheinlich auch für Brustkrebs erhöht. Die beiden nächsthöheren Abstufungen im Konsumverhalten sind die Kategorien schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit nach ICD-10, die bereits vorgestellt wurden. Abschnitt 10.3 Diagnostik Bei der Diagnostik von Missbrauchs- und Abhängigkeitsstörungen gilt es, eine Reihe spezifischer Probleme zu berücksichtigen. Zuweilen sind den Betroffenen das mit dem Konsum einhergehende Gesundheitsrisiko oder andere negative Folgen nicht bewusst. In diesem Fall gilt es kritisch zu prüfen, inwieweit überhaupt von Missbrauch gesprochen werden kann. Der Konsum stellt oft eine äußerst schambehaftete Thematik für die Betroffenen dar und wird in der Folge oft verheimlicht, verleugnet oder bagatellisiert. Viele Betroffene bewegen sich, in Klammern durch die Suchtproblematik, in einem illegalen Milieu, Stichwort Beschaffungskriminalität, und müssen juristische Konsequenzen befürchten, wenn sie Fragen zum Konsum wahrheitsgemäß beantworten. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Aussagen der Betroffenen sorgfältig zu prüfen und, wenn möglich, alternative Informationsquellen zu berücksichtigen. Dabei kann es sich um Verhaltensbeobachtung, durch den Diagnostiker, die Befragung von dritten Personen oder Institutionen oder um den Einsatz biologischer Verfahren zum Nachweis des Konsums, in Klammern über Arten, Urin, Blut oder Haaranalysen handeln. Auffällige Befunde lassen sich mithilfe klinischer Interviews weiter validieren. In diesem Zusammenhang sind vor allem das strukturierte klinische Interview für DSM römisch 4 Achse 1, in Klammern SCID 1, das Composite International Diagnostic Interview, in Klammern CD, und das diagnostische Interview bei psychischen Störungen, in Klammern DIPS, zu nennen. Speziell für den Substanzkonsum wurde zum Beispiel der Addiction Severity Index entwickelt, in dem das Ausmaß an substanzbedingten Behandlungsbedarf, in Klammern alle Substanzklassen, in sieben möglichen Problembereichen, in Klammern zum Beispiel körperlicher Zustand oder psychischer Status abgefragt wird. Überblick Weitere Screening-Verfahren Als weiteres Screening-Verfahren haben sich mittlerweile eine Vielzahl von Fragebögen bewährt. Dazu zählen die folgenden Verfahren zur Erfassung des Alkoholkonsums. Alkohol-Use-Disorders-Identification-Test, in Klammern AUDIT Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit, in Klammern SESA Cage-Screening-Fragebogen Münchner-Alkoholismus-Test, in Klammern MALT Drogenabhängigkeit lässt sich mit folgenden Instrumenten messen Drug Abuse-Screening-Test, in Klammern DAST Basler-Drogen- und Alkoholfragebogen, in Klammern BDA Der Fagerström-Test von Nikotindependence, in Klammern FTND, misst Nikotinabhängigkeit. Das Trierer Inventar für Medikamentenabhängige, in Klammern TIM steht zur Erfassung der Medikamentenabhängigkeit zur Verfügung. Überblick Ende Abschnitt 10.4 Häufigkeit und Verlauf Substanzkonsum ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Substanzklassen. Aktuelle Studien zeigen, dass in der deutschen Gesamtbevölkerung gesundheitsgefährdender oder riskanter Nikotin- und Alkoholkonsum am häufigsten angegeben werden. Nach dem epidemiologischen Suchtsurvey 2006 von Krauss wird für schädlichen Alkoholgebrauch eine 12-Monats-Punkt-Prävalenz von 29,7% berichtet. In dieser Studie gaben lediglich 3,5% der Bevölkerung eine lebenslange Abstinenz an. Die Prävalenz der Alkoholabhängigkeit ist mit einer Punktprävalenz von 2,4% sehr viel geringer. Die erste Konsumentengruppe ist also erheblich größer als diejenige der eigentlichen Abhängigkeitserkranken. Durch die weit verbreitete Unterschätzung des eigenen Konsumverhaltens liegen die Zahlen unter den Werten, wie die Verteilung wirklich in der Gesellschaft vorkommt. Die Werte schwanken je nach Befragungszeitraum und Lebensalter der Befragten erheblich. Zum Beispiel liegt die Lebenszeitprävalenz bei ca. 23,7%. In Klammern haben sie jemals in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert? Viel höher als jede Punktprävalenz. In Klammern haben sie im letzten Monat Schrägstrich im letzten Jahr illegale Drogen konsumiert. Die 12-Monats-Punkt-Prävalenz des Konsums von illegalen Drogen beträgt ca. 5%. Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren lassen sich höhere Werte finden, die doch anteilig mit über 90% auf Cannabiskonsum zu beziehen sind. Die Illegalität des Konsums, die schwere Erreichbarkeit der Betroffenen und die geringe Prävalenz sind erschwerende Faktoren bei der Erhebung der Verbreitung von illegalen Drogen. Ein Überblick über den Substanzkonsum in Deutschland findet sich in Tabelle 10.3 im gedruckten Buch. Der Verlauf des Konsums muss bei den verschiedenen Substanzen differenziert werden. In Klammern sie ihr Abbildung 10.2 im gedruckten Buch. Allgemein lassen sich nach Schumann et al. 3 drei verschiedene Phasen unterscheiden. 1. Beginn des Drogenkonsums in der Einstiegsphase. 2. Regelmäßiger Konsum in der Gewöhnungsphase. 3. Abhängigkeitsphase. Wichtige Einflussfaktoren in der Einstiegsphase sind zum einen das Einstiegsalter und zum anderen das soziale Milieu bzw. die Peergroup. Alkohol und Nikotin sind die ersten Suchtmittel, mit denen jeder junge Mensch in Kontakt kommt. Aus diesem Grund gelten die legalen Drogen als Einstiegsdrogen, da der Konsum illegaler Drogen meistens dem Konsum von legalen Drogen vorangeht. Doch auch wenn der Konsum von Alkohol, Nikotin und Cannabis bei Jugendlichen große Verbreitung findet, wird nur von einem Bruchteil der Konsumenten der Übergang auf illegale Drogen vollzogen. Ein Drittel der konsumierenden Jugendlichen wird noch nach dem 30. Lebensjahr durch Suchtproblematiken weiter auffällig, die restlichen zwei Drittel überwinden ihren erheblichen Konsum. Ca. 20% der Suchterkrankungen werden ohne professionelle Hilfe überwunden. Ausschlaggebend ist hier nicht die Schwere der Erkrankung, sondern die Unterstützung durch ein helfendes soziales Umfeld. Professionelle Hilfe wird im Suchtbereich häufig sehr spät aufgesucht, in Klammern z.B. Vergehen bei Alkoholsucht zwischen dem Auftauchen der ersten Schwierigkeiten durch den Konsum und der ersten stationären Alkoholbehandlung im Durchschnitt 11,8 Jahre. Abschnitt 10.5 Äthiologie und Störungsmodell Das zugrunde liegende Störungsmodell für die Entwicklung einer Suchterkrankung ist das Vulnerabilitäts-Stressmodell, bei dem die Interaktion zwischen dem genetischen Risiko der Person und der spezifischen Umwelt mit wirkenden Schutz- und Risikofaktoren aufgegriffen wird. Zusammenfassend sind die Hauptfaktoren in drei Unterfaktoren einzuteilen. Bedingungsfaktoren der Person, Umweltfaktoren und die Merkmale der konsumierenden Substanz. Überblick Faktoren des Vulnerabilitäts-Stressmodells Bedingungsfaktoren der Person Genetische Faktoren Persönlichkeitsfaktoren in Klammern niedriges Selbstwertgefühl, Sensation Seeking, Impulsivität und antisoziales Verhalten Traumatisierungen in Klammern körperlicher, sexueller und schrägstrich oder emotionaler Missbrauch Komorbidestörungen in Klammern Angst, Depression, ADHD, Persönlichkeitsstörungen Umweltfaktoren Struktur und Bindung in der Familie in Klammern Rollen, Regeln und Kommunikation Konsumverhalten und Einstellung bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum in der Familie Konsumverhalten und Einstellung bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum in der Peergroup Substanzverfügbarkeit Soziales Milieu und soziale Schichtzugehörigkeit Merkmale der Substanz Wirkung in Klammern dämpfend, schrägstrich sedierend Aktivierend, schrägstrich stimulierend Halluzinogen Entwicklung der Wirkung und Nebenwirkungen bei längerfristigem, schrägstrich regelmäßigen Konsum Anflutungsgeschwindigkeit und Dauer der Wirkung Abhängigkeitsentwicklung in Klammern körperliche und schrägstrich oder psychische Abhängigkeit Überblick Ende Aus lerntheoretischer Perspektive spielen Prozesse der klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Rolle Neutrale Reize in Klammern UCR Zum Beispiel externale Stimuli wie die Umgebung bei der Drogeneinnahme oder internale Reize wie bestimmte Gefühlszustände oder Erinnerungen an Konfliktsituationen werden mit der Drogeneinnahme und Wirkung assoziiert und wirken dann als konditionierte Reize in Klammern CS die das Drogenverlangen als konditionierte Reaktion in Klammern CR auslösen Das Aufrechterhalten des Suchtverhaltens oder von Rückfällen im Klammern CX Kurs kann mit der operanten Konditionierung erklärt werden Der Drogenkonsum wirkt durch seine erwartete angenehme Wirkung positiv verstärkend Wenn durch die Einnahme der Droge unangenehme Situationen vermieden oder beseitigt werden, wirkt dieses zusätzlich verstärkend, da ein unangenehmer Zustand wegfällt Diese Verstärkungsvorgänge tragen dazu bei, dass das Konsumverhalten immer wiederholt wird Exkurs Stadien eines Rückfalls Malat und Gordon in Klammern 1985 explizieren als wichtige Stadien eines Rückfalls 1. Eine Disbalance von angenehmen und unangenehmen Aktivitäten Schrägstrich Gefühlen 2. Scheinbar unbeabsichtigte Entscheidungen 3. Die in Risikosituationen führen In Klammern im Sinne von Ich gehe nochmal schnell um den Block, wohlwissend, dass ich auf dem Weg an der Kneipe vorbeikommen werde 4. In denen das Problem der extremen Verlockung auftaucht In Klammern, das heißt, den massiven Drang zu konsumieren 5. Dieses kann zum Vorfall in Klammern Leps führen In dem beispielsweise ein Bier getrunken wird In Klammern, ein einziges Bier ist in diesem Sinne noch kein Rückfall Da immer noch Zeit zum rechtzeitigen Aufhören ist 6. Als Reaktion auf einen Vorfall Kommt es zum sogenannten Abstinenzverletzungssyndrom Das heißt, einer Unterschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit In Klammern, ich kann einfach nicht aufhören mit dem Trinken Und zu dissonanzreduzierenden Kognitionen In Klammern, zum Teufel nochmal, jetzt ist es auch egal Ich muss das Ganze in der Gosse landen, um dann wieder motiviert genug zu sein, mit dem Trinken aufzuhören Und so letztlich zum Rückfall in das komplette dysfunktionale Trinkverhalten Exkurs Ende Abschnitt 10.6 Behandlung Fallbeispiel Herr P. bekommt die Diagnosen Alkoholabhängigkeit, in Klammern F10.2 Und Kokainabhängigkeit, in Klammern F14.2 Er begibt sich in stationäre Behandlung, um einen Alkoholentzug durchzuführen Und erlebt Entzugssymptome mit Übelkeit, Zittern, Schwitzen und innerer Unruhe Zwischendurch ist Herr P. extrem gereizt und wird mit Benzodiazepinen behandelt Im Laufe einer Woche verlieren sich die Entzugssymptome, woraufhin Herr P. aus der Klinik entlassen wird Anfangs ist er sicher, vom Alkohol und den Drogen losgekommen zu sein Trotzdem kommt es bereits zwei Wochen später zu erneuten Kokain-Konsum, um Gefühle der Einsamkeit und Niedergeschlagenheit zu betäuben Nach diesem Erlebnis beginnt er mit einer Suchttherapie und setzt sich intensiv mit seinem Substanzkonsum auseinander Was haben mir die Drogen schrägstrich der Alkohol gebracht? Was nehmen sie mir? Worauf muss ich verzichten, wenn ich die Drogen schrägstrich den Alkohol nicht mehr nehme? Wie kann ich mit Situationen umgehen, in denen ich früher konsumiert habe, ohne Drogen schrägstrich Alkohol zu nehmen? Welche Kompetenzen muss ich stärken oder erlernen, um Risikosituationen effektiv bewältigen zu können? Wie gehe ich mit Rückfällen um? Im Laufe der Therapie erlernt er P. Entspannungstechniken und andere Emotionsregulationskompetenzen, um unangenehme Gefühle zu modifizieren oder auszuhalten Er erstellt sich einen Notfallplan, was er bei hohem Suchtdruck tun kann, damit er nicht wieder zu Drogen oder Alkohol greifen muss Schritt für Schritt lernt er, das Leben auch wieder ohne Drogen oder Alkohol zu genießen, um Probleme anders als über den Substanzkonsum zu lösen Mittlerweile ist der P. seit mehreren Jahren clean bzw. trocken Fallbeispiel Ende Allgemein ist festzuhalten, dass durch die Heterogenität der verschiedenen Suchterkrankungen kein einheitliches Therapiekonzept existiert, das bei allen Sucht- und Abhängigkeitsstörungen angewandt werden kann Trotzdem können allgemein gültige Richtlinien und Grundsätze für die Behandlung dieser Störungsgruppe benannt werden, die seit September 2000 von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften in Klammern AWMF herausgegeben werden In diesem Sinne ergeben sich im Interventionsbereich substanzübergreifend die folgenden Zielsetzungen Prävention des Erstkonsums in Klammern vor jeglichem Konsum Prävention nach Erstkonsum als frühe Intervention vor Entwicklung einer Abhängigkeit Möglichst frühzeitiger und kompletter Ausstieg aus etabliertem Konsum Solange der Betroffene nicht zur Reduktion Schrägstrich Abstinenz bereit ist, gilt es, die Motivation für eine Verhaltensänderung zu erhöhen In dem Maße, in dem sich eine Reduktion Schrägstrich Abstinenz nicht herbeiführen lässt, kann es ein Ziel sein, wenigstens die negativen Folgen des Konsums in Klammern zum Beispiel Beschaffungskriminalität zu reduzieren, welche den Konsum mit aufrechterhalten, in Klammern zum Beispiel durch dysfunktionale Einflüsse eines kriminellen Milieus Vermittlung von effektiven Strategien zum Umgang mit gelegentlichen Ausrutschern, damit aus einem unbeabsichtigten einmaligen Konsum kein kompletter Rückfall wird, beziehungsweise damit der Betroffene aus einem Rückfall möglichst schnell wieder herausfindet und sich wieder um Abstinenz bemüht Der erste Schritt einer erfolgreichen Suchtbehandlung, deren Hauptziel in der Regel zunächst einmal die Abstinenz ist, ist bei vorliegen körperlicher Abhängigkeit die Entgiftung im stationären Setting. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Substanzklasse, den zu erwartenden Entzugssymptomen und der Motivation mehr oder weniger graduell und mit mehr oder weniger Einflussnahme auf etwaige Entzugssymptome mithilfe von Medikamenten Nach der Entzugsbehandlung folgt die Motivations- und Rückfallbehandlung Ziel dieser Phase ist unter anderem die Einsicht in das Vorliegen eines Abhängigkeitsproblems und die damit verbundenen negativen Konsequenzen Darauf aufbauend soll die Motivation gestärkt werden, Veränderungen einzuleiten und durchzuhalten Die Rückfallprävention ist der Hauptbestandteil der Suchttherapie, da sich Sucht im Wesentlichen über den Rückfall definiert Therapeutisch ist dabei zwischen Rückfallpräventionselementen im Rahmen einer intensiven und akuten Therapie und der sich anschließenden Anbindung an langfristige, in Klammern oft gruppenbasierte, Unterstützungsangebote zu unterscheiden, die den Patienten beim Aufrechterhalten der Abstinenz unterstützen In diesem Behandlungsfokus wird häufig auf das oben geschilderte Konzept von Marlott und Gordon zurückgegriffen Ausgehend von dem Prozessmodell des Rückfalls werden mit den Patienten Coping-Strategien erarbeitet, mit denen sie die jeweiligen Stadien des Rückfalls so bewältigen können, dass sie den nächsten Schritt im Rückfallprozess verhindern können In Klammern zum Beispiel Lifestyle-Balance-Strategien zur Reduktion der generellen Vulnerabilität, Emotionsregulations- oder Ablehnungstrainings für den erfolgreichen Umgang mit negativen Emotionen, Peer-Pressure als typischen Hochrisikosituationen Neben der psychotherapeutischen Behandlung gibt es Selbsthilfegruppen, die Suchtkranke begleiten und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten Diese Gruppen sind unter anderem deswegen von großer Bedeutung, weil Rückfälle auch nach langer Abstinenzzeit noch eintreten können, das Gesundheitssystem jedoch eine professionelle langfristige Betreuung abstinenter Ex-User nicht in dem Maße finanzieren kann, wie dies wünschenswert wäre Die bekannteste Gruppe sind die Anonymen Alkoholiker in Klammern AA, die in 146 Ländern der Erde rund 90.000 Gruppen mit insgesamt über 1,8 Millionen Mitgliedern zählt Die regelmäßige Teilnahme an AA-Meetings hat sich als Prädiktor für langfristige Abstinenz erwiesen, wird aber vor allem aufgrund der theistischen Ausrichtung nach wie vor kritisch diskutiert Die allgemeinen Rückfallraten liegen je nach Störung und Behandlungssetting zwischen 40% in Klammern Alkohol und 80% in Klammern bei harten Drogen in professionellen Behandlungseinrichtungen Die langfristige Effektivität der ambulanten Ansätze wurde in Meta-Analysen von Süß in Klammern 1995 für Alkoholekrankte und Dutra et alii in Klammern 2008 bei Drogenabhängigen ausgewertet Die Abstinenzraten liegen diesen Studien zufolge für Alkohol bei 76%, für Opiate bei 36%, für Kokain bei 32% und für Cannabis bei 26% Die Anzahl vorheriger Rückfälle nach Therapie scheint ein guter Prädiktor für künftige Abstinenz zu sein Dies spricht dafür, dass die Effekte psychosozialer Behandlungen kumulieren können Daher sollte man sich von Rückfällen nach der Behandlung nicht entmutigen lassen Rückschläge gehören zu diesem Krankenhaus Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 11 Psychische Folgen erworbener Hirnschädigungen Von Bettina K. Döring und Cornelia Exner Erworbene Hirnstörungen können folgendermaßen definiert werden Definition Erworbene Hirnstörungen entstehen durch körperliche Erkrankungen, die das Gehirn direkt, in Klammern zum Beispiel durch Schädel-Hirn-Verletzungen, oder indirekt, in Klammern zum Beispiel als Folge einer den ganzen Organismus beeinflussenden Stoffwechselerkrankung betreffen Infolge der Hirnschädigung treten häufig neuropsychologische Leistungseinbußen auf, aber auch Beeinträchtigungen der emotional-motivationalen Verarbeitung, die zu Verhaltensauffälligkeiten und interpersonellen Schwierigkeiten führen können Definition Ende Abschnitt 11.1 Äthiologie und Symptomatik Teilabschnitt 11.1.1 Organische Ursachen Ursachen erworbene Hirnschädigungen stellen traumatische Hirnschädigungen, in Klammern zum Beispiel Schädel-Hirn-Traumata, Gefäßerkrankungen, in Klammern zum Beispiel Schlaganfälle, Hirnblutungen und Neurodegenerative Erkrankungen, in Klammern zum Beispiel Demenz vom Alzheimer-Typ dar. Auch entzündliche Erkrankungen, in Klammern zum Beispiel Multiple Sklerose oder neoplastische Veränderungen, in Klammern Hirntumore, Sauerstoffmangel, Intoxikationen, Stoffwechsel oder Ernährungsstörungen sind als äthiologische Faktoren zu berücksichtigen. Die Gesamtinzidenz erworbener Hirnschädigungen in Deutschland wird auf etwa 550.000 Patienten beziffert. Je nach organischer Verursachung bestehen unterschiedliche Altersgipfel der Erkrankung. Beispielsweise tritt das Schädel-Hirn-Trauma häufig bei jungen Menschen infolge von Verkehrsunfällen und Sturzverletzungen auf, während es sich bei Demenzen um Erkrankungen des fortgeschrittenen Lebensalters handelt. Teilabschnitt 11.1.2 Symptomatik und zeitlicher Verlauf Neben sensorischen und motorischen Ausfällen sind neuropsychologische Störungen häufig, die sich in kognitiven Leistungseinschränkungen manifestieren. Es können alle kognitiven Funktionen betroffen sein, zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Handlungsplanung und Steuerung, Sprache und Wahrnehmung. Es treten häufig Veränderungen der emotionalen Verarbeitung, in Klammern zum Beispiel erhöhte Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Affektlabilität und der Motivation, in Klammern zum Beispiel Apathie auf. Auch Verhaltensauffälligkeiten, in Klammern zum Beispiel Enthemmung im Sozialverhalten, stellen eine mögliche Folge dar. Welche Symptome initial auftreten, wird wesentlich durch die ursächliche Erkrankung und die betroffenen Hirnareale bestimmt. Bei demenziellen und einigen entzündlichen Erkrankungen handelt es sich um fortschreitende, sich verschlechternde Erkrankungen. Welche Funktionsbereiche zuerst betroffen sind und welche im späteren Verlauf beeinträchtigt werden, unterscheidet sich je nach Erkrankung. Demgegenüber handelt es sich beispielsweise bei traumatischen Hirnschädigungen um Ereignisse, die anfangs drastische Symptome zeigen können, in Klammern zum Beispiel posttraumatische Amnesie, Orientierungsstörungen, deren Symptomatik aber meist zurückgeht. Allerdings können auch nicht progrediente Hirnschädigungen zu chronischen Beeinträchtigungen führen. Teilabschnitt 11.1.3 Psychosoziale Erkrankungsfolgen Die Auswirkungen der Erkrankung können aufgrund der vielfältigen Symptomatik alle Lebensbereiche der Betroffenen verändern. Teilweise wird eine Ausübung der bisherigen Berufstätigkeit unmöglich, die Wahrnehmung sozialer Rollen und Aufgaben verändert sich, die Betroffenen sind auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Angehörigen im Alltag oder auch der persönlichen Pflege angewiesen. Das Selbstbild und bisherige Lebensziele werden durch die Erkrankung und ihre Auswirkungen infrage gestellt. Die persönliche, soziale und berufliche Entwicklung wird durch eine Hirnschädigung maßgeblich verändert. Wie gut es den Betroffenen gelingt, mit erkrankungsbedingten Veränderungen umzugehen, hängt nicht nur von Lokalisation und Ausmaß der Schädigung ab, sondern auch von Merkmalen der prämo-biden Persönlichkeit, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Auch das Ausmaß an sozialer und therapeutischer Unterstützung, die der Betroffene in seinem Umfeld erfährt, stellt einen prognostischen Faktor dar. Nach erworbenen Hirnschädigungen steigt das Risiko, an einer psychischen Störung zu erkranken auf 50 Prozent, wobei am häufigsten Angsterkrankungen, in Klammern posttraumatische Belastungsstörung, Panikstörung, depressive Störungen sowie Suchterkrankungen auftreten. Im ersten Jahr nach der Schädigung besteht die größte Erkrankungsgefahr, aber auch später bleibt das Risiko, in Klammern lebenslang, erhöht. Neben dem großen persönlichen Leid, das komorbide Erkrankungen verursachen, beeinflussen sie auch den Rehabilitationserfolg und gesundheitsökonomische Aspekte, in Klammern erhöhte Anspruchnahme medizinischer Leistungen, Ausfalltage. Daher muss die Behandlung immer psychische Komorbiditäten berücksichtigen und entsprechende psychotherapeutische Interventionen beinhalten. Abschnitt 11.2.1 Diagnostisches Vorgehen Je nach Äthiologie sowie Informationen zu Ort und Ausmaß der Schädigung können Erwartungen über neuropsychologische Schädigungsfolgen formuliert werden, die anhand neuropsychologischer Tests sowie der subjektiven Beschwerdeschilderung des Betroffenen überprüft werden. Bei der Auswahl geeigneter Testverfahren gilt es, neben den bekannten psychometrischen Gütekriterien die folgenden Besonderheiten zu berücksichtigen. Kurze Testverfahren für schwer beeinträchtigte Patienten, um Ermüdungseffekten vorzubeugen. Berücksichtigung von Boden- und Deckeneffekten der Testverfahren, um eine angemessene Differenzierung im Leistungsbereich des Patienten zu ermöglichen. Verfügbarkeit und Angemessenheit der Daten der entsprechenden Normstichprobe, in Klammern vor allem bei älteren Patienten, um Veränderungen des normalen Alterungsprozesses von pathologischen Defiziten abzugrenzen. Beachtung motorischer oder sensorischer Einschränkungen, um eine Verfälschung der Testergebnisse durch Wahrnehmungs- oder Bewegungsdefizite in der Durchführung auszuschließen. Zur Diagnostik stehen sowohl Testbatterien, die die kognitive Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen erfassen, in Klammern zum Beispiel Wechsler Memory Scale Revised WMSR für Gedächtnisleistungen, als auch störungsspezifisches Screening-Verfahren, in Klammern zum Beispiel Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease, CERAT, zur Verfügung. Entsprechende Hinweise finden sich in Lehrbüchern der klinischen Neuropsychologie. In der Exploration sollte sowohl eine Eigen- als auch eine Fremdanamnese stattfinden. Die Befragung der Angehörigen kann wertvolle Informationen liefern, da diese oft eine andere Sicht auf die Beschwerden aufweisen als der Patient selbst und Anhaltspunkte zum Umgang mit den Erkrankungsfolgen bieten. Hilfreich sind Probleme und Verhaltensanalysen überfordernder Situationen, die gemeinsam mit dem Patienten erstellt werden. Sie erheben die Anforderungen der Situation an die kognitive Leistungsfähigkeit des Betroffenen sowie bisherige Verhaltensreaktionen. Ein Beispiel findet sich im folgenden Fallbeispiel. Diagnostik soll nicht nur schädigungsbedingte Defizite erheben, sondern ein differenziertes Bild gestörter, aber auch intakter kognitiver Funktionen zeichnen, um so ein ressourcenorientiertes Vorgehen in der therapeutischen Behandlung zu unterstützen. Fragebogenverfahren und klinische Interviews erfassen mögliche komorbide psychische Störungen. Fallbeispiel Verhaltens- und Problemanalyse nach erworbenen Hirnschädigungen Herr D., in Klammern 28 Jahre, erlitt im Rahmen eines Verkehrsunfalls ein mittelgradiges Schädel-Hirntrauma. Die anfängliche neuropsychologische Diagnostik im Rahmen des stationären Aufenthaltes zeigte deutliche Beeinträchtigungen in den Bereichen der Aufmerksamkeit, der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und des Gedächtnisses. Zwölf Monate später stellt sich Herr D. in Begleitung seiner Eltern zu einem Erstgespräch in einer ambulanten Behandlungseinrichtung vor, da bei der Rückkehr nach Hause Schwierigkeiten sowohl in der selbstständigen Alltagsbewältigung als auch in der familiären Interaktion auftraten. Folgende vereinfachte Probleme und Verhaltensanalyse wurde mit dem Patienten erarbeitet. Ausgangssituation Welche Situation war für mich schwierig? Meine Mutter fragt mich, ob ich den Arzt wegen des neuen Untersuchungstermins angerufen habe. Ich sage ihr, dass ich gar nicht wusste, dass das nötig war. Sie meinte, sie hätte mich vor einer Stunde darum gebeten, den Anruf zu erledigen. Anforderungen Warum war diese Situation für mich schwierig? Was waren die Anforderungen? Ich kann mir viele Dinge nicht mehr merken, das weiß ich eigentlich. Trotzdem ärgert es mich, wenn mir andere Leute deswegen Vorwürfe machen und ich immer im Unrecht bin. Ich werde dann schneller laut als früher. Aber meine Mutter behandelt mich manchmal wirklich wie ein kleines Kind. Lösungsverhalten Wie habe ich versucht, mit der Situation umzugehen? Was hat funktioniert? Was nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Ich habe ihr widersprochen. Wir haben gestritten und es wurde laut. Irgendwann ist sie aus dem Zimmer gegangen. Als ich wieder ruhiger war, habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich doch wieder an meinem Gedächtnis lag und habe mich bei ihr entschuldigt. Trotzdem war die Stimmung noch angespannt. Typisch in diesem Beispiel ist die Verzahnung verschiedener Problembereiche. Kognitive Leistungseinschränkungen, in Klammern Gedächtnisdefizite, Veränderungen der emotionalen Verarbeitung, in Klammern Reizbarkeit, sowie psychosoziale Konsequenzen, in Klammern Veränderungen sozialer Rollen, sind an der Entstehung der Problemsituation beteiligt und stellen Ansatzpunkte therapeutischer Beeinflussung dar. Fallbeispiel Ende Teilabschnitt 11.2.2 Klassifikation gemäß ICD-10 Die Klassifikation erworbener Hirnschädigungen, sowie ihrer psychischen Folgen gemäß ICD-10, ist bislang eher uneinheitlich. Teils erfolgt im Abschnitt F0 eine ursachenbezogene syndromale Einteilung, in Klammern zum Beispiel Organisches Psychosyndrom nach Schädel-Hirn-Trauma F07.2, die neuropsychologische und emotional-motivationale Symptome zusammenfasst. Andere Diagnosen nehmen Bezug auf einen spezifischen betroffenen Funktionsbereich, in Klammern zum Beispiel Organisches Amnestisches Syndrom F04. Die psychischen Folgen der Erkrankung im Emotionalen und Verhaltensbereich sind wiederum in anderen Abschnitten des Kapitels 5, in Klammern ICD-10 verankert und können einerseits als primäre Folge der Erkrankung betrachtet werden, in Klammern zum Beispiel Organische Affektive Störung F06.3, oder aber als sekundäre Erscheinung des Umgangs mit der Erkrankung, in Klammern zum Beispiel Anpassungsstörung F43.21. Abschnitt 11.3 Psychologische Behandlung Die Behandlung erworbener Hirnschädigungen erfolgt idealerweise durch ein interdisziplinäres Team und umfasst je nach Beschwerdebild medizinische, psychologische, ergo- und physiotherapeutische sowie logopädische Elemente. In Deutschland ist das Angebot ambulanter Therapieplätze bei speziell ausgebildeten Neuropsychologen als defizitär zu beurteilen. Teilabschnitt 11.3.1 Ziele Die Rehabilitation soll den Betroffenen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige Lebensführung ermöglichen. Neuropsychologisch besteht das Ziel in einer Reduktion der durch die kognitiven Beeinträchtigungen verursachten Alltagsschwierigkeiten durch Restitution, in Klammern Wiederherstellung und Kompensation, in Klammern Ausgleich, siehe Definitionen. Häufig verschiebt sich der Schwerpunkt der Behandlung mit zunehmender Schädigungsdauer von einer anfänglichen Restitutionsorientierung zu einer kompensatorischen Ausrichtung. Bei neurodegenerativen Erkrankungen steht aufgrund des progredienten Verlaufs eine Verzögerung der zu erwartenden Verschlechterung im Vordergrund. Es existiert eine Vielzahl von publizierten Manualen der neuropsychologischen Rehabilitation, die entsprechende Techniken darstellen. Definitionen Restitutionsorientierte Ansätze beabsichtigen eine Wiederherstellung geschädigter kognitiver Funktionen durch Übungs- und Trainingsbasierte Funktionstherapien, in Klammern zum Beispiel computergestützte Übungsprogramme. Kompensationsorientierte Ansätze zielen durch die Vermittlung von Ersatzstrategien oder durch Bezug auf vorhandene, unbeeinträchtigte Fähigkeiten auf einen Ausgleich der kognitiven Defizite, in Klammern zum Beispiel Nutzung elektronischer oder schriftlicher Speichermedien zur Erinnerung an Termine. Definitionen Ende Neben den neuropsychologischen Defiziten leiden viele Betroffene unter den psychosozialen Folgen der Erkrankung. Während für demenzielle Erkrankungen bereits psychosoziale Programme existieren, die diesen Aspekt berücksichtigen, in Klammern zum Beispiel Realitätsorientierungstraining, Reminiscenztherapie, Validation und vermehrt psychoedukative Elemente und Angehörigenarbeit beinhalten, steht diese Entwicklung für andere erworbene Hirnschädigungen erst am Beginn. Die Unterstützung der psychischen und handlungspraktischen Adaption an die Erkrankung erweitert die Ziele der Restitution und Kompensation. Um die Krankheitsbewältigung zu fördern, um mögliche komobile psychische Erkrankungen zu behandeln, sind psychotherapeutische Interventionen notwendig. Teilabschnitt 11.3.2 Etablierte Therapieverfahren und ihre Wirksamkeit Restitutions- und kompensationsorientierte Verfahren der neuropsychologischen Rehabilitation nach Schlaganfall bzw. Schädel-Hirntrauma können die kognitive Leistungsfähigkeit über die Effekte von Spontanremission und unspezifischer Stimulation hinaus positiv beeinflussen. Von ausschließlich restitutionsorientierten, computergestützten Trainingsprogrammen, die nicht Teil eines übergeordneten Rehabilitationsprogramms sind, ist aber abzuraten. Insgesamt sind kleine bis mittlere kontrollierte Prä-Post-Effekt-Stärken festzustellen. Sie liegen zwischen 0,25 und 0,34 für die Leistungsbereiche Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen sowie visuoräumliche Verarbeitung. Die Verbesserung von psychosozialer Anpassung und Lebensqualität der Betroffenen erfordert aber zusätzlich eine individualisierte, alltagsbezogene Umsetzung neuropsychologischer Interventionen sowie die Integration psychotherapeutischer Verfahren. Diese umfassendere Herangehensweise wird in holistischen Rehabilitationsprogrammen umgesetzt. Erste Hinweise sprechen für ihre positive Wirkung auf Maße der psychosozialen Funktionsfähigkeit. Teilabschnitt 11.3.3 Besonderheiten der Behandlung Die Behandlung der erworbenen Hirnschädigung erfolgt auf Basis neuropsychologischer und psychotherapeutischer Strategien. In der Umsetzung dieser Interventionen müssen allerdings störungsbedingte Merkmale berücksichtigt werden, um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen. Ein Teil der Patienten leidet unter mangelndem Störungsbewusstsein, d.h. Defizite werden auch in direkter Konfrontation mit den Funktionseinschränkungen nicht erkannt. Dies kann so weit gehen, dass z.B. bestehende Halbseitenlähmungen abgestritten werden. Gründe für dieses Verhalten können einerseits organisch bedingt sein und in kognitiven Einschränkungen liegen, aber auch psychische Abwehrprozesse, in Klammern z.B. Verleugnung, Verdrängung, können eine Rolle spielen. Es stellt ein wesentliches Therapiehindernis dar. Ein realistisches Bewusstsein um die Störungen und deren Folgen ist Voraussetzung für die aktive Teilnahme des Patienten an der Therapie. Das Störungsbewusstsein kann durch angeleitete Selbstbeobachtung der Alltagsperformance, gezielte Erprobung kognitiver Leistungsfähigkeit in Alltagssituationen sowie durch die Rückmeldung der kognitiven Leistungsfähigkeit durch den Therapeuten oder andere Personen des sozialen Umfelds gefördert werden. Die Konfrontation mit den Defiziten kann zu intensiven Stimmungsverschlechterungen führen, die therapeutisch aufgefangen werden müssen. Gleichzeitig stellt die Arbeit am Störungsbewusstsein die therapeutische Allianz auf eine harte Probe. Um eine Demotivation des Patienten zu verhindern, muss wiederholt die Aufmerksamkeit auf verbleibende Ressourcen, persönliche Stärken und erreichte Verbesserungen gelenkt werden. Patienten beginnen häufig die Therapie mit dem unerfüllbaren Wunsch nach vollständiger Wiederherstellung der früheren Leistungsfähigkeit und Lebenssituation. Realistische Therapieziele sind daher wichtig, um die ansonsten zwangsläufig folgende Enttäuschung über ausbleibenden Erfolg zu verhindern. Ausgangspunkt der Zielformulierung sind Probleme und Verhaltensanalysen der individuell belastenden Lebensbereiche. Bei der Bestimmung der Therapieziele ist einerseits die Auseinandersetzung mit chronischen Erkrankungsfolgen notwendig, andererseits aber auch die Schaffung einer realistischen, positiven Zukunftsperspektive. Ziele sollten konkret und positiv formuliert werden und Fortschritte der Zielerreichung messbar sein, um die Motivation zur Zielverfolgung in der Therapie zu erhöhen. Besonderes Augenmerk bei der Umsetzung psychotherapeutischer Verfahren gilt der Berücksichtigung der kognitiven Einschränkungen von Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen. Klassische psychotherapeutische Interventionen sind für die Arbeit mit kognitiv relativ unbeeinträchtigten Patienten gestaltet. Bei Patienten mit erworbener Hirnschädigung müssen jedoch Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Gedächtnisdefizite oder Störungen der Handlungsplanung und Kontrolle beachtet werden. Dies erfordert eine klare Strukturierung der Therapiesitzungen, vermehrte Visualisierung, Verschriftlichung und häufigere Wiederholung von Inhalten. Gerade bei schwerer beeinträchtigten Patienten ist nicht davon auszugehen, dass in der Sitzung erarbeitete Verhaltensstrategien automatisch im Alltag umgesetzt werden und auf neue Situationen angepasst und angewendet werden. Auch restitutive Funktionsverbesserungen eines bestimmten kognitiven Leistungsbereichs garantieren noch keine bessere Funktionsfähigkeit im Alltag. Daher muss der Transfer in den Sitzungen gebahnt werden, indem bereits bei der Erarbeitung Anwendungssituationen benannt und häusliche Übungen vereinbart werden. Hilfreich ist der Aufbau von Handlungsroutinen durch wiederholtes Anwenden in derselben Situation. Fallbeispiel Praktisches Vorgehen Auf Basis einer eingehenden neuropsychologischen Testung, die Defizite im Bereich Gedächtnis und Aufmerksamkeit bestätigte, sowie der Problem- und Verhaltensanalyse wurden für den ersten Therapieabschnitt folgende Therapieziele mit Herrn D. vereinbart. Ziel 1 Mehr Selbstständigkeit in der Alltagsführung Ziel 2 Neue Strategien zum Umgang mit erhöhter Reizbarkeit Wege zu Ziel 1 Zur Förderung einer größeren Selbstständigkeit im Alltag wurden kompensatorische Strategien zur Verbesserung des prospektiven Gedächtnisses, in Klammern Erinnern von Erledigungen und Terminen, sowie der Aufmerksamkeit bei der Informationsaufnahme vermittelt. Die Nutzung externer Hilfsmittel wurde anhand konkreter Beispiele aus dem Alltag des Patienten erprobt, in Klammern Notizen anfertigen, effiziente Eintragung von Terminen in einen Kalender, To-Do-Listen an prominenter Stelle als Hinweisreiz zur Erledigung. Strategien zur Vereinfachung der Anforderungen einer Situation wurden erarbeitet, in Klammern Beseitigung von Störreizen, Etablierung von Alltagsroutinen. Wege zu Ziel 2 Psychotherapeutische Interventionen dienten zur Erarbeitung neuer Strategien im Umgang mit erhöhter Reizbarkeit. Durch kognitive Umstrukturierung konnten Ärger auslösende und verstärkende Kognitionen, in Klammern Sie behandelt mich wie ein Kind, identifiziert werden. ABC-Schemata wurden durch alternative Bewertungen ersetzt, in Klammern Sie versuchte nur mir zu helfen. Zusätzlich wurde im Rahmen eines sozialen Kompetenztrainings geübt, wie Herr D. einerseits andere um erwünschte Hilfe bitten konnte, andererseits sich aber gegenüber unerwünschter Hilfe adäquat abgrenzen konnte. Die besprochenen Strategien wurden auf Merkzetteln zusammengefasst und durch praktische Übungen gefestigt. Der Transfer in den Alltag wurde durch Hausaufgaben, in denen Herr D. die Strategien übte und ihren Erfolg protokollierte, sichergestellt. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 12 Sexuelle Funktionsstörungen Von Winfried Rief und Annika Kohl Abschnitt 12.1 Was ist normale Sexualität? Über kaum einen Bereich menschlichen Lebens gibt es so viele Unsicherheiten, Fehlinformationen oder Nichtwissen wie im Bereich Sexualität. Die sexuelle Revolution Ende der 60er Jahre sowie die Bestrebungen einiger Sexualitätsforscher der letzten 80 Jahre führten zu einer Enttabuisierung von Sexualität. Daraus ist ein ganzer Industriezweig entstanden, der alle individuellen Bedürfnisse zu erfüllen scheint. Trotzdem fühlen sich viele Menschen als sexuell nicht vollständig, in Anführungszeichen, funktionsfähig und haben die Annahme, dass bei den meisten anderen Menschen Sexualität häufiger vorkommt und perfekter abläuft als bei ihnen selbst. Möglicherweise resultiert dies aus dem auf den sexuellen Akt reduzierten und idealen Bild von Sexualität, das innerhalb vieler pornografischer Medien vermittelt wird. Und obwohl Sexualität scheinbar kein Tabuthema mehr ist, so sorgen mit dem Austausch verbundene Schamgefühle dafür, dass etwaige, in Anführungszeichen, Leistungsansprüche nur unzureichend korrigiert werden. Zudem gilt die Kritik des amerikanischen Sexualforschers Kinsey, der sich vor 80 Jahren dem Thema angenommen hat, auch heute noch. Forscher kennen die kleinsten Details der Physiologie einer Drosophila-Fliege, während viele Basisinformationen zur menschlichen Sexualität unzureichend erforscht und noch weniger in der Öffentlichkeit bekannt sind. Deshalb soll mit diesem Kapitel einleitend die Frage, was ist normale Sexualität, beantwortet werden, bevor anschließend die einzelnen sexuellen Funktionsstörungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten beschrieben werden. Allerdings muss bereits hier betont werden, dass die Variationsbreite menschlicher sexueller Erfahrungen sehr hoch ist und Paare mit vergleichbarem Sexualverhalten höchst unterschiedlich zufrieden sein können. Deshalb ist schwer definierbar, ab wann von einer Störung gesprochen werden soll. Meist gilt der Grundsatz, dass alles in Anführungszeichen normal ist und kein Veränderungsbedarf besteht, solange alle Beteiligten damit zufrieden sind und niemand zu Schaden kommt. Fallbeispiel Ein 22-jähriger Mann sucht eine psychotherapeutische Behandlung auf, weil er seit dem Beginn einer partnerschaftlichen Sexualität mit 15 Jahren unter Erektionsstörungen leide. Bei intimen Kontakten verliere er insbesondere vor der Penetration seiner Erektion, könne sich beim Sex schlecht entspannen und leide unter kreisenden Gedanken und Versagensängsten. Während sexueller Kontakte habe er nie einen Orgasmus erlebt. Er masturbiere meist zwanghaft, um zu überprüfen, ob seine physiologischen Reaktionen noch in Ordnung seien und komme dabei auch zum Höhepunkt. Insgesamt versuche er Situationen, die zum Koitus führen könnten, zu vermeiden. Seit seinem 11. Lebensjahr habe er exzessiv Pornos angeschaut, die Leistungsansprüche in ihm geweckt hätten. Die beschriebene Problematik führe zu Interaktionsschwierigkeiten mit potenziellen Sexualpartnerinnen sowie zu Libidoverlust, Schlafstörungen und Antriebsarmut. Fallbeispiel Ende Wegen der Problematik, die sich gerade aus abweichenden sexuellen Präferenzen ergibt, sollen jedoch abschließend auch einige Ausführungen über Störungen der Sexualpräferenz und der sexuellen Identität einen Ausblick auf ein weiteres Problemfeld im Kontext menschlicher Sexualität geben. Teilabschnitt 12.1.1 Normale Sexualität beim Mann Beim Sexualverhalten lassen sich in aller Regel verschiedene Phasen identifizieren. In der Appetenzphase tritt ein Bewusstsein für das sexuelle Bedürfnis auf, das oftmals auch von Fantasien begleitet wird. Die nachfolgende Erregungsphase ist durch die physiologische Reaktion, in Klammern, Hautrötungen sowie beschleunigte Atmung und Puls und das damit einhergehende veränderte Erleben charakterisiert, in Klammern, beim Mann, zum Beispiel Erektion oder Anschwellen des Hodens. Üblicherweise folgt anschließend eine Plateauphase, die durch eine Verstärkung der physiologischen Aktivierung sowie durch unwillkürlicher werdende Koitusbewegungen gekennzeichnet ist. Die Orgasmusphase ist neben der Ejakulation auch durch weitere Kontraktionen im Sexualbereich gekennzeichnet. Die anschließende Entspannungs- oder auch postorgastische Phase ist beim Mann in aller Regel mit einer Refraktärzeit verbunden, in der sich die Erregung zurückbildet. Erst nach Ablauf einer individuell unterschiedlichen und vom Alter abhängigen Refraktärzeit sind die meisten Männer wieder zu einer erneuten Erregung in der Lage. Während der erste Samenerguss beim Mann ca. im 13. bis 14. Lebensjahr auftritt, war in den früheren Jahren der erste Koitus in aller Regel im Mittel deutlich später. Allerdings hat sich in den letzten 20 Jahren eine Vorverlagerung des durchschnittlichen Alters beim ersten Geschlechtsverkehr ergeben, sodass viele Männer zwischen 15 und 17 Jahren bereits die ersten sexuellen Erfahrungen mit gegengeschlechtlichen Partnern haben. Die Mehrzahl der Männer und Frauen haben auch in der zweiten Lebenshälfte regelmäßig sexuelle Kontakte. Zwar steigt bei Männern der Anteil an Personen mit gelegentlichen Impotenz-Erlebnissen auf bis 50% an, entklammernd bei den über 70-Jährigen, trotzdem ist auch bei Menschen im höheren Alter Sexualität ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens. Nur 25% der Männer geben an, noch nie sexuelle Schwierigkeiten gehabt zu haben. Damit wird deutlich, dass wenigstens gelegentliche sexuelle Schwierigkeiten als normal anzusehen sind. Befriedigende sexuelle Erfahrungen müssen somit zum Teil erst gelernt werden und sind offensichtlich bei den meisten Männern in Klammern und Frauen störanfällig. Teilabschnitt 12.1.2 Normale Sexualität bei der Frau Die sexuellen Phasen bei der Frau sind ähnlich charakterisiert wie beim Mann und beginnen mit der Appetenz- und Erregungsphase. In der Erregungsphase schwellen die Klitoris und die Schamlippen an und es kommt zum Feuchtwerden der Scheide in Klammern Lubrikation. Im Gegensatz zu den Männern können viele Frauen eher von Natur aus die Plateauphase zeitlich ausdehnen. In dieser Phase erfolgt auch eine Vergrößerung der Vagina. Zusätzlich haben einige Frauen die Fähigkeit, nach der ersten Orgasmusphase keine Refraktärzeit mit Rückbildungsphase zu erleben, sondern die Erregung zu halten und gegebenenfalls einen zweiten oder dritten Orgasmus folgen zu lassen. Beim Orgasmus erfährt die Frau rhythmische Kontraktionen der Scheide. Während der Entspannungsphase verschwindet die ballonartige Schwellung der inneren Vagina und die Brust schwillt ebenfalls wieder ab. Die ersten sexuellen Erfahrungen bei Frauen finden im Schnitt etwas früher statt als bei angehenden Männern. Das durchschnittliche Alter beim ersten Geschlechtsverkehr liegt zurzeit bei etwa 15 Jahren. Während viele Männer eine gewisse Ejakulationskontrolle erst erlernen müssen, in Klammern um eine Verlängerung der Plateauphase zu erreichen, muss die Orgasmusfähigkeit durch Geschlechtsverkehr ohne manuelle Stimulation bei vielen Frauen ebenfalls erst erlernt werden. Die Arbeiten von Kinsey lieferten erstmals Ergebnisse bezüglich der Orgasmushäufigkeit bei Frauen. Weniger als die Hälfte der von Kinsey befragten Frauen gaben an, mindestens bei 8 von 10 Coitus-Erfahrungen selbst eine Orgasmus-Erfahrung zu haben. Jede dritte Frau gab beim Kinsey-Report in Klammernvergleiche Kinsey 1954 an, bei mindestens 7 von 10 Coitus-Erfahrungen keinen Orgasmus zu erleben. Etwa 40% der Frauen berichten über sexuelle Probleme, von denen ca. die Hälfte als behandlungsbedürftige Störung anzusehen ist. Bei solchen Prävalenzschätzungen ergeben sich jedoch Ungenauigkeiten durch nicht-repräsentative Stichproben und unklare diagnostische Kriterien. Teilabschnitt 12.1.3 Allgemeine Aspekte normaler Sexualität Bezüglich der Coitus-Dauer gibt es hohe zeitliche Schwankungen. Ein robuster Befund ist die Tatsache, dass die meisten sexuell aktiven Personen die Zeitdauer des Coitus überschätzen. Beobachtungen gehen von einer durchschnittlichen Coitus-Dauer von 3 bis 10 Minuten aus. Allerdings sind selbst diese Angaben nur mit Vorsicht interpretierbar, da vermutlich bei den meisten Beobachtungsstudien zur menschlichen Sexualität eher die in Anführungszeichen erfahrenen Akteure mitmachen und Fragebogenerhebungen ebenfalls wenig zuverlässig sind. Ein gleichzeitiger Orgasmus von Mann und Frau ist eher die Ausnahme als die Regel. In der Mehrzahl der Fälle ist der männliche Orgasmus vor dem weiblichen Orgasmus, was vermutlich evolutionsgeschichtlich von Vorteil ist. Zwischenzeitlich gibt sowohl die Mehrzahl der Männer als auch die der Frauen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung an. In Klammern bei den Männern über 90 Prozent, bei den Frauen ca. zwei Drittel. Auffallend ist, dass die Mehrzahl der Menschen davon ausgeht, dass andere Menschen häufiger Sex haben und auch häufiger den Sexualpartner wechseln als sie selbst. Dem stehen Erhebungen gegenüber, dass zum Beispiel über 80 Prozent der Männer für die letzten zwölf Monate entweder keinen oder nur einen konstanten Sexualpartner angeben. Durch die Einführung der Aids-Kampagnen kam es zu einer deutlichen Erhöhung des Anteils von Paaren, die beim ersten Geschlechtsverkehr Kondome benutzen. In Klammern von ca. 30 Prozent 1980 auf ca. 70 Prozent im Jahr 2006. Da oftmals beim ersten gemeinsamen Geschlechtsverkehr die sexuellen Vorerfahrungen des Partners noch nicht vollständig bekannt sind, ist auch hier eine Erhöhung der Raten weiterhin anzustreben. Männer und Frauen haben in aller Regel im Mittel unterschiedliche Bewertungen, welche Zielsetzungen sie mit Sexualität verbinden und welche Bedeutung Sexualität für die Beziehung hat. Das Klischee von den immer wollenden Männern und den sich meistens verweigernden Frauen wurde hingegen in den letzten Jahren nivelliert. Das Item Mein Partner will zu oft Verkehr fand noch Anfang der 90er Jahre bei Frauen deutlich mehr Zustimmung als bei Männern, während 2010 dieses Item von Frauen und Männern in Partnerschaften gleich häufig bejaht wurde. Sexual verhalten ist sehr stark von soziokulturellen, religiösen und historischen Faktoren abhängig. So wurde noch zu Zeiten von Sigmund Freud der klitoral erreichte Orgasmus bei der Frau als nicht adäquat eingeschätzt. Bei manchen Religionen und Glaubensrichtungen wird Sexualität komplett als Werk des Teufels bewertet und nur zur Fortpflanzung zugelassen, während andere Religionen für die ersten sexuellen Erfahrungen Initiationsrieten fest vorgeschrieben haben und die erste sexuelle Erfahrung öffentlich gefeiert wird. Abschnitt 12.2 Sexuelle Funktionsstörungen beim Mann Entsprechend der verschiedenen Phasen des Sexualverhaltens können unterschiedliche Störungen auftreten. Dabei ist jeweils zu beachten, dass die Störungen zu einer wahrgenommenen Beeinträchtigung führen müssen, damit sie als solche klassifiziert werden sollten. In der Phase der sexuellen Appetenz kann es zu einer anhaltenden und deutlichen Minderung des sexuellen Verlangens kommen, in Klammern F52.0 302.71. Diese Störung kann in den Klassifikationssystemen unter den Nummern F52.0 in Klammern ICD10 und 302.72 in Klammern DSM Römisch 4 klassifiziert werden. Manche Männer entwickeln auch sexuelle Aversionen, Ekel oder Ängste vor dem Sexualkontakt. In Klammern F52.1 302.79 Während der Phase der sexuellen Erregung kann als Problem auftauchen, dass die Erektion nicht auf Dauer gehalten werden kann oder die Stärke nicht ausreichend ist für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr. In Klammern Impotenzprobleme F52.2 302.72 Beim Mann seltener als bei der Frau wird der Geschlechtsverkehr selbst als schmerzhaft erlebt. In Klammern Disparoini F52.6 302.76 Häufigstes sexuelles Problem bei Männern ist die vorzeitige Ejakulation in Klammern Ejakulatio Präcox F52.4 302.75 Dies ist beschrieben als ein Samenerguss schon vor dem Einführen des Penis in die Scheide beim Einführen oder unmittelbar danach Ein genauer Grenzwert ab wann von einem vorzeitigen Samenerguss gesprochen werden sollte ist nicht festgelegt Es wird jedoch davon ausgegangen dass mindestens jeder dritte Mann zumindest in den Anfangsjahren seiner sexuellen Erfahrungen Probleme mit Ejakulatio Präcox hat Seltener aber trotzdem noch nennenswert häufig beschreiben Männer das Problem der verzögerten oder ausbleibenden Ejakulation beim Geschlechtsverkehr in Klammern Anorgasmie F52.3 302.74 Prävalenzraten 4 bis 10% Schließlich sei auch darauf hingewiesen dass auch gesteigertes sexuelles Verlangen ein Ausmaß erreichen kann das das Stellen einer Diagnose rechtfertigt in Klammern F52.7 Abschnitt 12.3 Sexuelle Funktionsstörungen bei der Frau Die sexuellen Probleme bei der Frau in der Appetenzphase stellen sich ähnlich dar wie beim Mann sind jedoch deutlich häufiger in Klammern anhaltende und deutliche Minderung des sexuellen Verlangens F52.0 302.71 Sexuelle Aversion Ekel Ängste F52.10 302.79 Fast jede dritte Frau beschreibt im Sinne einer Lebenszeit Prävalenz entsprechende Erfahrungen gemacht zu haben Etwa 21% einer großen Stichprobe von Frauen gaben an Erregungsstörungen und Lubrikationsprobleme in Klammern Ausbleiben des Feuchtwerdens gehabt zu haben Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs in Klammern Disparony gaben 16% der Frauen an Gerade im Kontext eines üblichen Geschlechtsverkehrs geben viele Frauen Orgasmus Schwierigkeiten an wobei diese nur diagnostiziert werden sollten wenn ein Orgasmus nie oder nur sehr selten auftritt in Klammern F52 3 302.73 Nur selten werden Orgasmusstörungen bei der Frau erworben meist sind sie seit Beginn der Sexualität vorhanden Bei einigen Frauen in Klammern seltener bei Männern kommt es auch zu postorgastischen Verstimmungen in Form von innerer Unruhe Gereiztheit Weinanfällen und anderen Symptomen emotionaler Labilität Bei Frauen kann es auch zu unwillkürlichen Spasmen der Scheidenmuskulatur kommen die eine Penetration unmöglich machen können in Klammern Vaginismus F52 5 306.51 In einer repräsentativen Studie aus den USA bei der 2500 Teilnehmer befragt wurden erfüllten 43% der Frauen sowie 31% der Männer die diagnostischen Kriterien einer sexuellen Dysfunktion Interessanterweise nehmen bei Frauen mit zunehmendem Alter die sexuellen Probleme eher ab in Klammern Ausnahme Lubrikationsstörungen während sexuelle Probleme beim Mann mit zunehmendem Alter eher zunehmen in Klammern insbesondere Erektionsschwierigkeiten Schrägstrich Impotenz und fehlendes Interesse Abschnitt 12.4 Ursachen Sexuelle Funktionsstörungen können primär auftreten jedoch auch sekundär bzw. erworben werden quasi als Folge von anderen Problemen Darüber hinaus sollte auch zwischen situationsabhängigen und generalisierten sowie zwischen partnerabhängigen und unabhängigen Störungen unterschieden werden So kann das Auftreten sexueller Probleme bei Beziehungskonflikten durchaus als normal gewertet werden Eine Sexualstörung kann auch als Mittel zur Manipulation des Partners funktionalisiert werden Auch bei Paaren mit starkem Kinderwunsch kann sich der Druck auf ein befriedigendes Sexualempfinden auswirken bzw. die stark von externalen Faktoren abhängige Planung des Zeitpunkts des Sexualaktes die Freude am Sexualverhalten mindern Zudem ist die Geburt eines Kindes ein durch verschiedene Faktoren erklärbares weitreichendes Ereignis das Einfluss auf die Sexualität nehmen kann Oftmals findet man in der Genese sexueller Störungen einen in der Familie tabuisierenden Umgang mit Sexualität wahrgenommenen Leistungsdruck oder Ängste vor Kontrollverlust Auch traumatische Ereignisse sowie außerpartnerschaftliche Affären wo Selbstunsicherheit ausgeprägte Ängste vor Körperkontakt Ablehnung des eigenen Körpers oder des Körpers des Partners und starker beruflicher Stress sind ebenfalls Faktoren die sich ungünstig auf das Sexualverhalten auswirken können Daneben müssen psychische Störungen sowie medizinische Erkrankungen und Behandlungen als potenzielle Ursache sexueller Funktionsstörungen berücksichtigt werden Bei vielen psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Schizophrenie Depression Alkohol und Drogenmissbrauch liegt der Anteil an Personen mit sexuellen Funktionsstörungen je nach Stichprobe zum Teil deutlich über 50% Viele der in diesem Bereich eingesetzten Medikamente induzieren zusätzliche Sexualstörungen in Klammern zum Beispiel Antidepressiva Antipsychotika Bestimmte medizinische Krankheitsbilder wie zum Beispiel Diabetes Mellitus Prostataerkrankungen Bluthochdruck in Klammern Hypertonie Herzinsuffizienz und andere können ebenfalls sexuelle Funktionsstörungen induzieren Abschnitt 12.5 Entstehungsmodell sexueller Funktionsstörungen Das Sexualverhalten Partner 1 beginnt mit Zärtlichkeiten Partner 2 verstärkt dieses Verhalten und streichelt seinen Partner ebenfalls etc. Oftmals kommt es erst relativ spät in dieser Stimulusreaktionskette in Klammern SR-Kette zu einer ersten Störung in Klammern zum Beispiel vorzeitiger Samenerguss des Mannes Schmerzen der Frau bei der Penetration durch den Penis Wenn erste Probleme auftreten kann es jedoch zu Erwartungsängsten kommen, sodass bei einem der nächsten Versuche unter dem stärkeren Einfluss dieser Erwartungsängste Probleme bereits früher auftreten in Klammern zum Beispiel Erektionsprobleme Durch die zunehmende negative Erwartung Angst vor Misserfolg sowie Vermeidung von bestimmten Situationen und stimulierenden Ereignissen kann es somit zu einer Konditionierung der Angstreaktion und einer Chronifizierung der sexuellen Problematik kommen Bereits früh werden in der SR-Kette des Sexualverhaltens Vermeidungsstrategien eingesetzt oder es treten Ängste auf Aufbauend auf diesem lärmpsychologischen Modell lassen sich entsprechende Interventionsstrategien ableiten Dazu müssen jeweils Verhaltensweisen durchgeführt werden die zu den frühen Aspekten der sexuellen Interaktion zählen und noch angstfrei erlebt werden können Darauf baut der Behandlungsansatz von Masters und Johnson auf der nachfolgend beschrieben wird Abschnitt 12.6 Behandlung Teilabschnitt 12.6.1 Adäquate Rahmenbedingungen schaffen Zunächst ist es notwendig die Kenntnislage über Sexualität der Betroffenen zu eruieren und gegebenenfalls etwaige Mythen und Überzeugungen zu korrigieren Sinnvoll erscheint in jedem Fall die Erarbeitung eines Störungsmodells Soll durch eine psychologische Intervention eine Verbesserung bei sexuellen Funktionsstörungen erreicht werden So ist als erstes mit den Partnern zu besprechen welche Voraussetzungen für schöne sexuelle Empfindungen geschaffen werden müssen Dazu können Aspekte zählen wie sich Zeit nehmen Druck reduzieren oder adäquate räumliche Bedingungen schaffen Wichtig ist darüber hinaus bei beiden Partnern die Gesprächsbereitschaft über sexuelles Erleben einschließlich Stimulationstechniken und deren Auswirkungen zu erhöhen Oftmals stehen rigide Rollenvorstellungen unrealistische Zielsetzungen und unausgesprochene Erwartungen einer Verbesserung der Situation im Wege und müssen deshalb möglichst bereits in der Anfangsphase thematisiert werden Teilabschnitt 12.6.2 Sensate Focus Intervention Sieht man die Chronifizierung einer sexuellen Funktionsstörung als Lernprozess innerhalb der SR-Kette so muss nach dem Prinzip des Sensate Focus ein Klammern sensorische Fokussierung die Intervention erst einmal auf die Verhaltensweisen ausgerichtet werden die noch möglichst befriedigend und unproblematisch erlebt werden können Daher herrscht in den ersten Phasen ein Koitusverbot Außerdem wird betont dass Sexualität nicht erst mit dem Geschlechtsverkehr beginnt sondern dass die entsprechenden sexuellen Erlebnisse bereits in der Vorphase große Bedeutung haben können Entsprechend dieser Ausführungen gliedert sich die Interventionsform des Sensate Focus folgendermaßen Sensate Focus 1 Austausch von Zärtlichkeiten ohne Einbeziehung der Genitalien Hierbei streicheln sich die Partner nacheinander gegenseitig und versuchen die eigene Sensibilität für den eigenen Körper und für die Handlungen des Partners zu erhöhen Sensate Focus 2 Diese Phase ist charakterisiert durch den Austausch von Zärtlichkeiten mit Einbeziehung der Genitalien Sensate Focus 3 Austausch von Zärtlichkeiten mit Beginn eines Geschlechtsverkehrs ohne dass versucht wird über den Geschlechtsverkehr zum Orgasmus zu kommen Sensate Focus 4 Coitus bis zum Orgasmus Wichtige begleitende Elemente sind die Betonung positiver Emotionen und die Vermeidung negativer Empfindungen Beide Partner werden angeregt körperliche Selbstexplorationen und Autostimulationen durchzuführen Teilabschnitt 12.6.3 Variationen zur Sensate Focus Technik Besteht bei Frauen Vaginismus so können auch Desensibilisierungsübungen eingesetzt werden in Klammern zum Beispiel regelmäßiges Einführen eines Fingers oder Dilators mit Gleitmittel Bei Männern mit Ejakulatio Präcox werden zusätzlich sogenannte Stop and Go und Squeeze Techniken eingesetzt Bei der Stop and Go Technik soll die Erektion gehalten und ausgebaut werden bis kurz vor dem Point of No Return Anschließend wird eine Pause gemacht bis wieder Selbstkontrolle über das Erregungsniveau erreicht wurde Bei der Squeeze Technik wird zum selben Zeitpunkt versucht durch Abdrücken des Penis unter der Eichel die Erektion wieder abklingen zu lassen und diese erst nach Abklingen erneut aufzubauen Bei Männern mit Impotenzproblemen werden zusätzlich sogenannte Teasing Techniken eingesetzt bei denen eine Erektion immer wieder gezielt abklingen soll um anschließend erneut aufgebaut zu werden Dadurch sollen die Betroffenen die Angst vor dem Abklingen der Erektion verlieren und Sicherheit bekommen dass nach dem Abklingen der Erektion eine erneute Erektion möglich ist Für Personen die derzeit keinen Partner haben werden Autostimulationstechniken empfohlen die den Partnerübungen entsprechen Dabei liegt das Augenmerk auf einer Exposition kritischer Situationen in Senzu die dabei desensibilisiert werden sollen Abschnitt 12.7 Empirische Evidenz Obwohl Masters und Johnson für ihr Programm sehr hohe Erfolgsraten von bis zu 90% beschrieben haben gibt es kaum kontrollierte randomisierte Therapiestudien die modernen Qualitätsstandards entsprechen und diese Ansätze evaluieren Gleiches gilt für alternative Therapieansätze zum Beispiel reines Paarkommunikationstraining ohne Einbau von sexualtherapeutischen Interventionen Abschnitt 12.8 Medikamentöse Therapie Bedenkt man die hohe Häufigkeit sexueller Funktionsstörungen so ist nachvollziehbar dass das Medikament Sildenafil in Klammern Viagra zur Behandlung der Impotenz bei Männern große Nachfrage erfährt Sildenafil hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Appetenz verbessert jedoch die Erektionsfähigkeit und verkürzt unter Umständen ein wenig die Refraktärzeit Gerade bei körperlich bedingten Erektionsstörungen in Klammern zum Beispiel Diabetes und bei fehlenden alternativer Therapiemöglichkeiten ergibt sich somit also die Möglichkeit der Einflussnahme Andererseits gibt es durchaus Hinweise dass es sich hierbei nicht um ein Allheilmittel handelt Wie Studien zur medikamentösen Therapie sexueller Funktionsstörungen zeigen tritt oft ein hoher Placeboeffekt auf der bereits das psychologische Potenzial zur Bewältigung der Erkrankung ausdrückt Einzelne erste Studien zur Evaluation der Kombination von medikamentöser und psychologischer Sexualtherapie erbrachten keinen signifikanten Vorteil wenn psychologische durch medikamentöse Therapien unterstützt wurden Beim Einsatz von Sildenafil ist auch auf die Kontraindikation in Klammern vorliegen von Herzerkrankungen zu achten Abschnitt Abschnitt 12.9 Störung der Sexualpräferenz und der sexuellen Identität Definition Unter einer Störung der Sexualpräferenz in Klammern Paraphilie versteht man einen Drang nach einem unüblichen Sexualobjekt oder einer ungewöhnlichen Art der Stimulation Definition Ende In ihrer intensivsten Form hat die Paraphilie Suchtcharakter Die Sinnlichkeit spielt beim Akt hingegen eine untergeordnete Rolle Damit einher geht nicht zwangsläufig delinquentes Verhalten Sexuelle Delinquenz bezeichnet Handlungen die mit Zwang ausgeübt werden und die Freiheitsrechte involvierter Personen die keine Einwilligung zur Ausübung der sexuellen Handlung gegeben haben einschränken Paraphilien gehen nicht zwangsläufig mit einem intra- oder interpsychischen Leidensdruck einher Bei den unten beschriebenen devianten sexuellen Präferenzen handelt es sich in milden Formen um Fantasien Die Diagnose sollte nur dann vergeben werden wenn es sich um ausgelebte Bedürfnisse die entweder zu einer subjektiven Beeinträchtigung oder zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führen handelt Alle Paraphilien finden ihren Ursprung in der Pubertät Bislang unklar ist die Hypothese dass Paraphilien sehr viel seltener bei Frauen als bei Männern auftreten Es könnte sein dass Paraphile Frauen häufiger anderen Störungsgruppen zugeordnet werden oder dass zum Beispiel die zur Schaustellung der weiblichen Brust geringeren Bedrohungscharakter in Klammern und somit geringeres Potenzial einer strafrechtlichen Verfolgung als das Exhibitionieren des Penis hat Zu den Paraphilien zählt Exhibitionismus in Klammern F65.2 302.4 das heißt die zur Schaustellung von Sexualorganen in der Öffentlichkeit Die Befriedigung des Exhibitionisten hängt vom Überraschen oder Erschrecken der fremden Person ab weswegen die Täter eher frustriert sind wenn die Opfer mit Gelassenheit reagieren Beim Voyeurismus in Klammern F65.3 302.82 wird durch die heimliche Beobachtung sexueller Handlungen anderer sexuelle Erregung ausgelöst Dabei wird die Gefahr die mit dem Eingriff in die Intimsphäre anderer verknüpft ist als besonders luststeigernd erlebt Der Anteil derer die im Verlauf zu sexueller Delinquenz neigen ist bei Voyeuren deutlich größer als bei Exhibitionisten Der Frotturismus in Klammern F65.8 302.89 beschreibt ein Störungsbild bei dem sich die Person durch Reibung der eigenen Genitalien an Fremden oder durch Berührung der Sexualorgane Fremder zum Beispiel in U-Bahnen Lustgewinn verschafft Zudem gibt es Menschen die durch Sex mit Tieren in Klammern Sodomie oder mit Toten in Klammern Nekrophilie stimuliert werden Auch bei diesen Sexualpräferenzen ist die Äthiologie unklar Während die Annahme einer klassischen Konditionierung durch erste Masturbationserfahrungen an Aktualität eingebüßt hat ist heute die Annahme soziobiologischer Faktoren in die nähere Betrachtung gerückt Beim Fetischismus in Klammern F65.0 302.81 wird ein zunächst sexuell neutrales Objekt in Klammern zum Beispiel Stiefel als luststeigernd wahrgenommen Kann das Fetischobjekt nicht berührt brochen oder getragen werden erfährt die betroffene Person keine sexuelle Erregung Der Transvestitismus in Klammern F65.1 302.3 ist gekennzeichnet durch das Tragen der gegengeschlechtlichen Kleidung das mit sexueller Erregung einhergeht Werden in einer Partnerschaft die beiden zuletzt genannten Sexualpräferenzen akzeptiert so sind diese zunächst als unproblematisch zu betrachten Empfindet die betroffene Person die Einengung auf ein bestimmtes Sexualobjekt hingegen als störend so kann sich hierdurch eine behandlungsbedürftige Störung entwickeln Die Äthiologie des Fetischismus und des Transvestitismus ist bislang ungeklärt Fraglich ist zudem ob hierbei nicht einfach von einer normalen Abweichung der soziokulturellen Normalität gesprochen werden kann In der Behandlung ergibt sich daher ein eher affirmativer Ton der die Reduktion sozialer Belastungen und die Akzeptanz der Abweichungen einschließt Sexueller Masochismus in Klammern F 65.5 302.83 bei dem die sexuelle Erregung durch die gewollte Demütigung oder durch Erwünschtes geschlagen oder gefesselt werden erzielt wird ist häufig in höheren sozialen Schichten anzutreffen Das Gegenstück hierzu ist im sexuellen Sadismus zu finden in Klammern F 65.5 302.84 bei dem durch die gewaltvolle Erniedrigung und Qual anderer sexueller Erregung hervorgerufen wird Zu unterscheiden sind milde Formen bei denen die kurzfristige Außerkraftsetzung der Gleichberechtigung von beiden Seiten erwünscht ist und Formen bei denen das Opfer ohne Einverständnis drangsaliert wird Bei der Pädophilie in Klammern F 65.49 302.2 wird sexuelle Erregung durch die Berührung von meist präpubertären Kindern oder durch die Stimulation der Genitalien durch das Kind erreicht Um von Pädophilie sprechen zu können muss der Täter mindestens fünf Jahre älter als das kindliche Opfer sein Kennzeichnend ist oft ein Mangel an Empathie gegenüber den Opfern sowie Defizite im Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen In der Therapie gestörter sexueller Präferenzen geht es hauptsächlich um den Aufbau von Opfer Empathie um die Veränderung kognitiver Verzerrungen in Klammern zum Beispiel das Kind hat sich ja nicht gewehrt es hat die Berührungen gemocht sowie um die frühzeitige Unterbrechung von Verhaltensketten zur Verhinderung devianter Handlungen dabei kann die Veränderung von Situationen als wichtige Stimulus Kontrollfunktion dienen in Klammern zum Beispiel Verbot des Aufenthalts Pädophiler in der Nähe von Spielplätzen Falls möglich ist auch die Etablierung alternativer Befriedigungsformen anzustreben Gegebenenfalls ist auch eine pharmakologische Therapie in Betracht zu ziehen Definition Eine Störung der sexuellen Identität in Klammern F64.0 302.85 zeichnet sich dadurch aus dass sich die Person zum eigenen Geschlecht nicht zugehörig fühlt Dabei dominiert der Wunsch dem anderen Geschlecht anzugehören und eine entsprechende meist heterosexuelle Lebensweise anzunehmen Definition Ende Zudem sind Betroffene meist eingenommen von dem Gedanken ihre primären und sekundären Geschlechtsorgane loszuwerden Vor einer Geschlechtsumwandlung muss eine Psychotherapie erfolgen in der ein Alltagstest durchgeführt wird durch den sich der klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Kapitel 13 Schlafstörungen Schlafstörungen können das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität stark beeinträchtigen Die Betroffenen Klagen über erhöhte Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit Konzentrationsstörungen Stimmungsschwankungen und körperliche Beschwerden Und da vor allem die Folgen beeinträchtigend sind wird statt Insomnie in Klammern Schlaflosigkeit vermehrt der Begriff nicht erholsamer Schlaf verwendet Schlafstörungen treten häufig in Komorbidität mit vielen körperlichen und psychischen Krankheiten auf Sie können aber auch ein eigenständiges Störungsbild sein die sogenannte nicht organischen und primären Insomnien Gesundheitsökonomische Analysen in den USA schätzen die direkten Kosten für Schlafstörungen auf 1,8 bis 14 Milliarden Dollar pro Jahr Neben den direkten Kosten in Klammern durch Arztbesuche Medikamente sind auch die hohen indirekten Kosten zu berücksichtigen die durch Fehlzeiten bei der Arbeit eingeschränkte Leistungsfähigkeit Unfälle und mögliche andere Gesundheitsprobleme entstehen Die Höhe dieser Kosten ist schwer abschätzbar Abschnitt 13.2 Klassifikation Im ICD-10 werden Schlafstörungen nach nichtorganischen und organischen Schlafstörungen klassifiziert in Klammern Sie Tabelle 13.1 im gedruckten Buch Zu den nichtorganischen Schlafstörungen zählen die Dysomnien und die Parasomnien Dysomnien bedeuten ein zu viel oder zu wenig an Schlaf Parasomnien umfassen Störungen die während des Schlafes auftreten Demgegenüber teilt der DSM römisch 4 genanntenstrich TR Schlafstörungen in primäre Schlafstörungen Schlafstörungen im Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung und andere Schlafstörungen in Klammern aufgrund von organischen Erkrankungen substanzinduziert ein Im ICD-10 werden Schlafstörungen im Rahmen psychischer Störungen nicht gesondert kodiert sondern unter den jeweiligen Störungen zusammengefasst Die nichtorganischen Schlafstörungen im ICD-10 entsprechen weitgehend den primären Schlafstörungen im DSM römisch 4 TR Eine weitaus differenziertere Klassifikation von Schlafstörungen erlaubt die International Classification of Sleep Disorders II in Klammern ICSD-2 der American Academy of Sleep Medicine 2005 Die ICSD-2 Klassifikation umfasst 85 Schlafstörungen und eignet sich zur Diagnostik in der schlafmedizinischen Forschung Für die klinische Praxis ist das System jedoch zu umfangreich Definition Die nichtorganische in Klammern primäre Insomnie ist die häufigste Schlafstörung Die Hauptbeschwerden bestehen in Ein- und Schreckstrich oder Durchschlafstörungen frühmorgendlichem Erwachen nicht erholsamem Schlaf und damit verbundener Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit in Klammern Siertabelle 13.2 im gedruckten Buch Definition Ende Da die nichtorganische Insomnie ein häufiges Symptom vieler psychischer und somatischer Störungen ist sollte sie nur dann zusätzlich klassifiziert werden wenn das klinische Bild vorherrscht Exkurs Was ist normaler Schlaf? Die Schlafarchitektur eines Menschen lässt sich durch die Elektroenzephaliographie in Klammern EEG erfassen Dabei lassen sich fünf Schlafphasen unterscheiden Die beiden Leichtschlafstadien Non-REM 1 und 2 Die beiden Tiefschlafstadien Non-REM 3 und 4 sowie der REM-Schlaf in Klammern Rapid Eye Movement In etwa vier 90-minütigen Schlafzyklen durchläuft ein Schläfer stets die Phasen 1 bis 4 und anschließend den REM-Schlaf Dabei nimmt der Tiefschlaf im Laufe der Nacht zugunsten des REM-Schlafes ab und mehrmaliges kurzes Erwachen ist normal Neben charakteristischen Frequenzbändern im EEG verändert sich das autonome Nervensystem So verlangsamen sich in den Non-REM-Stadien Herzschlag und Atmung während im REM-Schlaf eine Aktivierung stattfindet Die durchschnittliche Schlafdauer liegt bei 7 bis 8 Stunden Allerdings ist die benötigte Schlafdauer höchst individuell und liegt zwischen 5 und 10 Stunden durchaus im normalen Bereich Wichtiger als die Dauer für die Erholung sind der Zeitpunkt und der Anteil an Tiefschlaf Bei Schlafmangel wird der Schlaf nicht etwa über die Dauer nachgeholt sondern über vermehrten Tiefschlaf ausgeglichen Exkursende Abschnitt 13.3 Diagnostik Eine Schlafdiagnostik beinhaltet immer eine basale körperliche Anamnese und Diagnostik Hier sollte nach körperlichen Erkrankungen Gebrauch von Medikamenten Alkohol Nikotin und Drogen gefragt und Routine Laborparameter erhoben werden Das Vorliegen psychischer Störungen sollte mit einem diagnostischen Interview abgeklärt werden Zunächst ist es hilfreich sich mittels des strukturierten Interviews für Schlafstörungen nach DSM Römisch 3 Strich R einen Überblick über die Schlafproblematik des Patienten zu verschaffen Neben Interviews kommen Schlaffragebögen wie beispielsweise der Pittsburgher Schlafqualitätsindex zum Einsatz Darüber hinaus ist es wichtig neben den Schlafproblemen auch nach Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit etwa mit der Abworth Sleepiness Scale zu fragen Der Einsatz eines Schlaftagebuches ermöglicht es Informationen über subjektiv geschätzte Ein- und Durchschlafzeiten nächtliche Wachphasen Erholsamkeit des Schlafes und Tagesbefindlichkeit zu sammeln Ein gut validiertes Schlaftagebuch lässt sich auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin in Klammern DGSM herunterladen Eine detaillierte Analyse der Schlafgewohnheiten über mindestens zwei Wochen ist nicht nur für die Diagnostik wichtig sondern liefert auch wertvolle Hinweise für die Therapieplanung Die Aktometrie ist ein Verfahren zur Messung der Bewegung mithilfe einer Handgelenkmanschette die über längere Zeit kontinuierlich getragen werden kann Das Verfahren liefert Erkenntnisse über den Schlaf-Wachrhythmus und die körperliche Aktivität einer Person Seit einiger Zeit kann eine diesbezügliche Diagnose auch mithilfe von Smartphone-Applikationen erfolgen Die differenzierteste Methode zur Schlafdiagnostik ist die Polysomnographie in Klammern PSG Sie umfasst die Aufzeichnung des Elektroenzephaliogramms in Klammern EEG Elektrookulogramms in Klammern EOG Elektromyogramms in Klammern EMG sowie bei Bedarf weitere Variablen wie Atmung Schnarchgeräusche und Beinbewegungen Nach Leitlinien der DGSM ist eine polysomnographische Untersuchung im schlafmedizinischen Labor erst dann indiziert wenn ein Verdacht auf organische Verursachung in Klammern beispielsweise eine Schlafapnoe besteht oder eine chronisch therapierefraktäre Insomnie mit mehreren erfolglosen Behandlungsversuchen vorliegt Abschnitt 13.4 Epidemiologie und Verlauf Epidemiologische Studien aus den USA zeigen dass Insomnien mit einer Prävalenz bzw. Punktprävalenz von 10 bis 34% auftreten Übereinstimmend fanden sich in einer großen Studie in deutschen Allgemeinarztpraxen Prävalenzen bzw. Punktprävalenzen von 20% Demgegenüber zeigten sich in einer deutschen Studie in der Allgemeinbevölkerung niedrigere Einmonatsprävalenzen von 4% Ein Überblick über die Häufigkeit anderer Schlafstörungen neben der Insomnie findet sich bei Hermann Gassmann und Munch Obwohl Frauen im Durchschnitt eher besser schlafen als Männer sind sie häufiger von Schlafstörungen betroffen Schlafstörungen nehmen mit dem Alter zu und verlaufen häufig chronisch Abschnitt 13.5 Etiologie Teilabschnitt 13.5.1 Prädisponierende Faktoren Verschiedene organische Erkrankungen können die Schlafqualität beeinträchtigen Dazu zählen beispielsweise Herz- und Lungenerkrankungen chronische Schmerzen oder Magen-Darm-Erkrankungen Bei psychischen Störungen besonders bei der Major Depression kommt es nicht nur häufig zu Ein- und Durchschlafstörungen sondern auch zu einer Veränderung der Schlafarchitektur in Klammern zum Beispiel Reduktion des Tiefschlafes Weitere psychische Störungen die mit einer Beeinträchtigung der Schlafes einhergehen sind Angststörungen Alkoholabhängigkeit Borderline-Persönlichkeitsstörungen Demenzen Essstörungen und Schizophrenien Die Diagnose Schlafstörungen bei vorliegender psychischer Störung sollte nur dann gestellt werden wenn die Schlafstörung als Hauptbeschwerde geäußert wird Allerdings deuten neuere Studien auch auf einen umgekehrten Zusammenhang hin Schlafstörungen stellen einen unabhängigen Risikofaktor für die Entwicklung einer psychischen Störung dar Teilabschnitt 13.5.2 Auslösende Faktoren Bei bestehendem Risiko reichen schon triviale Auslöser wie beispielsweise eine ungewohnte Schlafumgebung Lärm oder eine unangenehme Raumtemperatur um Schlafstörungen auszulösen Auch Stress wird von vielen Betroffenen als Auslöser für Schlafstörungen genannt Schlafstörungen werden häufig durch unregelmäßige Schlafzeiten und mangelnde Anpassung des aktuellen Schlaf-Wachrhythmus an die zirkadianen Rhythmen ausgelöst Dies ist beispielsweise bei der Schichtarbeit der Fall aber auch beim Jetlag Eine Vielzahl von psychoaktiven Substanzen in Klammern Benzodiazepine Antriebssteigernde Antidepressiva wie SSRIs Hormonpräparate etc. Alkohol und Stimulantien in Klammern Koffein Amphetamine etc. können Schlafstörungen auslösen Paradoxerweise befindet sich unter der Liste der potenziell schlafstörenden Substanzen gerade jene die zur Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt werden So verursachen Benzodiazepine bereits nach mehrtägiger Einnahme als Entzugssymptom eine sogenannte Rebound-Insomnie Alkohol wird von den Betroffenen häufig als Selbstmedikation eingesetzt und wirkt initial schlaffördernd Bei Absinken des Alkoholspiegels in der Nacht kann es aber auch hier zu einem Rebound-Effekt kommen Teilabschnitt 13.5.3 Aufrechterhaltene Faktoren Das psychophysiologische Modell der primären Insomnie Das psychophysiologische Modell der primären Insomnie in Klammern siehe Abbildung 13.1 im gedruckten Buch fasst die vier wichtigsten Faktoren für die Aufrechterhaltung der nichtorganischen Insomnie zusammen Diese finden sich auch bei organisch und psychisch bedingten Insomnien sodass auch bei diesen die unten erläuterten psychotherapeutischen Therapiemethoden zum Einsatz kommen Die folgenden empirisch gut belegten Faktoren spielen in dem Modell eine Rolle Aktivierung Schrägstrich Hyperarousal Angespanntheit und Übererregung ist ein zentraler Faktor bei primären Insomnien Er äußert sich auf physiologischer kognitiver und emotionaler Ebene Schlafbehindernde Kognitionen Viele Patienten entwickeln im Verlauf von Schlafproblemen dysfunktionale und schlafhinderliche Kognitionen Eine ausgeprägte Selbstbeobachtung Sorgen um die Schlaflosigkeit und die Antizipation unangenehmer Folgen erhöhen das Anspannungsniveau und erschweren das Einschlafen Häufig unterschätzen Patienten die tatsächliche Schlafmenge in Klammern die ganze Nacht kein Auge zugetan und nehmen eine große Diskrepanz zu oft unrealistischen Erwartungen an den Schlaf wahr Dysfunktionale Schlafgewohnheiten Um die mangelnde Erholsamkeit auszugleichen entwickeln viele Patienten Gewohnheiten die vermeintlich schlafförderlich sein sollen oft aber das Gegenteil bewirken Dazu zählen frühes zu Bett gehen Tagschlaf unregelmäßige Schlafwachrhythmen und Aktivitäten wie Lesen Fernsehen oder Arbeiten im Bett Konsequenzen Schlafstörungen haben häufig Müdigkeit Leistungs- und Konzentrationsstörungen Beeinträchtigungen der Stimmung bis hin zur Depressivität und Ängstlichkeit zur Folge Mitunter handelt es sich um eine subjektive Überbewertung der eigenen Beeinträchtigung obwohl Leistung und Konzentration noch durchaus im Normbereich liegen Abschnitt 13.6 Behandlung Teilabschnitt 13.6.1 Medikamentöse Behandlung Die in Hausarztpraxen gängigste medikamentöse Behandlung erfolgt mit Benzodiazepinen aus der Gruppe der Hypnotiker in Klammern zum Beispiel Fluorazepam Meta-Analysen zur Effektivität zeigen eine deutliche Überlegenheit im Vergleich zu Placebo bei einer Einnahme bis zu 6 Wochen Allerdings sind mit der Einnahme verschiedene Risiken und Nebenwirkungen verbunden So besteht ein hohes Toleranz- und Abhängigkeitsrisiko und plötzliches Absetzen löst häufig eine Rebound-Insomnie aus Die Leitlinien der DGSM empfehlen eine Einnahme nur bis maximal 3 Wochen Neuere Benzodiazepin-ähnliche Substanzen wie Zopliklon scheinen den Benzodiazepinen in ihrer Wirkung ähnlich in Bezug auf unerwünschte Wirkungen jedoch überlegend zu sein Darüber hinaus werden sedierende Antidepressiva aus der Gruppe der trizyklischen Antidepressiva in Klammern zum Beispiel Amitryptylin in niedrigerer Dosis als in der Depressionsbehandlung eingesetzt Meta-Analysen zeigen zwar eine gute Wirksamkeit allerdings sind die Substanzen ebenfalls mit antikulinergen Nebenwirkungen und Blutbildveränderungen verbunden Unter den freiverkäuflichen Medikamenten spielen Antihistaminika und pflanzliche Präparate auf Baldrian-Basis eine große Rolle Wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit liegen allerdings noch nicht vor In den letzten Jahren sind besonders die natürlichen in Klammern körpereigenen Schlafsubstanzen in den Forschungsfokus gerückt Hierzu zählen das L-Tryptophan das Delta Sleep Inducing Peptid in Klammern DSIP und das Melatonin Teilabschnitt 13.6.2 Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden Kognitiv-Verhaltenstherapeutischen Ansätzen kommt als Einzel-, Gruppen- oder Selbsthilfeprogrammen eine wichtige Rolle zu Unterabschnitt 13.6.2.1 Entspannungsmethoden Als Entspannungstechniken werden bei Schlafstörungen vor allem die progressive Muskelentspannung nach Jakobsson in Klammern PMR und das autogene Training eingesetzt Sie reduzieren ein erhöhtes psychophysiologisches und kognitives Arousal Die PMR kann mit imaginativen Techniken wie die Lenkung der Aufmerksamkeit auf angenehme und beruhigende Bilder verknüpft werden Zu Beginn sollte die Entspannungsübung besser tagsüber durchgeführt werden da der Druck unmittelbar durch die Übung einschlafen zu müssen die Wirksamkeit beeinträchtigen kann Unterabschnitt 13.6.2.2 Psychoedukation und Schlafhygiene Da viele Patienten unrealistische Annahmen über Schlaf und Ansprüche an die Schlafgüte haben ist die Psychoedukation über den normalen Schlaf in Klammern Siehe Exkurs hilfreich So ist beispielsweise die Information dass mehrmaliges nächtliches Erwachen völlig normal ist und Schlafmangel nicht unmittelbar die Gesundheit schädigt für Insomnie-Patienten sehr entlastend und hilft ihnen eine realistischere Einstellung zu entwickeln Weiterhin sollten mit dem Patienten allgemeine Regeln der Schlafhygiene in Klammern Siehe Exkurs basierend auf den Informationen aus dem Schlafprotokoll besprochen werden Wichtig ist die Regeln nicht einfach vorzugeben sondern individuell mit dem Patienten zu diskutieren und im Rahmen eines Verhaltensexperimentes in einer zweiwöchigen Testphase zu überprüfen Exkurs Regeln der Schlafhygiene Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke mehr trinken Alkohol meiden und nicht als Schlafmittel einsetzen Keine schweren Mahlzeiten am Abend Regelmäßige körperliche Aktivität Allmähliche Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung vor dem Zu-Bett-Gehen Ein persönliches Einschlafritual durchführen Im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen In der Nacht nicht auf die Uhr schauen Exkurs Ende Unterabschnitt 13.6.2.3 Strukturierung der Schlafwachrhythmus Die Methode der Stimuliskontrolle basiert auf der Annahme der Schlafumgebung und Bett bei gesunden Schläfern mit Ruhe und Entspannung assoziiert sind jedoch bei Menschen mit Schlafstörungen ihre Stimulusqualität für Schlaf verloren haben Ziel der Stimuliskontrolle ist diese ungünstigen Konditionierungsprozesse zu löschen sodass das Bett wieder mit Entspannung und Schlaf assoziiert ist in Klammern Sie Exkurs Exkurs Regeln der Stimuliskontrolle Gehen Sie nur dann zu Bett wenn Sie müde sind Benutzen Sie das Bett nur zum Schlafen das heißt nicht lesen Fernsehen essen grübeln in Klammern Ausnahme sexueller Aktivitäten wenn Sie länger wenn Sie länger als zehn Minuten im Bett wach liegen stehen Sie auf und gehen in ein anderes Zimmer gehen Sie erst wieder ins Bett wenn Sie sich müde fühlen wenn Sie dann immer noch nicht einschlafen können wiederholen Sie den dritten Schritt Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf Schlafen Sie nicht tagsüber Exkurs Ende Die Restriktion der Zeit im Bett in Klammern oft fälschlicherweise mit Schlafrestriktion übersetzt basiert auf der Annahme dass die häufig eingesetzte Selbsthilfestrategie länger im Bett zu bleiben sich schlafstörend auswirkt da zum einen der physiologische Schlafdruck sinkt zum anderen das Wachliegen mit negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit verknüpft ist Bei der Restriktion der Zeit im Bett sollen die Patienten nur so lange im Bett bleiben wie es ihrer subjektiven Schlafdauer entspricht bei 5 Stunden beispielsweise von 2 bis 7 Uhr Der größere Schlafdruck soll zum besseren Ein- und Durchschlafen führen und die Schlafeffizienz in Klammern Verhältnis von subjektiver Schlafdauer zu Bettzeit erhöhen Nach ein bis zwei Wochen wird die Bettzeit dann schrittweise ausgedehnt Obwohl die Methode sehr wirksam ist treten häufig Motivationsprobleme bei den Betroffenen auf Unterabschnitt 13.6.2.4 Kognitive Techniken Das Ziel kognitiver Techniken ist dysfunktionale Schlafkognitionen in Klammern zum Beispiel ohne 8 Stunden Schlaf kann ich nicht arbeiten zu identifizieren ihre Gültigkeit und Nützlichkeit zu hinterfragen und durch angemessenere Bewertungen zu ersetzen Hier kommen die allgemeinen in Kapitel 2 Band 2 beschriebenen Techniken der kognitiven Therapie zum Einsatz Zudem hat sich die paradoxe Intention als wirksam erwiesen bei der Patienten angeleitet werden im Gegensatz zu sonst zu versuchen möglichst lange wach zu bleiben Auf diese Weise soll der Teufelskreis aus Erwartungsangst physiologische Anspannung und daraus resultierender Schlaflosigkeit unterbrochen werden Zur Unterbrechung von Grübelkreisläufen eignen sich Interventionen wie der Einsatz von Problemlösetechniken zum Beispiel das Einführen einer Sorgenstunde in Klammern gezieltes Auseinandersetzen mit den Sorgen am Tage oder die Gedankenstopptechnik in Klammern ein bewusstes Unterbrechen des Grübelns durch ein Stopp-Signal mit anschließendem Ruhebild Fallbeispiel Frau R., eine 36-jährige ledige Industriekauffrau hat große Schwierigkeiten einzuschlafen Sie geht gegen 22 Uhr ins Bett findet allerdings erst nach Mitternacht Schlaf Besonders schlecht sind die Nächte von Sonntag auf Montag Am Tage fühlt sie sich oft müde, erschöpft und kann sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren Die Schlafstörungen begannen vor einem Jahr als nach einer Beförderung ihre Arbeitsbelastung zunahm Um das Pensum zu bewältigen arbeitet Frau R. häufig noch nach dem Abendessen einige Stunden Oft schafft sie in Anführungszeichen den Absprung nicht und grübelt im Bett über die Termine des kommenden Tages nach Besonders der Gedanke an ihre reduzierte Leistungsfähigkeit bereitet ihr Sorgen Sie kommt kaum mehr dazu ins Fitnessstudio zu gehen und Freunde zu treffen Unter der Woche versucht sie extra früh zu Bett zu gehen Da sie jedoch nicht einschlafen kann liest sie stundenlang im Bett Nach ausführlicher körperlicher psychologischer und schlafspezifischer Diagnostik wird die Diagnose nichtorganische Insomnie gestellt In der Therapie wird mit Frau R. zunächst anhand des Schlaftagebuches besprochen welche Regeln der Schlafhygiene in Klammern Siehe Exkurs für sie wichtig sein könnten Frau R. nimmt sich vor nach dem Abendessen statt zu arbeiten eine halbe Stunde spazieren zu gehen Als regelmäßige Entspannungstechnik erlernt sie die progressive Muskelentspannung In Anlehnung an die Regeln der Stimuliskontrolle in Klammern Siehe Exkurs liest Frau R. nicht mehr im Bett und steht auf wenn sie nicht schlafen kann Um nicht im Bett zu grübeln nimmt sie sich nach der Arbeit eine halbe Stunde Zeit Sorgen und unerledigte Dinge aufzuschreiben und lenkt ihre Aufmerksamkeit anschließend auf angenehme beruhigende Vorstellungsbilder Schlafbehindernde Kognitionen wie Wenn ich heute nicht schlafen kann wird der morgige Termin eine Katastrophe werden hinterfragt und durch hilfreichere Bewertungen ersetzt in Klammern Jeder hat mal eine schlechte Nacht Zunächst empfindet Frau R. das abendliche Aufstehen als sehr störend Nach wenigen Wochen fällt es ihr aber zunehmend leichter gedanklich zur Ruhe zu kommen und die Einschlaflatenz reduziert sich auf eine halbe Stunde Insgesamt fühlt sich Frau R. wieder leistungsfähiger und kann ihre Arbeit besser bewältigen Fallbeispiel Ende Unterabschnitt 13.6.2.5 Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden Meta-Analysen belegen, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden sowohl einzeln als auch als Kombinationsbehandlungen eine gute bis sehr gute Wirksamkeit haben Die Effektstärken für Erfolgsindikatoren wie Einschlaflatenz, Schlafzeit, Wachzeit nach dem Einschlafen und generelle Schlafqualität liegen größtenteils im hohen Bereich In absoluten Zahlen bedeutet dies beispielsweise eine Verkürzung der Einschlafzeit um 30 Minuten Der Vergleich kognitiver Verhaltenstherapie mit Pharmakotherapie zeigt kurzfristig vergleichbare Effekte Langfristig in Klammern über 6 Monate sind psychotherapeutische Verfahren klar überlegen Exkurs Nächtliches Zähneknirschen Eine Schlafstörung Nächtliches Zähneknirschen auch Bruxismus genannt kann ebenfalls als Schlafstörung klassifiziert werden Bruxismus ist gekennzeichnet durch stereotype Kieferbewegungen in Klammern Zähneknirschen oder Pressen während des Schlafs Die Folgen von starkem Bruxismus können Zahnabrieb und Zahnschmerzen sein aber auch Schmerzen in Kiefermuskeln und Gelenken in Klammern sogenannte kranio-mandibuläre Dysfunktionen und Kopfschmerzen auslösen Oft tritt nächtlicher Bruxismus in Kombination mit oralen Parafunktionen in Klammern Pressen der Zähne Lippen oder Zunge Nägelkauen etc. tagsüber auf Nächtlicher Bruxismus kann mit Schlafproblemen einhergehen Bruxismus wird in den ICSD-2 als Sleeper-Related Movement Disorder klassifiziert Mit einer Prävalenz von 20% ist Bruxismus ein häufiges Phänomen jedoch nur bei 5% der Bevölkerung klinisch relevant und behandlungsbedürftig Zur Behandlung von Bruxismus werden häufig Aufbissschienen in Klammern Knirscherschienen eingesetzt die zwar den Zahnabrieb verhindern jedoch meist nur einen vorübergehenden Effekt haben Daneben hat sich Daneben hat sich vor allem Biofeedback bewährt Die Patienten erhalten ein tragbares Biofeedback-Gerät das bei nächtlichem Zähneknirschen ein Signal ertönen lässt sodass im Sinne einer Aversionskonditionierung das Verhalten in Anführungszeichen verlernt werden soll Allerdings ist der mögliche Nutzen gegenüber dem Risiko abzuwägen durch das nächtliche Wecken Schlafprobleme zu entwickeln Exkurs Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 14 Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters von Hanna Christiansen und Bernd Röhrle Abschnitt 14.1 Häufigkeit Weltweit liegt die Lebenszeitprävalenz psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter zwischen 12,8 und 11,5% In deutschen Studien werden sogar Prävalenzraten von bis zu 41,9% erreicht Dem Bundesgesundheitssurvey zufolge weisen 20% der Jugendlichen psychische Störungen auf Hinsichtlich der Lebenszeitprävalenz treten psychische Störungen bei der Hälfte aller Fälle bereits vor dem 14. Lebensjahr auf und bei zwei Dritteln vor dem 25. Lebensjahr Bei einem späteren Auftreten psychischer Störungen handelt es sich vornehmlich um komorbide Störungen und nicht um Erstmanifestationen psychischer Störungen Insofern können psychische Erkrankungen insgesamt als Störungen des Kindes- und Jugendalters verstanden werden für die es in der Regel keine ausreichenden präventiven und frühzeitigen therapeutischen Interventionen gibt Noch immer werden viele Betroffene gar nicht oder zu spät behandelt obwohl vor allem frühe Störungen besonders resistent sind und spätere Beeinträchtigungen vorhersagen Angst- und Aufmerksamkeitsdefizit Schrägstrich Hyperaktivitätsstörungen in Klammern ADHS sowie Störungen des Sozialverhaltens gehören zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters und sind in der Regel mit einem hohen Leidensdruck und unbehandelt mit einem ungünstigen Verlauf verbunden Depressive Störungen treten im Kindes- und Jugendalter ebenfalls häufig und zudem oft Komorbid mit Angst und Störungen des Sozialverhaltens und ADHS auf Aus diesem Grund werden diese vier Störungsbilder im Folgenden näher dargestellt Abschnitt 14.2 Ausgewählte Störungsbilder Teilabschnitt 14.2.1 Angststörungen Unterabschnitt 14.2.1.1 Symptomatik, Klassifikationen, Prävalenz und Verlauf Angststörungen sind für Eltern und Lehrer der betroffenen Kinder oftmals weniger belastend und störend als externalisierende Störungen wie zum Beispiel ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens und fallen dadurch seltener und später auf. Daher sprechen Schneider und in Albern in Klammern Vergleiche 2010 von einer in Anführungszeichen stillen psychischen Störung, die ja mit einem hohen Leidensdruck und einer langfristig ungünstigen Prognose verbunden ist. Zudem sind Angststörungen mit einer Prävalenz von ca. 10% die häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Bei Angststörungen im Kindes- und frühen Jugendalter stellen Manifestationen von unrealistischer bzw. übermäßig ausgeprägter, nicht altersangemessener Angst die Hauptsymptomatik dar. Tabelle 14.1 im gedruckten Buch gibt einen Überblick über die spezifischen Symptome und weitere ICD-10-Kriterien der Angststörungen des Kindes- und Jugendalters. Komorbide, depressive und Zwangssymptome wie auch Elemente phobischer Angst können vorhanden sein, vorausgesetzt sie sind eindeutig sekundär oder weniger ausgeprägt. Unbehandelt zeigen Angststörungen eine hohe Stabilität bis ins Erwachsenenalter hinein. In verschiedenen Längsschnittstudien konnte nachgewiesen werden, dass eine Angststörung im Kindesalter das Risiko für das gesamte Spektrum psychischer Störungen im Erwachsenenalter deutlich erhöht. Unterabschnitt 14.2.1.2 Diagnostik und Interventionen Im Verlauf der Entwicklungen zeigen alle Kinder entwicklungstypische Ängste. Bei der Diagnostik und Differenzialdiagnostik kindlicher Angststörungen ist darauf zu achten, dass die Angst nicht altersgemäß und übermäßig ist und den Alltag des Kindes beeinträchtigt. Da Kinder nicht in allen Lebensbereichen Ängste zeigen und die Angaben von Eltern und Kindern oftmals voneinander abweichen ist eine Diagnostik in verschiedenen Lebensbereichen und mit verschiedenen Informationsquellen zum Beispiel Fragebögen von Eltern Erziehern Schrägstrich Lehrern und Kindern und verschiedenen diagnostischen Methoden zum Beispiel klinische Interviews Fragebögen Verhaltensexperimente notwendig. Hierzu eignen sich zum Beispiel das diagnostische Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter in Klammern Kinder-Dips ein separat mit den Eltern und dem Kind geführtes strukturiertes Interview der Angstfragebogen für Schüler oder das Führen eines Angsttagebuchs. Problematisch ist, dass für die jüngeren Altersgruppen kaum standardisierte Verfahren zur Verfügung stehen. Programme zur Prävention und Intervention von Angststörungen setzen in der Regel sowohl bei den Kindern als auch ihren erwachsenen Bezugspersonen an. Evidenzbasierte Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT haben sich in zahlreichen Studien als wirksame Interventionen von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter erwiesen. Meta-analytische Ergebnisse zeigen, dass mit der KVT große und langfristige Effekte erzielt werden können in Klammern in Albern und Schneider 2007 und sich kein Unterschied hinsichtlich Einzel- oder Gruppeninterventionen und auch nicht hinsichtlich Kind- oder Familienzentrierten Interventionen ergibt. Die bestehenden KVT-Programme zur Behandlung kindlicher Angststörungen sind in der Regel komplexe Programme, die im Rahmen einer ambulanten Kurzzeittherapie durchgeführt werden in Klammern 20 bis 25 Sitzungen und begleitende Elterngespräche mit enthalten können. In der Regel kommen folgende Module bei der Behandlung zum Einsatz. Psychoedukation zu Angststörungen für Kinder und Eltern. Kognitive Techniken in Klammern zum Beispiel Identifikation von Angstgedanken und realistischen Schrägstrich unrealistischen Erwartungen. Entwicklung alternativer, hilfreicher Gedanken. Erstellen eine Angsthierarchie und Reizkonfrontation mit angstauslösenden Reizen in Klammern zum Beispiel bei Hundephobie Konfrontation mit Hunden. Operante Techniken in Klammern zum Beispiel Punkte und Response Coast Planner. Soziale Kompetenztrainings mit Rollenspielen, in denen soziale Fertigkeiten eingeübt werden können. Entspannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation und Hausaufgaben, um Erlerntes im Alltag zu üben und anzuwenden. Risikofaktoren, die zur Entstehung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert in Klammern Sie Exkurs. Exkurs Risikofaktoren für Angststörungen Spezifisch für Angststörungen sind die folgenden Faktoren zu nennen. Dispositionelle Tendenzen in Klammern scheues bis zurückhaltendes Temperament, Irritabilität, unruhiges Kind, geringe Habituierbarkeit, negative Modelle in Klammern überfürsorgliche Eltern, Gefahrenüberschätzung, Verstärkung ängstlichen Verhaltens im Rahmen ungünstigen Erziehungsverhaltens, ängstlich vermeidendes Bindungsverhalten, traumatische oder stressvolle Ereignisse, in Klammern Scheidung, Tod eines Familienmitglieds, häufige Schulwechsel. Exkurs Ende Teilabschnitt 14.2.2.2 Depression Unterabschnitt 14.2.2.1 Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf Die diagnostischen Kriterien für eine depressive Episode stimmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitgehend überein, wenngleich depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen stark altersabhängig sind. Während Kleinkinder eher somatische Symptome, in Klammern Appetit, Schlafentwicklungsstörungen oder Bauchschmerzen, Angstsymptome und Verhaltensprobleme zeigen und zusätzlich passiv und desinteressiert wirken, berichten Kinder im Schulalter eher über Traurigkeit und Versagensängste und ziehen sich zurück. Häufig kommen noch Schlafstörungen, mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen, vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten und erhöhte Irritierbarkeit, Schrägstrich emotionale Instabilität hinzu. Kognitive Komponenten treten frühestens ab dem mittleren Kindesalter auf. Die Symptome jugendlicher Betroffener sind vergleichbar mit denen von Erwachsenen. Sie leiden unter Leistungsproblemen, Antriebs- und Interessenlosigkeit, Zukunftsängsten sowie geringem Selbstwert, leiden aber eher zu Gereiztheit als erwachsene depressive Patienten. Die Inzidenz depressiver Störungen liegt für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren bei ein bis zwei Prozent, steigt aber mit der Adoleszenz deutlich an und liegt für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen acht bis zehn Prozent, mit einem Wiederholungsrisiko nach einer ersten depressiven Episode erneut zu erkranken von 40 Prozent. Im Kindesalter sind Mädchen und Jungen noch etwa gleich häufig betroffen, ab der Adoleszenz sind die Mädchen dann allerdings etwa doppelt so häufig betroffen. Die höchsten Suizidraten bei Jugendlichen liegen im Alter zwischen 18 bis 24 Jahren, wobei sich Suizide auch schon bei Sechsjährigen zeigen. Laut Statistischem Bundesamt in Klammern 2009 machten Kinder und Jugendliche in Klammern bis einschließlich 25. Lebensjahr in Deutschland mit 582 Suiziden einen Anteil von 6,2 Prozent aller Suizide im Jahr 2007 aus. Generell erhöht eine depressive Störung im Kindes- und Jugendalter das Risiko, im Erwachsenenalter erneut depressiv zu erkranken. Bestehen kognitive Beeinträchtigungen sowie niedriger Selbstwert auch nach Erfolg der Therapie weiter liegt das Rückfallrisiko nach zwei und fünf Jahren bei 40 bis 70 Prozent. Bis zu 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit dysthymen Symptomen entwickeln im Verlauf das Vollbild einer Depression und auch die Entwicklung einer bipolar-affektiven Störung ist für diese Kinder zwischen 20 bis 40 Prozent erhöht. In der Regel treten depressive Störungen des Kindes- und Jugendalters nicht isoliert auf, sondern sind in 50 bis 75 Prozent der Fälle komorbid, hauptsächlich mit Angststörungen, vor allem Trennungsangst, Störungen des Sozialverhaltens und im Jugendalter mit Substanzabusus. Unterabschnitt 14.2.2.2 Diagnostik und Intervention Wie bei den Angststörungen erfolgt die Diagnostik multimodal und methodal. Aufgrund der hohen Komorbiditätsraten ist eine sorgfältige Differentialdiagnostik notwendig. Bei der Diagnosestellung sind die entwicklungsspezifischen Ausprägungen der Depression zu berücksichtigen. Leider stehen für das junge Kindesalter nur sehr wenige standardisierte Verfahren zur Verfügung. Es ist eine ausführliche Entwicklungs- und Störungsanamnese mit Eltern und Kind zu erheben, wobei klinische Interviews zum Einsatz kommen sollten, wie zum Beispiel das Kiddie Schedule for Effective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime, in Klammern K-S-A-D-S-P-L, welches aktuell und auf die Lebenszeit bezogen psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters erfasst. Störungsspezifische Diagnostik, in Klammern zum Beispiel mit Fragebögen, sollte mehrere Informationsquellen umfassen, in Klammern Kind, Eltern, Lehrer, Erzieher. Eine Intelligenzdiagnostik kann notwendig sein, um depressive Symptome aufgrund von Unter- oder Überforderung einschätzen zu können. Ab dem 16. Lebensjahr können in der Regel auch die diagnostischen Verfahren für erwachsene Patienten angewandt werden. Zur Diagnostik eignen sich neben dem Kiddie Schedule for Effective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime auch noch folgende Verfahren. Das psychopathologische Befundssystem für Kinder und Jugendliche, in Klammern CASCAP-D, dient der Erfassung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Das Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche, in Klammern DIKJ, und der Depressionstest für Kinder, in Klammern DTK, sind Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung depressiver Symptome. Das Diagnostiksystem für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-Römisch-4 für Kinder und Jugendliche, Gedankenstrich 2, in Klammern DSIPS, enthält Diagnose-Checklisten sowie Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Die bestehenden evaluierten Einzel- und Gruppentherapieprogramme zur Behandlung depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter basieren auf Psychoedukation und Elementen kognitiver Verhaltenstherapie, in Klammern KVT, wie Problemlösetraining, Selbstinstruktion, kognitives Umstrukturieren, Aktivitätsaufbau, Kommunikation, Verstärkerplänen und Hausaufgaben. Verhaltensorientierte Techniken sind bei jungen Kindern eher geeigneter als kognitive. Bei jüngeren Kindern bewährt sich zudem der Einbezug der Eltern, insbesondere wenn diese selbst psychisch erkrankt sind. Anders als bei den Angststörungen ist die Studienlage dazu allerdings unzureichend. Zur Prävention von Depressionen wurden sowohl universelle als auch selektive und indizierte Programme entwickelt. Die deutschen Programme Lust an realistischer Sicht und Leichtigkeit im sozialen Alltag Lars und Lisa und Go, Gesundheit und Optimismus sind universelle kognitivverhaltenstherapeutische Programme und für den Einsatz in Schulklassen konzipiert. In ihnen werden Störungswissen, das Erkennen automatischer Gedanken und soziale Kompetenzen trainiert. Langfristig konnten diese Programme bislang keine signifikanten Effekte nachweisen, wohingegen sowohl selektive als auch indizierte Programme gute kurz- und langfristige Effekte erzielen konnten. Das selektive Programm Hoffnung, Sinn und Kontinuität ist zum Beispiel kognitiv-verhaltenstherapeutisch konzipiert und richtet sich an Kinder depressiver Eltern. Das indizierte Programm Coping with Stress Course richtet sich an Kinder und Jugendliche, die einem erhöhten Risiko für die Entwicklung depressiver Störungen ausgesetzt sind. Die Teilnehmer werden angeleitet, depressive Stimmungen, häusliche Konflikte und Konflikte mit Gleichaltrigen sowie negative Muster zu kontrollieren. Risikofaktoren, die zur Entstehung von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert, Klammern, siehe Exkurs. Exkurs Risikofaktoren für depressive Störungen Spezifische Risikofaktoren für Depressionen im Kindes- und Jugendalter sind Biologische Indikatoren, in Klammern familiäre Häufungen, elterliche Depressionen, personengebundene Faktoren, in Klammern weibliches Geschlecht, fehlende Bewältigungsfertigkeiten, unzureichende Problemlösestrategien, negativistische Kognitionen, chronische Erkrankungen, Umweltfaktoren, in Klammern sozioökonomische Benachteiligung, frühe Verlusterlebnisse, psychische Störungen der Eltern und geringes Wissen darüber, Missbrauch, Vernachlässigung, häufige Schulwechsel. Exkursende Teilabschnitt 14.2.3 Aufmerksamkeitsdefizit Schrägstrich Hyperaktivitätsstörung ADHS Unterabschnitt 14.2.3.1 Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörungen in Klammern ADHS stellen eines der häufigsten Probleme im Kindes- und Jugendalter dar, aufgrund derer Eltern und ihre betroffenen Kinder ärztliche und psychologische Hilfe suchen und in Anspruch nehmen. Die beiden großen internationalen Diagnosesysteme, das DSM Römisch 4 und die ICD-10, nennen übereinstimmend drei Kernsymptome, die für das Störungsbild charakteristisch sind. Hyperaktivität in Klammern zum Beispiel zappelig, herumrennen, immer auf Achse, Impulsivität in Klammern zum Beispiel nicht warten können, stören, andere unterbrechen und Unaufmerksamkeit in Klammern zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler, nicht zuhören, schlechte Organisation, Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit. Diese Symptome müssen mindestens ein halbes Jahr bestehen, vor dem Alter von 7 in Klammern DSM Römisch 4 beziehungsweise 6 in Klammern ICD-10 Jahren unsituationsübergreifend auftreten, wobei sie in verschiedenen Lebensbereichen in Klammern Familie, Kindergarten, Schule unterschiedlich ausgeprägt sein können, in jedem Fall aber zu einer Fehlanpassung des Kindes führen müssen. Das DSM Römisch 4 unterscheidet zudem drei verschiedene Subtypen von Hyperaktivität. Den kombinierten Typ, der sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv impulsiv ist, in Klammern ADHS-C, den vorwiegend unaufmerksamen Typ, in Klammern ADHS-U und den vorwiegend hyperaktiv impulsiven Typ, in Klammern ADHS-HI. Das ICD-10 hingegen grenzt von der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung in Klammern F90.0 die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens in Klammern F90.1 ab und berücksichtigt damit die am häufigsten komorbid auftretende Störungskategorie bei ADHS, in Klammern siehe Tabelle 14.2 im gedruckten Buch. Ein systematisches Review zur weltweiten Prävalenz von ADHS ergibt zusammengefasst über verschiedene Studien eine Prävalenz von 5,29% für ADHS. Für die Studie wurden die Datenbanken Medline und Psych-Info der Jahre 1978 bis 2005 nach relevanten epidemiologischen Studien zu ADHS durchsucht. In die Meta-Analyse gingen schließlich 102 Studien ein, die weltweit 171.756 Versuchspersonen umfassten. Es zeigte sich, dass Unterschiede in den Prävalenzschätzungen vor allem durch die verwendeten diagnostischen Kriterien, die Informationsquellen und die geforderten klinischen Beeinträchtigungen zustande kamen. Bei ähnlicher Studienkonzeption ergeben sich jedoch weitgehend Übereinstimmungen hinsichtlich der Prävalenzschätzungen. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen, wobei das Verhältnis etwa bei 3 zu 1 liegt. Lange Zeit galt ADHS ausschließlich als psychische Störung des Kindes- und Jugendalters. Persistenzraten, die im Bereich von 20 bis über 80% liegen, zeigen jedoch, dass die Störung bei einer Vielzahl der Betroffenen bis in das Erwachsenenalter hinein besteht, mit Prävalenzschätzungen ebenfalls zwischen 4 bis 5%. Unbehandelt zeigen Patienten mit ADHS oftmals einen ungünstigen Verlauf mit schulischen, sozialen und beruflichen Beeinträchtigungen sowie intrapersonellen – in Klammern geringes Selbstbewusstsein – und interpersonellen Problemen – in Klammern Konflikte mit Eltern, Lehrern, Peers, Vorgesetzten etc. und einer Vielzahl komorbider Störungen wie zum Beispiel Depression, Störungen des Sozialverhaltens, Substanzmissbrauch, Delinquenz. Unterabschnitt 14.2.3.2 Diagnostik und Interventionen Für die Diagnose ADHS müssen die genannten Auffälligkeiten vor dem sechsten Lebensjahr in mehreren Situationen und Lebensbereichen auftreten, sodass auch hier eine multimodale und methodale Diagnostik erfolgt. Die Symptome müssen bezüglich des Entwicklungsstandes des Kindes auffällig sein. Präventionsprogramme, die frühzeitig ansetzen, sind rar, wenn gleich sich aktuelle Forschungsbemühungen verstärkt der Früherkennung und Prävention von ADHS widmen. Zur Diagnostik der ADHS werden klinische Interviews angewandt wie das KSADS-PL. Fragebogenverfahren zur Selbst- und Fremdbeurteilung in Klammern zum Beispiel Conners Fragebögen für Eltern, Lehrer und Schüler erfassen computerbasierte Aufmerksamkeit und Impulsivität. Der Quantified Behavior Test erfasst zusätzlich zum CPT die Bewegung mithilfe einer Infrarotkamera und kann so die Kernsymptome objektiv messen. Bei stark ausgeprägter situationsübergreifender Symptomatik mit krisenhafter Zuspitzung ist die Indikation für eine primäre Pharmakotherapie in der Regel mit Methylphenidatenklammern MPH gegeben. Diese wird häufig mit verhaltenstherapeutischen Interventionen kombiniert. Bei weniger stark ausgeprägter Symptomatik ist die primäre Indikation für Verhaltenstherapie gegeben, in Klammern kindzentriertes Training der Selbstregulationsfähigkeiten, beziehungsorientierte Förderung der Eltern-Kind-Interaktionen zur Unterbrechung dysfunktionaler Muster, Lehrertrainings, die gegebenenfalls mit einer Pharmakotherapie kombiniert werden kann. Ein solches Vorgehen wird durch die Langzeitergebnisse der Multi-Model Treatment Study of Children with ADHD gestützt. In dieser Studie wurden die Effekte medikamentöser Therapie von Verhaltenstherapie und Community Care in Klammern herkömmlicher Gesundheitsversorgung über 36 Monate hinweg verglichen. Nach anfänglicher Überlegenheit der medikamentösen Therapie und der Community Care zeigten sich im 36-Monats-Follow-up dann keine Unterschiede mehr hinsichtlich der Effektivität der Interventionen. Meta-analytisch lassen sich für verhaltenstherapeutische Interventionen und auch Neurofeedback gute Behandlungseffekte bei ADHS nachweisen. Risikofaktoren, die zur Entstehung von ADHS beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert. In Klammern siehe Exkurs. Exkurs Risikofaktoren für die Aufmerksamkeitsdefizit Schrägstrich Hyperaktivitätsstörung Als spezifische Risikofaktoren für ADHS im Kindes- und Jugendalter sind zu nennen genetische Disposition in Klammern Neurotransmitterstoffwechsel vor allem Dopamin, Serotonin, wobei die Untersuchung von Störungsklustern relevant ist, da es Hinweise gibt, dass sich die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens sowohl quantitativ wie auch qualitativ genotypisch von der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung unterscheidet. Störungen der Selbstregulation und neuropsychologische Dysfunktionen in Klammern Arbeitsgedächtnis Regulation von Affekt, Motivation, Aufmerksamkeit, Automation von Sprache, Entwicklung von Handlungssequenzen Umwelteinflüsse Pränatal, vor allem Alkohol- und Tabakkonsum in der Schwangerschaft, Postnatal, vor allem familiäre Dysfunktion, niedriger sozioökonomischer Status, ungünstige soziale Interaktionen, die zur Aufrechterhaltung der Symptomatik und Entstehung komorbider Störungen beitragen, in Klammern zum Beispiel hohe elterliche Expressed Emotion, das heißt insbesondere erhöhte elterliche Feindseligkeit und Kritik gegenüber dem Kind bei reduzierter Positivität und Wärme, Emotionales Überengagement, das auch zum Konstrukt der Expressed Emotion gehört, ist bei Eltern von ADHS-Kindern eher selten anzutreffen. Exkurs Ende Teilabschnitt 14.2.4 Störungen des Sozialverhaltens Unterabschnitt 14.2.4.1 Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf Störungen des Sozialverhaltens zeichnen sich durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, in Klammern zum Beispiel Einschüchtern, Schlägereien, Tierquälerei, Zerstörung von Eigentum, in Klammern zum Beispiel Brandstiftung, Betrug oder Diebstahl und schwere Regelverstöße, in Klammern zum Beispiel vor dem 13. Lebensjahr, Schulschwänzen weglaufen auch über Nacht aus. Sie zählen wie Angststörungen und ADHS zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Aufgrund oftmals unzureichender Therapiemotivation von Eltern und Kindern ist die Behandlungsprognose relativ schlecht. Je nach Alter des Störungsbeginns lässt sich die Störung des Sozialverhaltens mit Beginn in der Kindheit, in Klammern vor dem 10. Lebensjahr oder Adoleszenz, in Klammern nach dem 10. Lebensjahr diagnostizieren. Die Störung mit Beginn in der Kindheit zeichnet sich durch einen stabilen Verlauf und hohe Komobilitäten, in Klammern vor allem ADHS, Depression, Substanzmissbrauch aus. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Störungen des Sozialverhaltens mit Beginn in der Adoleszenz bilden sich meist mit dem Heranwachsen zurück. Die Prävalenz für Störungen des Sozialverhaltens schwankt zwischen 6 und 18 Prozent, wobei Jungen deutlich häufiger betroffen sind, in Klammern 6 bis 16 Prozent, als Mädchen, in Klammern 2 bis 9 Prozent. Störungen des Sozialverhaltens sind zeitstabil und häufig progredient im Verlauf bis hin zu delinquentem oder gewalttätigem Verhalten, in Klammern siehe Tabelle 14.3 im gedruckten Buch. Unterabschnitt 14.2.4.2 Diagnostik und Interventionen Diagnostisch ist eine umfassende Exploration von Eltern und Kind und Jugendlichen notwendig, wobei soziale Beziehungen und Aktivitäten erfasst werden und eine ausführliche Verhaltensanalyse erfolgt. Hierzu eignen sich das Screening psychischer Störungen im Jugendalter, in Klammern SPSJ, Kurzfragebogen zur Erfassung psychischer Störungen durch Bezugspersonen für Kinder zwischen 11 und 16 Jahren, ebenso wie der Erfassungsfragebogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen. Differenzialdiagnostisch sind Anpassungsstörungen, emotionale Störungen mit Geschwisterrivalität und die antisoziale Persönlichkeitsstörung abzugrenzen. Aufgrund der Vielzahl der Risikofaktoren sind isolierte, präventive oder korrektive Maßnahmen im Bereich externalisierender Verhaltensstörungen eher selten, sodass sich auch hier ein multimodales und methodales Vorgehen empfiehlt, das heißt auf Kontext, in Klammern Umweltfaktoren und Personenebene, in Klammern Kind, Eltern, Lehrer. Am besten sind verhaltenstherapeutische Interventionen evaluiert. Auf Eltern- und Lehrerebene steht die Förderung adäquaten Erziehungsverhaltens im Vordergrund, wobei Verstärkerpläne, Tokenökonomien und angemessene Aufforderungen und Grenzsetzungen zentrale Elemente sind. Kindertrainings fokussieren den Aufbau sozialer Kompetenzen, adäquater Problemlösefertigkeiten und die Reduktion kognitiver Verzerrungen bei der Informationsverarbeitung und können sowohl als Einzel- oder Gruppentrainings durchgeführt werden. Bei jüngeren Kindern können reine Elterntrainings ausreichend sein. Gelingt es, das Erziehungsverhalten der Eltern gegenüber dem Kind positiv zu verändern, ist von langfristigen und positiven Effekten auszugehen. Risikofaktoren, die zur Entstehung von Störungen des Sozialverhaltens beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert und klammern Sie Exkurs. Exkurs Risikofaktoren für Störungen des Sozialverhaltens Kontextuelle Risiken Armut Kriminalität fehlende professionelle Unterstützung durch psychosoziale Dienste Soziale Isolation Geringe Nachbarschaftskoalition Crowding Kulturzugehörigkeit Deviante Peergroup Familiäre Risikofaktoren Stress Marginaler Beschäftigungsstatus oder Arbeitslosigkeit Psychische Erkrankung der Eltern Rechtliche Probleme Schulschwierigkeiten Riskante Eltern-Kind-Beziehungen in Klammern Gewalt, Zwang, strenge Bestrafungen bis hin zu Missbrauch Inkonsistente Beziehungsstile Marginale Bindungen Wenig Unterstützung für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes Individuelle Faktoren Schwieriges Temperament im ersten Lebensjahr Geringe Hemmung Furchtlosigkeit Erhöhter Testosteronspiegel Mangelnde emotionale Regulationsfähigkeit Schwieriges Temperament Geringer IQ Schulschwierigkeiten Mangelndes Einfühlungsvermögen Mangelnde soziale Kompetenzen und Werthaltungen Geringe moralische Entwicklung Verzerrte Sozialkognitive Informationsverarbeitung Exkurs Ende Abschnitt 14.3 Schlussfolgerungen und Ausblick Wie beschrieben sind in der Therapie von Kindern und Jugendlichen Entwicklungsprozesse zu berücksichtigen, die für die Störungsausprägung und den Verlauf von großer Bedeutung sind. So tritt eine Vielzahl potenziell pathologischer Symptome im Verlauf einer normalen kindlichen Entwicklung auf, wie zum Beispiel Fremdeln, motorische Unruhe und Trotzverhalten. Erst das dauerhafte Fortbestehen über das entsprechende Entwicklungsalter hinaus macht diese Verhaltensweisen zu Problemverhalten. Hinzu kommen im Verlauf der Entwicklung normative Entwicklungsübergänge. In Klammern beginnen Kindertagesstätte, Kindergarten, Einschulung, Übergang auf weiterführende Schulen, Pubertät und Ablösung von den Eltern, die begünstigend auf die Entwicklung psychischer Störungen wirken können. Häufig weisen Kinder zudem weitere Entwicklungsstörungen auf, wie zum Beispiel Leserechtschreib, Unschrägstrich oder Rechenschwäche oder motorische Entwicklungsverzögerungen, die zusätzlich auf die psychische Symptomatik wirken. Beispielsweise sind Kinder mit ADHS nicht nur durch Unaufmerksamkeit im Unterricht beeinträchtigt, sondern unter Umständen zusätzlich durch eine vorliegende Leserechtschreibschwäche. Daher ist die Berücksichtigung des Kontextes bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen zentral. So nützen verhaltenstherapeutische Interventionen wenig, wenn die Eltern nicht auch bereit sind, diese im Alltag umzusetzen, wie zum Beispiel Punktepläne für den Aufbau erwünschten Verhaltens und Tokenökonomien zum Abbau von Problemverhalten. Auch empfiehlt es sich in der Regel, Lehrer und Erzieher in die Behandlung der Kinder und Jugendlichen einzubeziehen, da Symptomverhalten insbesondere auch in diesen Lebensbereichen zu Problemen führt. Die zeitliche Perspektive ist bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen von großer zusätzlicher Bedeutung. So kann sich innerhalb einer Zeitspanne von zum Beispiel drei Monaten die Symptomatik stark verändern, und zwar sowohl positiv als auch negativ. Das bedeutet zugleich, dass niedrigschwellige und kurzfristig zugängliche Behandlungsmöglichkeiten gegeben sein müssen, wobei zur Förderung einer Normalisierung der Entwicklung auch die äußeren Lebensbedingungen nicht massiv verändert werden und Interventionen somit nach Möglichkeit kurzfristig angelegt sein sollten. Da psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter zudem langfristig das Risiko psychischer Störungen im Erwachsenenalter erhöhen, sind schnelle und wirksame Interventionen auch präventiv von hoher Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Therapieerfolge anhalten und es nicht im Verlauf der Entwicklung zu erneuten Problemverhalten kommt, müssen längerfristige Katamnesen